Hallo YouTube, wir haben hier diesen Skinhead und wir reden heute darüber, was er mit Imp gemacht hat. Ich hab den rasiert. Also, ja, stimmt, das ist jetzt dumm. Also, ich bin ja der... Welcher bin ich denn jetzt? Naja, also ich habe den ersetzt. Dieser verlauste Hippie, der macht hier diesen Quatsch nicht mehr, sondern ich mach das jetzt. Ich hab seinen Bart geklaut, angeklebt, merkt keiner. Nee, also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, niemand hat gemerkt, dass du nicht mehr Imp bist. Ich bin... Wer bin ich eigentlich? Irgendein Skinhead, das ist das Einzige, was ich bis jetzt bestimmen kann. Gut. Immerhin Teil einer Gruppe. Das Video war auf jeden Fall nice. Ja, dann weißt du ja, warum ich das gemacht habe. Ich bin ja kein richtiger Skinhead. Ich komm nicht klar mit Subkulturen. Du? Also, ich bin Teil... Bin ich Teil... Ich glaube, ich bin Teil keiner Subkultur. Also, ich wüsste es zumindest nicht. Warst du mal oder hast du Bock? Ich fand das immer irgendwie... An sich war das irgendwie nie ein Thema. Also, ich glaube nicht, dass das meins ist. So sehr. Nee, ich weiß nicht. Ich komm nicht so gut klar mit Gruppen. Und selbst so Subkulturgruppen sind ja doch irgendwie Gruppen, auch wenn sie voll auf Anarchie und auf Randale machen und wir passen nicht ins System und so. Dann haben sie doch immer ihre eigenen kleinen Systeme. Ich fühle mich da immer irgendwie unwohl, wenn ich denke, ich bin Teil von diesen 50 Leuten hier oder so. Ist irgendwie unangenehm. Ja, Anarchie ist eh nicht so meins, glaube ich. Also, hat auch seine Probleme, würde ich sagen. Warum? Ähm, an sich ist es ja irgendwie immer zwangsläufig das Recht des Stärkeren. Und es würden sich die ganze Zeit alle gegenseitig umbringen. Ich halte das nicht so. Ja, das ist Anomie. Das ist nochmal was anderes. Nee, Anarchie ist, äh, es geht nicht. Das, äh, haben wir noch nie gehabt. Das kriegt man nicht hin. Also, das, was realistisch umsetzbar wäre, wäre dann halt so ein bisschen Weltuntergangsszenario, glaube ich. Ja, das ist Anomie und dann hast du halt irgendwelche Warlords, die sich durchsetzen. Ja, das ist auch nicht so geil. Ja, es funktioniert nur für eine gewisse Zeit, solange es noch nicht wirklich erschlossen ist, solange es noch nicht wirklich, ähm, fertig entwickelt ist. Ich meine, so hat ja alles irgendwie gestartet, I guess. Aber es hat sich dann immer irgendein anderes System durchgesetzt. Äh, Anime, ja, richtig. Wurde gerade im Chat angemerkt. Anime, das ist das Richtige. Nee, es ist, äh, also, Anarchie ist quasi eine Theorie, dass, äh, keiner über den anderen herrscht. Aber dann müsstest du ja dann trotzdem irgendeinen, irgendeinen Mechanismus haben, der dafür sorgt, dass das nicht passiert. Und wenn du einfach sagst, wir machen einfach alles Jetzige weg und dann mal gucken, dann hast du Anomie und, äh, ja, das eskaliert dann meistens. Genau, weil, weil, weil Menschen sind nicht dafür gemacht, so friedlich, ohne Regel miteinander zu leben, aus irgendeinem Grund. Ja, ich hab auch in einem Philosophie-Podcast neulich gehört, dass, äh, Freiheit, äh, nie komplett geht. Weil wenn alle Freiheit haben, dann gibt's immer Krieg. Deswegen muss man die Freiheit immer so ein bisschen einschränken. Ist traurig. Ich hab gestern auf Netflix hier Ein Mann der Tat heißt der Film, glaub ich, gesehen. Das handelt von, ähm, äh, Anarchisten in Frankreich, der Banken ausgeraubt hat, äh, sich aber am Ende die Hälfte des Geldes selber behalten hat. Obwohl das eigentlich nur das Volk bringen wollte. Also wie Robin Hood, aber der sich selber als arm sieht. Ja, ich, I guess. Ich glaube, er hat sich ein bisschen überproportional selber bezahlt. Das ist ein bisschen wie Friedrich Merz oder Olaf Scholz, wenn man die in einem Interview fragt, ob sie in der Oberschicht oder ob sie reich sind. Dann sagen sie auch, ah, nee, Mittelschicht. Wie viel kriegen sie denn im Jahr? Ja, so ungefähr eine Million. Ah, ja, Mittelschicht. Ja, ich glaube, unserem Land geht's gut, wenn das die Mittelschicht ist, also... Äh, ja, äh, äh, mit Inflation könnte das vielleicht irgendwann gehen, dass man eine Million im Jahr bekommt, die ist dann halt nichts mehr wert, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. By the way, wirst du mich, ähm, striken? Ich hab ein Emote mit deinem Gesicht in meinem Chat seit gestern. Was? Das erfahr ich jetzt erst. Ja, ja. Welches Gesicht denn? Poste mal in meinen Chat, ich will das mal sehen. Warte mal, ich hab deinen Streep, glaube ich, nicht mehr oft. Dann überlege ich, ob ich dich strike. Oder ich mach auch ein Emote mit deinem Gesicht hier rein. Ja, keine Ahnung. Für was soll das denn stehen? Richard David Brecht? Das wär geil, ne? Richard, war ja reich. Oh ja, hallo, Markus. In der Klinik natürlich mehr wieder. Mach einfach so einen Morph zwischen mir und Richard David Brecht. Oh, das ist aber ein gutes Emote. Ja, das find ich gut. Ja. Ja, geil. Ne, kannst du gerne haben. Ist schon, ich find's witzig. Ich hab gehört, Jujoca strikt für sowas. Ja, aber die hat ja auch keinen Humor. Ich hab auch heute Memes geschickt bekommen, dass ich irgendwie aussehe wie Jan Mastalek oder dass, äh, dass ich, äh, es hat heute, es gibt einen Typen, der macht mit meiner Stimme so AI-Musik. Und der hat mich ein Lied singen lassen darüber, dass ich eine Glatze hab und das fand ich sehr witzig. Okay. Mit so, diese AI-Sorts sind eh krass. Also, ich hab, ich hab diese Songcovers von, von Hitler da, die hört man auch öfter auf YouTube. Ja. Hab ich natürlich noch nie reingehört, distanzier ich mich auch klar von, aber wenn ich reingehört hätte, würde es, würde es teilweise tatsächlich gar nicht so schlecht klingen. Hast du mal gehört, wie Hitler in echt klingt, wenn der nicht schreit? Mh, kann er das? Also konnte? Soweit ich weiß, gibt's nur eine Aufnahme, wie der im Bunker oder so mit irgend so jemandem normal redet, wo der halt nicht auf der Bühne steht. Weil auf der Bühne brüllt er sich ja die Seele aus dem Leib und gestikuliert da wild rum. Und es gibt einen so einer Aufnahme, da erkennst du den kaum wieder. Also nur wirklich, wenn du, wenn du drauf achtest, dass er das ist. Und er hat auch so einen österreichischen Dialekt. Er redet halt viel ruhiger und, ne, nicht so exzentrisch. Ich find, ist eh ein komisches Phänomen. Man sagt immer, dieser Mann war so charismatisch und der hat die Massen begeistert. Und dann siehst du so eine Aufnahme und du stehst da auf der Bühne. Also du wirst da nicht sehen und denken, oh, da ist ein charismatischer, guter Redner. Na ja, klar, er hat schon recht irgendwo. Das können Österreicher? Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das in der damaligen Zeit anders war, aber wenn ich jetzt jemanden auf der Bühne sehen würde, der so reden würde, würde ich doch denken, das ist ein Verrückter. Also das ist doch nicht irgendwie charismatischer, cooler Typ, wo du denkst, ja, vielleicht hat der einen Punkt. Das ist so, weiß ich, wildes Gebrülle darüber, dass man irgendwelche Leute ausrotten will. Das ist dann so, wow. Ja, keine Ahnung, ich denk mir eigentlich auch eher so, das überzeugt mich jetzt nicht wirklich, wenn ich so Seth von Doom oder so höre. Ja, also das kommt auch nicht an, ne, wenn man, wenn man so, so die Kommentare liest von solchen Talks, gibt's mehrere Beispiele. Die haben ihre kleine eingeschworene Bubble, aber also für Außenstehende wirkt das meistens nicht so sympathisch. Zum Beispiel, wenn man, wenn man am, am Ende des Talks irgendwie noch so 30 Non-Binaries reinholt, die dann, wo Kai mir sagt, ey, wenn du dann aber über diese Person sprichst, dann musst du jedes Pronomen akzeptieren, dass dir diese Person sagt und auch wenn es fünf Seiten lang ist. Ich fand's auch interessant, dass er bei dir am Anfang direkt betont hat, dass du ein Weißer bist, aber, also er kann, er kann dich ansehen und sagen, ja, 100% weiß auf jeden Fall, aber Geschlecht, ah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Geschlecht ist ja wirklich ein Spektrum, aber Hautfarbe, die ist auch binär. Da gibt's eigentlich nur zwei Optionen, ja. Also, logisch. Ich meine, er hat's ja versucht umzudrehen, indem er halt gesagt hat, ähm, er entscheidet nicht, ob man's sagen darf, aber die Frage ist, ob man sich am Diskurs beteiligen darf. Ähm, nach Hautfarbe. Das heißt, ein Weißer darf das nicht, ein Schwarzer darf das. Aber dann ist ja wieder die Frage da, ab welchem Hautton. Ja, natürlich, äh, ich, ich versteh den Punkt schon so ungefähr, dass wir beide uns jetzt nicht hinsetzen und die Regel festlegen, ob man das N-Wort sagen darf, sondern halt die Leute, die damit beleidigt werden. Ich versteh die Logik dahinter schon irgendwie. Ja, weil es, inzwischen ist die Welt halt so globalisiert, dass du halt alle Mischungen, die es gibt, irgendwo finden wirst. Schlimm, schlimm. Sehr problematisch. Ja, und also dann den Maßstab anzusetzen mit, ja, das sieht man doch, wer das darf und wer nicht, da hat man irgendwie ein Gefühl für, das wird ja an anderen Stellen auch nicht geltend gemacht. Deswegen eigentlich komisch, ein bisschen widersprüchlich, ne? Eigentlich schon, weil an sich finde ich's nicht problematisch, wenn sich jeder am Diskurs beteiligt. Vielleicht hat nicht jeder unbedingt die gleiche Aussagekraft im Diskurs, aber an sich, am Diskurs beteiligen sollte schon, sollte eigentlich schon jeder dürfen, oder? Ja, wundert mich nicht, dass ein weißer Heterozissmann das sagt. Ey, hast du gerade meine... Junge, Junge, ne? Mann ist ab 18, oder? Kommt auf die Definition an, aber ich weiß nicht, hast du mein Gender heute, also was ich heute für mich festlege, gerade einfach geschätzt? Nee, das, also, das ist, na, das sieht man, glaube ich, schon ein bisschen. Also, so wie ich dich sehe, du bist schon mindestens männlich gelesen. Monte hat was anderes zu mir gesagt. Ja, aber es ist halt auch Monte. Okay, erzählt nicht. Monte hat gedacht, ach, ein Hund. Aber es meinte er nicht abwertend. Ja. Ja, vielleicht bin ich halt der Nächste, der sich eine Glatze schneiden muss, um endlich nicht mehr von Monte Missgender zu werden. Naja, weiß man ja nicht, ne? Es gibt ja auch Flinter-Personen mit Glatze. Ich kenne da ja auch welche, also, weiß man nicht mehr. Ja, ich glaube, Monte, der kennt das nicht mehr. Ich glaube, der, der denkt sich schon, mit Glatze ist männlich. Wurde du schon oft misgendert? Ähm, mir wurde schon extrem oft meine Existenz abgesprochen, also, du siehst auch, ich existiere nicht mehr. So oft ist das passiert. Mhm. Also, wenn es an Frisuren oder so liegt, kann ich dir sagen, sobald der Bartwuchs kommt, passiert das nicht mehr. Also, wenn dann Leute sagen, hey, du siehst aus wie ein Mädchen, ich sage, ah, okay, dann schämen die sich meistens und sagen, ja, vielleicht doch nicht. Ja, aber ich muss ja Kuchen-TV hinterher eifern, das ist ja mein Ziel aktuell. Also, mit 30 immer noch keinen Bartwuchs haben? Ja. Ist das das Ziel? Immerhin besser als Karl, oder? Also, wenn er, wenn dann versucht man es gar nicht erst. Ey, der hat jetzt drei Jahre seinen Bart gezüchtet, dann darf der jetzt auch stolz darauf sein, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ähm. Aber an sich werde ich nicht arg oft misgender, das ist manchmal im Internet irgendwie, aber keine Ahnung, wie ernst gemeint das dann ist. Mir ist das mal als Kind passiert im Urlaub und dann habe ich eventuell eine exhibitionistische Handlung gemacht. Damals war das noch, das waren noch andere Zeiten. In den 90ern habe ich dummerweise noch gedacht, Jungs haben einen Penis. Und dann habe ich, ich glaube, da war ich vier oder fünf und ich war im Urlaub am Strand und ich habe von meiner Mutter so ein, wie heißt das, Cardigan oder so bekommen. So ein, ne, so ein langes Teil, was man so zu- und aufmachen kann, so ein Pulli. Und weil ich halt klein war, ging mir das natürlich fast bis zu den Füßen, weil mir kalt war, ne, nach dem Schwimmen gehen. Und ich hatte da keine Baderose mehr drunter, weil die war ja nass. Und dann haben wir in so einem Café am Strand gesessen und ich hatte halt, ja, diesen, diesen Pulli so um. Ich hatte auch immer schon etwas längere Haare und ich hatte so deutsche Touristen am Nebentisch. Ich glaube, das war irgendwo Italien, Griechenland oder so, aber ich habe die halt verstanden. Und das waren so diese typischen deutschen Touristen mit knallrotem Kopf, die am Strand sitzen und Bier trinken. Und die haben immer zu mir rübergezeigt und gesagt, guck mal, die Kleine ist aber süß und sowas. Und dann bin ich irgendwann auf den Stuhl geklettert und habe diesen Cardigan aufgemacht und denen gezeigt, wer die Kleine ist. Und dann sind die Köpfe noch roter geworden, habe ich zumindest von meiner Mutter erzählt bekommen. Ich weiß es selber nicht genau, so lange ist es schon her. Aber ich dachte so, ja, klickt nach mir, es klickt nach was, was ich gemacht haben könnte. Ja, 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 gut, also, ähm, wie ist das eigentlich an sich, wenn du, wenn du, Exhibitionismus kann ja nur bei Männern bestraft werden, wenn du dich schnell umidentifizierst, so? Ich weiß nicht, ob es da schon einen Präzedenzfall gibt, aber ich habe dann noch weitergelesen, also bei Exhibitionismus steht im Paragrafen, steht explizit ein Mann, das ist, ich weiß die Nummer nicht mehr, aber du kannst eine Seite weitergehen, dann ist es die Nummer mit einem kleinen A dahinter. Äh, und das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses und ich bin kein Jurist, aber ich kann ja trotzdem ein bisschen die Jure lesen und dann steht hier, kann bestraft werden bis zu und da stehen die gleichen Zahlen, also, du kannst für beides gleich hohe Geldstafen und so kriegen und, äh, du kannst eine Frau dann für Erregung öffentlichen Ärgernisses anzeigen. Ich glaube, in der Regel müssen die ein bisschen, bisschen mehr machen, also, bei Männern reicht es, glaube ich, wenn die nackt sind und ein bisschen propellern oder so, und bei Frauen, wenn die einfach nur nackt sind, die kriegen, glaube ich, seltener Anzeigen dafür, die müssten dann schon irgendwie noch ein Dildo mitbringen oder so. Also, mitbringen reicht, okay, ähm. Ja, ich will einmal so zeigen. Ne, also an sich, glaube ich, ich wusste nicht, das mit der Strafe ist gleich, okay, das ist, äh, ist mir neu, aber soweit ich weiß, ist es tatsächlich so, dass es halt schwieriger zu bekommen ist, also, du kriegst das seltener und dementsprechend könnte man sagen, es ist ein, eine, nicht ganz fairer Paragraf. Ich würde sagen, das ist ein Job für Bijan Tavasoli, also, falls du jetzt hier zuguckst, Bijan, mach das mal mit dem Standesamt und renn dann nackt durch die Hamburger Innenstadt und wenn der, die Exhibitionismusklage kommt, dann, der ist ja sogar Jurist, ne, der, der, äh, ist ein, nicht ganz fertiger Anwalt, aber er hat, glaube ich, den theoretischen Teil vom Jurastudium durch, der hat, äh, nur das, die, die Praxiserfahrung hat er noch nicht, deswegen ist er noch kein richtiger Anwalt. Also, also, ich weiß nicht, ob man sich dann selber vertreten sollte, aber man kennt sich dann ja immerhin schon ein bisschen aus, wie man noch gerade so davon kommt. Auf jeden Fall wäre es ein witziger Präzedenzfall, wenn die dann sagen, hier ein Mann, der sich auszieht, kriegt eine Strafe und Bijan sagt, ja, Einspruch. Ich meine, an sich, du kannst, wie oft darfst du dein Geschlecht wechseln, wenn ein Safe-ID kommt? Einmal im Jahr, glaube ich. Das heißt, du musstest eigentlich, eigentlich müsstest du so, du müsstest dich, ist es ein Jahr Abstand oder pro Jahr einmal? Ich glaube, es ist, äh, ein Jahr Abstand, also, du kannst nicht im Dezember und im Januar nochmal, glaube ich. Schade, schade, schade. Ich weiß doch gar nicht, wie das läuft, wenn du zum, zum Zeitpunkt der Straftat das eine warst und zur Gerichtsverhandlung das jeweils andere, also, es hätte zu bewegen können. Ich, das wäre eigentlich genau mein Punkt gewesen, das wäre, wäre meine Strategie hier als, als Verteidigung, wir, man ändert einfach das Geschlecht danach, aber wahrscheinlich geht das nicht, weil eigentlich wird man ja immer nach dem Gesetz bestraft, das während der Straftat existiert hat, also, wenn du irgendwas machst und dann kommt ein Gesetz, dann kannst du dafür nicht mehr bestraft werden. Ich schätze mal, das ist dann das Gleiche, wenn sich die Umstände erinnern. Ich mag das eigentlich, dass Leute sowas einfach mal ausprobieren, die gelten dann immer als Troll und als schädlich und so, aber eigentlich, finde ich, sollten Gesetze so stabil sein, dass da immer wieder wer kommen kann, dagegen klopfen kann, um zu gucken, ob es funktioniert und dann sorgt das ja vielleicht dafür, dass die Gesetze besser gemacht werden. An sich klingt das nach einer guten Idee, aber wenn du irgendwas kritisierst, irgendwie sagst, dass es da Lücken im System gibt... Das ist meistens schon sehr problematisch, das geht schon eigentlich nicht. Es ist, äh, ja, es ist eigentlich auch unwissenschaftlich. Ein Wissenschaftler freut sich ja, wenn er falsifiziert wird. Eigentlich ist es ja so, du zeigst dein Werk vor und sagst, hier, habe ich gemacht und wenn du, ja, ein Narzisst bist oder so, dann bist du sauer vielleicht, wenn das einer kritisiert, aber wenn du an Wissenschaft oder so interessiert bist, dann kann das ja auch jemand machen. Also gut, kann bei Kunstwerken auch sein, dass du dann beleidigt bist, aber daher musst du drüberstehen und dann einfach sagen, dann gucke ich mir die Kritiken halt nicht an. Aber an sich, wenn man ein Gesetz macht, sollte ja für alle gelten, sollte ja gut sein. Wenn das mal einer abklopft, ob das denn wirklich funktioniert, ist ja eigentlich eine gute Sache. Ich meine, glauben die ernsthaft, dass es nicht eine einzige Person gibt, die das ausnutzen könnte? Äh, ich weiß nicht, wen meinst du denn mit die? Also manche glauben, dass... Ja, keine Ahnung, so Karl und Co., die müssen ja wirklich glauben, es gibt nicht eine einzige Person auf dieser Welt, die das ausnutzen könnte, wenn man einfach sagen kann, man ist eine Frau und dann ist man das im Ausweis. Naja, oder nur, die denken halt, dass es nur ein paar Leute machen und das sind so wenige, dass man das irgendwie vernachlässigen kann. Muss den selber fragen, glaube ich. Du hast ja schon mal mit dem geredet, vielleicht will der ja nochmal. Keine Ahnung, ich glaube, er holt sich erstmal seine 30 Non-Binaries da rein, zu Hilfe. Ich weiß nicht, irgendwie klingt das nach einer dummen Strategie, finde ich. Natürlich kann ich verstehen, wenn man sagt, wir reden mal mit einem Betroffenen, aber 30 Leute auf einmal reinholen, das... Ich meine, der muss mit 30 Leuten gegen einen Teenager kämpfen, das sieht jetzt nicht nach Gewinnen aus, oder? Also ich glaube, sein Chat sieht das anders, aber an sich, jeder, der das so anschauen würde, egal, ob das jetzt ein Teenager ist oder nicht, zu 30 gegen einen, ich weiß ja nicht. Ja, ist nicht so gut für die Außenwirkung, oder? Und ich glaube auch hinterher noch ein Video machen, wo man sagt, guck mal, dieser Minderjährige, ich habe einen dickeren Pimmel als der, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ah, besser nicht. Ich kann, ich kann by the way auch bezeugen, dass Karl das nicht wissen kann, aber keine Ahnung. Ja, ja gut, trotzdem, warum macht man Schwanzvergleiche mit Minderjährigen, was soll das? Keine Ahnung, ich glaube, ich glaube Karl musste das nochmal, nochmal hervorheben, ich glaube, der hat das recht komplexe. Ja, sollte ein Witz sein wahrscheinlich. Ja, Witze, Witze sind aus der Wabel ja eh immer so eine Sache. Ja, das geht schon, wenn man über die richtigen Leute einen Witz macht, also ich glaube, wenn du einen Witz über Björn Höcke machst, da wird da keiner sagen, boah, das ging jetzt aber zu weit, da kannst du, kannst du, glaube ich, machen, was du willst. Und du bist jetzt vielleicht so ein bisschen Grauzone, über dich darf man zumindest schon mal mehr Witze, als über Shoyoka, aber weniger als über Alice Weidel, glaube ich. Vielleicht sollten die so eine Witze-Bearlist machen mal. Ich bin besser als Alice Weidel, das ist schon mal ein gutes Kompliment an der Stelle. Ja, sympathischer auf jeden Fall, ja. Noch sympathischer. Noch sympathischer, ja. Wäre tatsächlich eine ganz gute Sache. An sich bin ich jetzt auch nicht krass marginalisiert oder so. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Vorteil, warum man mehr Witze über mich machen darf. Ich weiß gar nicht, manches sieht man ja nicht. Ich glaube, ich habe an sich so ziemlich gar keine Marginalisierung, ja gut, von manchen weiblich gelesen. Aber nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, nicht mal irgendwie arm oder irgendein psychisches Problem oder sowas, nix einfach. Boah, ich kann mir bestimmt als ausdenken. Ja, glückhaft verständlich. Ähm, aber, nee, also nicht, dass ich... Bestimmt Schweizer wird gerade gesagt. Ja gut, Schweizer mit österreichischen Wurzeln ist wahrscheinlich schon... Wie jetzt, du bist einfach eine Mischung aus allen drei deutschsprachigen Ländern? Ja, ich bin quasi der Ultra-Deutsche. Ich finde auch, die Österreicher sind oft deutscher, als die Deutschen sich trauen, oder? Ist so, ist so. In Österreich, ja, Österreich, da siehst du auch quasi noch mehr so hier Nationalstolz und so von Österreich ist krasser ausgeprägt oft als in Deutschland. Ich schätze, Österreich ist auch konservativer als Deutschland. Ja. Ja, und, äh, also, die zwei Weltkriege, da hat schon Österreich auch jeweils eine Rolle gespielt, bei beiden, ne? Und dann hinterher so tun, wie, äh, wir waren das erste Opfer von den Deutschen, also ich meine, wir wollten auch nicht, und die Deutschen waren das. Das ist so ein bisschen, ein bisschen lame, ne? Die haben schon mitgemacht. Darf man das sagen? Was sagen? Also, dass Österreich auch schon... Also, dass schon jemand eine Mitverantwortung hat? Ah, ich glaube, ich glaube, soweit ich das beim Equalist mitbekommen habe, musst du schon die alleinige und einiges holen. Also, ich glaube, Österreich, Österreich sind, glaube ich, auch die Ausländer, gegen die man am besten meckern kann als Deutscher, ohne dass man da Ärger für bekommt. Nicht noch Schweiz. Agitator sagt gerade übrigens im Chat, Österreich steht wirtschaftlich weiter links als Deutschland. Okay, aber sozial wahrscheinlich nicht, ja. Du siehst in Österreich zumindest sehr oft hier diese, äh, Bundesdienstflagge mit diesem Adler drauf und so, die auch eigentlich gar nicht erlaubt ist. Echt nicht? Ne, die ist nur für, für Leute, die irgendwie im, ich glaube, fürs Militär und irgendwelche Regierungsgeschichten erlaubt. Als Privatperson darfst du die, glaube ich, nicht nutzen, soweit ich weiß. Achso, aber das ist dann nur Amtsanmaßung, das ist nicht Volksverhältnismen oder so? Soweit ich weiß, äh, ja. Hm, okay. Also Rechtsberater macht das einfach mal. Aber du bist jetzt, also du hast jetzt österreichische Wurzeln, bist aber in Deutschland geboren und dann in die Schweiz gezogen, oder wie? Ähm, im Moment bin ich, bin ich in den USA. Einfach im Land des Feindes. Das habe ich mitbekommen, du hast irgendwie gepostet, wie du mit dem Schiff gefahren bist und das bist ja schon voll lange, ne? Einfach verfolg mich, äh, ähm, meine, meine Großeltern sind hier. Ja, aber musst du nicht irgendwie Schule oder sowas? Äh, mache ich online zurzeit. Ach, das geht? Ist das noch von Lockdown oder was einfach, dass du online weitermachen kannst? Yes, also ich kann das, ich habe das schon immer online gemacht. Also jetzt in den letzten Jahren. Okay. Das geht? Das geht. Ist das eine Schweizer Schule oder wieso geht das? Ja. Ja, okay, gut. Ich dachte schon, deutsche Schulen haben doch kein Internet. Ne, da ist das Internet noch nicht erfunden. Das Internet ist für uns alle Neuland. In Deutschland schiebt man immer noch den Overhead-Projektor rein, oder? Ich verstehe es eigentlich auch. Ich weiß nicht, bist du in Deutschland schon mal zur Schule gegangen oder? Ne. In der Schweiz, ne? Okay. Kennst du das noch? Overhead-Projektor, diese komischen Klötze, die sind mit so einer Lampe drin? Habt ihr das noch? Ich habe davon gehört, aber ich habe es noch nie benutzt. Sie sind bestimmt Deutsche im Chat, die auch noch etwas jünger sind, die kennen ihn garantiert noch. Also in Deutschland gibt es so ein Gerät, du holst so einen dicken Klotz ins Klassenzimmer, der ist immer noch so ein Wagen mit Rollen, das ist ein Riesengerät, das rollt man rein, dann ist da halt so eine dicke Leuchtefläche, da legst du eine Folie drauf, wo ein Lehrer mit Filzstift irgendwas selber gemalt hat und dann geht das halt oben in so einen Spiegel rein und dann kannst du das an der Wand projizieren. Also es ist quasi wie ein Beamer, nur halt in Scheiße. So sieht es dann halt auch aus. Man muss da immer so ein Rädchen drehen, dann wird das nicht scharf. Und es sind hier gerade mehrere Leute im Chat, die sagen, dass sie gerade aus der Schule raus sind und dass sie das immer noch benutzt haben. Mein Chat kennt das auch anscheinend. Der gute alte Polylooks, ja. Voll die Verschwendung. Ich meine, warum musst du das erst ausdrucken, um es dann mit so einem Licht an so eine doofe Leinwand zu projizieren? Das ist ja eigentlich... Du kannst es nicht mal normal drucken. Also du kannst es ja nicht auf normales Papier machen, und du musst es ja auf so eine Folie nochmal drucken dann. Brauchst du sogar, glaube ich, noch extra Drucker irgendwie dafür. Oder du machst das halt mit so einem... Die malen da halt mit so einem Filzstift drauf rum oder sowas. Und dann musst du die Krakesschrift vom Lehrer irgendwie erkennen können. Es klingt für mich nicht so vorteilhaft an sich. Wo ist denn der Vorteil? Ja, du hast das Gerät halt schon. Das hat man in den 50ern irgendwann angeschafft. Und dann benutzt man das halt auch so lange, bis es kaputt geht. Ja, was will denn daran kaputt gehen eigentlich groß? Das ist, glaube ich, an sich eine Sorgen. Also die Bühne geht manchmal kaputt, aber da haben die dann in der Schule noch in irgendeinem Keller wahrscheinlich hundert Stück rumliegen und dann werden die auch aufgebraucht. Also eines Tages werden die noch hier mit VR-Brillen im Unterricht sitzen und die dann immer noch benutzen, oder was? Ja, in der Schweiz vielleicht. In Deutschland wird man in hundert Jahren immer noch Overhead-Projekte benutzen, glaube ich. Und der Lehrer bringt eine Kassette mit oder sowas. Aber es gibt ja an sich auch eh keine jungen Lehrer, insofern sind die noch vertraut mit der Technik dann und haben da weniger Probleme mit. Ja, ja, wir hatten immer sowas wie, wir gucken jetzt einen Film, der Lehrer bringt einen Laptop und dann muss ein Schüler kommen und den VLC-Player anmachen und das Kabel anstecken und sowas. Solange der Mausteiger nicht in der Mitte vom Bild ist, ist alles gut. Übrigens, Overhead-Projektoren können ganz gut kaputt gehen. Die haben oben so acht solche Pins drauf gehabt. Die konntest du drücken, so ein Stück drehen. Auch so ein Schlitz in der Mitte hat aber ein Fingernagel gereicht. Konntest du drücken, drehen und dann konntest du den Deckel abnehmen. In einer Schule, wo ich mal war, da hat das jemand in der Pause gemacht, seinen Arbeitsblatt zusammengeknüllt und in diesen Projektor gelegt und dann wieder zugemacht. Und das lag dann natürlich direkt neben der Birne. Hat dann in dem Projektor angefangen zu brennen und dann musste der Hausmeister kommen und hat den Projektor oben an dem Ding, wo der Spiegel ist, an diesem Metallarm, hat er das so gegriffen, vor sich her rausgetragen, diesen brennenden Projektor. Hat den auf den Schulhof gestellt und mit so einem Feuerlöscher einmal drüber gesprüht und da war dann ewig noch so ein weißer Fleck auf dem Boden. Es war natürlich sehr destruktiv und ich empfehle jetzt nicht, das nachzumachen, aber es war schon ein Erlebnis. Das ist so eine Situation, das erzählt man dann später immer noch. Also ich glaube, es gibt bessere Wege, aber ja, es sind Kinder, die sind manchmal nicht ganz so reflektiert. Ja, ja, also der war ungefähr dein Alter, glaube ich. Das war schon irgendwie in der 10. oder so, in der 11. Das war jetzt, also so jung war der nicht. Okay, da, okay. Wollte der einfach, wollte der, dass da Bima eingeführt werden oder was war sein Ziel? Ich glaube, der wollte einfach nur was kaputt machen. Ich weiß es nicht. Der hat auch nicht gecheckt, dass, dass man ihn relativ leicht überführen kann, weil er der Einzige war, der das Arbeitsblatt nicht mehr hatte, aber gut. Okay, okay. Äh, ja, also wäre jetzt nicht so direkt mein erster Gedanke, aber ich bin nicht so ein Fan von Zerstörung an sich. Aber du bist doch jetzt gerade in Amerika. Ja, ich sabotiere das Land jetzt nicht direkt. Achso, wo bist du gerade? Darfst du dir das verraten? Welchen Bundesstaat? Äh, Florida. Boah, geil. Ist das echt so, wie man erzählt, ist das so der, der witzige Bundesstaat oder ist das leider übertrieben? Nein, das ist schon, also du, du wirst hier zu 95 Prozent Rentner finden. Ja. Äh, dann aber auch irgendwelche, also kriegt man jetzt nicht jeden Tag mit, aber dann gibt's hier meistens ziemlich witzige Verbrechen und Kriminalfälle. Das ist schon, schon wahr. Also Florida Man ist schon, so gehst du rum und siehst noch verrücktere Leute als in Deutschland und der Schweiz. An sich ja. Ja, kann man schon so sehen. Ja, ich hab kürzlich erst gelesen, es gibt ja so Maschinen manchmal in den USA, wo du Münzen reinstecken und das auf dein Bankkonto überweisen lassen kannst. Und irgend so ein Mann in Florida hat wohl, äh, historische Münzen im Wert von 30.000 Dollar geklaut und hat die dann in so Münzautomaten gesteckt und da irgendwie 20 Dollar für gekriegt. Das ist natürlich auch übertriebenes Bart. Das ist schon sehr witzig, ja. Aber dass die überhaupt anerkannt wurden dann, wenn das historische Münzen sind? Ja, das waren halt irgendwie so Sonderprägungen, 100 Jahre alte Dollarmünze oder sowas. Also es ist schon ein richtiger Dollar, aber halt richtig alt und irgendwie Sonderprägung und der hat das einfach in so einen Automaten geschmissen. Ja gut, eigene Dummheit würde ich mal sagen. Hast du Krokodile gesehen schon? Ähm, ja, also hier in so Nationalparks sieht man Krokodile. Ach, aber die gehen nicht durch die Stadt oder so? Ähm, hier tatsächlich nicht. Aber an sich könnten die auch durch die Stadt gehen. Aber hab ich jetzt noch nicht durchgesehen. Die halten im Normalverabstand. Aber die sind relativ langsam, oder? Äh, können langsam sein, aber die können auch recht schnell sein. Also man sollte da schon ein bisschen vorsichtig sein. Beim Kajakfahren oder Kanufahren in so einem Wassergebiet, Fluss war das, glaube ich, da, waren die an der Seite. Okay. Können schon beruhigt wirken. Also ich hätte schon alleine Respekt vor denen, weil die irgendwie immer noch aussehen wie Dinosaurier. Das sind so, alle anderen Tiere machen Evolution und bei Krokodilen ist da einfach so, ja, nee, ist gut. Wir können da eigentlich nichts mehr dran verbessern. Der bleibt jetzt noch ein paar tausend Jahre so. Und ist eigentlich fast genauso geblieben. Bisschen kleiner jetzt wahrscheinlich, aber einfach, ich weiß nicht, sie waren, glaube ich, ich glaube, Krokodil ist so das älteste Tier, was sich nicht verändert hat, oder? Also von größeren Tieren. Also an sich sind die nicht mit Dinosauriern verwandt. Aber die gab's doch schon vor lange, oder? Ich glaube gar nicht mal so lange, aber wahrscheinlich täusche ich mich jetzt. Haie, glaube auch, sagt jemand. Ja, ich, also ich, ich glaube Haie und Krokodile sind in der jetzigen Form schon relativ alt. Haie sind aber auch overhated. Wieso? An sich tun die sehr wenig dafür, wie man sie, wie man sie einschätzt, so gesellschaftlich. In diesen marginalisierten. Ja, aber sie könnten. Also die könnten halt, aber die, also du weißt auf jeden Fall, du willst dich jetzt auch nicht mit dem anlegen, ne? Also provozieren würdest du dann auch nicht. Nicht direkt. Also ich würde jetzt nicht so zu dem hinschwimmen und ihm eins aufs Mauer boxen und dann sagen, du tust ja eh nichts. Nee, das wäre eine schlechte Idee. Also Arm reinstecken in ein Hai ist schon eine dumme Idee. Meistens ja, meistens ja. Auch wenn ich's verstehen kann, denn hier am Strand werden die tatsächlich ganz gerne mal so zum Spaß gefischt, reingezogen, ein Foto mit denen gemacht. Die haben dann so einen riesen Haken im Maul, blutende Wunde und dann schmeißt man die wieder rein und sagt, ja, genug Spaß gehabt für heute. Hä, voll gemein, was soll das? Ich weiß es auch nicht. Also die fliegen tatsächlich mit einer Drohne ihren Haken aufs Wasser raus, schmeißen die dann da rein mit einem Köder dran und fangen die dann nur fürs Foto. Ey, das ist ja richtig asozial. Die bewegen sich da nicht mehr hin. Die schicken einfach eine Drohne. Das ist ja wie in Afghanistan oder so. Was soll das? Also die stehen halt mit einer Angel am Strand und weil man die halt nicht weit genug rausschmeißen kann, geht man da mit einer Drohne hin. Okay. Und ist das legal? Ich weiß es nicht, aber zumindest wurden... Das ist nicht Tierfehlerei, so groß Tier einfach zu verletzen aus Spaß und nicht Wilderei oder sowas. Die, die ich gesehen habe, wurden jetzt nicht verhaftet. Also ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, an die man sich halten muss da auch, aber keine Ahnung, wie gut die sich da dran halten, würde ich jetzt einfach mal bezweifeln. Also ob das ganz legal ist, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ich fände es irgendwie unangenehm. Aber ich muss auch sagen, also vor USA hätte ich echt ein bisschen Schiss eigentlich. Du ja anscheinend nicht. Nee, es ist weniger schlimm, als man sich's vorstellt. Also ich glaube, ich hätte in Uruguay oder so weniger Schiss, dass ich mit einer Pistole ausgeraubt werde, als in Amerika, obwohl das so... Oder in den USA. Ja, an sich ist es aber tatsächlich, wenn du nicht in der Stadt bist, sehr entspannt. Also du solltest aufpassen, dass du jetzt nicht unbedingt in... Es gibt schon Gegenden, die gefährlicher sind, in Städten und so weiter, aber sobald du aus Städten draußen bist, ist es nicht mehr so schlimm. Hm. Aber es ist schön, man sieht einige Sachen, man kann... Es sind ganz andere Eindrücke. Was ist so anders? Schwer zu beschreiben, aber alleine die Leute sind deutlich freundlicher. Aber so überfreundlich auch, oder? Oder ist das ein Klischee? Dass du so in ein Geschäft gehst und sie begrüßen dich, als wärst du irgendwie ein guter Freund und du denkst, hey, ihr kennt mich gar nicht, was soll das? Ja, schon. Ich glaube aber nicht, dass es unbedingt deswegen fake ist. Also ich glaube nicht, dass die das so spielen und dass das nur so fake ist. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube, die sind einfach so drauf. Ich glaube, dass die wenigsten das aus bösen Absichten machen oder weil sie irgendwie fake sind oder so. Ich weiß nur halt nicht, wenn du denen dann sagen würdest, ich weiß nicht, ich habe gerade ein Problem, ich brauche wen zum Reden oder so, dann wären die vielleicht jetzt nicht immer unbedingt noch da. Das ist so aufgesetzt irgendwie. Ich denke, wenn du zum Beispiel in Norddeutschland bist, da gelten die Leute ja als ein bisschen verschlossener, aber wenn du dann erstmal deren Herz gewonnen hast, dann sind das halt auch Freunde. Ja, aber ich glaube, das gibt es ja halt auch. Ja, okay, wahrscheinlich, ne? Natürlich ist es nur, weil er dich jetzt so, wenn du in den Laden reingehst und dich so als Freund ansprichst, würde ich dem jetzt nicht meine Probleme erzählen. Das würde ich auch keinem antun wollen, aber ich glaube, dass es trotzdem so Freundschaften gibt und so. Ich glaube nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Kannst du jetzt einen Führerschein machen eigentlich schon? Ähm, ich hätte mit 14 schon können, aber hab noch nicht. Mit 14? Haben die das noch weiter runtergesetzt? In Florida kann man mit 14 begleitet anfangen. Kann man noch mit 14 schon eine Knarre haben und Bier trinken, oder geht das jetzt später? Ähm, mit 14 kann man an sich manche Waffen kaufen. Was für welche? Ich glaube, dass es gibt eine Joule-Grenze. Also, aber schon welche, womit man den töten könnte, ne? Du kannst mit vielen Waffen jemanden töten, aber es ist, glaube ich, deutlich schwerer damit. Soweit ich weiß, braucht man da auch, äh, noch Zustimmung von einem Entziehungsberechtigten. Du darfst jetzt wirklich damit schießen? Okay. Betreutes Schießen, einfach so wie ihr betreutes Fahren halt mit einer Knarre. Das Gewehr, du darfst nur den Abzug, aber der Vater muss es halten. Aber sonst liegt hier eh gefühlt in jedem Haus eine Waffe rum, insofern ist das auch egal. Echt? Habt ihr auch welche da gerade? Ähm, hier nicht direkt neben meinem Schreibtisch, aber... Also, aber ist jetzt... Ich würde das jetzt auch nicht verraten. Also, falls du jetzt in Hugus Nähe seid und versuch da einzubrechen, also der ist schwer bewaffnet. Also, ich bin wirklich so krass bewaffnet. Also, die, die, ähm, Panzer und, und Vollautomatischen liegen hier nur so rum. Auch direkt unter meinem Kopfkissen. Fünf Stück. Es wird gerade gesagt, ich soll mal JR-15 googeln. Das ist eine AR-15 für Kinder. Was? Das ist eine Joke? JR-15. Mich würde es nicht wundern. Tatsächlich, hier, ähm... Warte. Ich muss mal hier eben rumschalten auf... So, US-Waffenhersteller bewirbt halbautomatisches Gewehr speziell für Kinder. Oh, Junge. Ich hab das nur noch nicht. Ich meine, ich wüsste nichts, was dagegen sprechen könnte. Aber das sieht halt aus, das ist auch wie so ein Spielzeugding, oder? Also, das ist, das ist ein Nachbau, oder was? Ich schätze mal. Allerdings, mit Schnuller-Optik. Ja, ey, das ist doch, das schießt doch kleine Plastik-Wügelchen, als ob das... Weiß ich nicht. Was, Alter? Und dann hat das so ein Design mit so einem Totenkopf mit einem Schnuller? Alter, was ist das? Das ist einfach nur seltsam. So, warte, ich will das Bild sehen. Das ist... Das muss doch ein Meme sein, oder? Das ist... Ich weiß nicht. Well, na gut. America. Ach, jetzt hat das hier so umgeschaltet. Das ist ja doof. Warte. So, besser. Das ist irgendwie nervig, wenn man nämlich, wenn man in Fullscreen auf irgendeinem anderen Fenster was reingeht, dann schließt sich diese Discord-Übertragung aus irgendeinem Grund. Nee, 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 das war was anderes. Ich hatte gestern einen Gast und die war über Google Meet hier zugeschaltet. Deswegen war das das Browser-Fenster, was ich da drin hatte. Die hatte kein Discord. Ah, mit wem hast du geredet? Mit einer Biologin. Die kennt man nicht namentlich, glaube ich, höchstens vielleicht von Twitter. Ich habe Nighthans Geschlechter-Video geguckt. Das habe ich auch geguckt. Ich habe da drin gesagt, ich wüsste gerne mal, wie sich eine Biologin dazu äußert, weil ich immer nur Aktivisten sehe, die keine biologische Vorbildung haben. Und dann hat sich über einen Freund sich eine Biologin gemeldet, die gesagt hat, sie guckt öfter mal meine Videos. Sie hat das mitbekommen. Sie ist zufälligerweise Humangenetikerin und würde gerne mal mit mir reden. Ja, dann hat sie ein bisschen drüber geredet, was denn Geschlecht ist und alles. Immerhin keine Fischgenetikerin. Ich habe sie aber extra auch gefragt. Also wenn man eine Fischbiologin ist und man macht gerade seinen Doktortitel, dann hat man schon auch ein bisschen Ahnung von Biologie. Also du kommst nicht durchs Studium der Biologie durch, wenn du wirklich von Menschen gar keine Ahnung hast und einfach sagst, ich mache nur Fische. Dann wirst du kein Biologe, dann kannst du vielleicht irgendwie, also ich glaube sogar, wenn du Zoologie studierst, dann ist erstmal Bio einfach Grundvoraussetzung. Also einfach daraus, dass sie sich mit Fischen auskennt, darauf zu schließen, dass sie sich mit Menschen gar nicht auskennt, ist eine ziemlich dumme Annahme. Ja, ich weiß auch nicht, wie man direkt darauf kommt oder so. Also ich meine, ja, es ist nicht das Fachgebiet, aber. Ja, also MyLab wird dann ja irgendwie als Quelle rangezogen, die ist Chemikerin. Sagt man, oh, Naturwissenschaft, ja, ist von Biologie eigentlich weiter weg. Ja, es ist von Biologie aber weiter weg, als wenn du Fischbiologie machst. Ich glaube, die mögen Marie-Louise Vollbrecht einfach nicht wirklich. Die haben einfach was gegen die. Ja, die hat halt widersprochen und ein paar gemeine Witze gemacht und dann wird man natürlich sauer, wenn man sich da lächerlich gemacht sieht. Hat die überhaupt irgendwas so böses gesagt? Naja, wenn du ihr Twitter liest, also die macht sich schon manchmal ein bisschen dolle über Leute lustig, aber ich weiß nicht, ich finde, es ist eigentlich noch im Rahmen, dass man das witzig finden kann. Aber ich kann schon nachvollziehen, warum manche Leute sich da angegriffen fühlen. Also sie hat schon manchmal Hot Takes, wo ich mir die Leute vorstellen kann, die da sauer werden. Aber eigentlich, finde ich, ist das alles noch in einem Rahmen, dass die Demokratie das aushalten muss. Ja, auf Twitter teste ich auch ab und zu mal ganz gern so ein bisschen die Grenzen, das gehört dazu. Wurde dir schon mal ein Tweet gelöscht? Nö, aber es gab schon so ein paar Aktivisten, die gesagt haben, uiuiui, pass mal auf. Wurde es schon mal eingeordnet? Ich wurde eingeordnet von einem ziemlich kleinen Account. Die exakte Bezeichnung von mir ist Volksverletzer, Mittäter und Trittbrettfahrer. Warum auch immer ich vollstatt habe. Das sind ja schon harte Anschuldigungen. Was hast du gemacht? Ist da ein Beleg bei? Nö. So ein, weiß nicht, 10 Sekunden Video, wie du irgendein Zitat bringst oder so? Nein, nicht mal das. Du musst dir auch merken, also wenn du Zitate bringst, immer indirekte Rede. Du musst sowas sagen wie, die Rechtsradikalen sagen jetzt, es würde so und so sein. Du sagst nicht, die Rechtsradikalen sagen und dann deren Zitat, weil da könnte man einen Clip von machen und das hochladen. Das ist ein Problem. Wie verhindere ich das so, wenn ich negativ sage, dass man das so zur Hälfte rausschneidet? Das ist schwierig. Schon an der Grenze. Einfach vielleicht unpositiv sagen. Antipositiv? Ja, oder vielleicht könntest du dich, ah scheiße, man kennt ja dein Gesicht jetzt schon, schade. Ich könnte sagen, es ist AI. Du könntest dich auf jeden Fall, du könntest eine Weile untertauchen und dann mit einem anderen Account-Namen wiederkommen in Blackfacing. Und wenn dich jemand sagt, ey, du siehst aber aus wie Hugo, dann sagst du, hä, wer ist Hugo? Ich bin wer anders. Und dann tust du einfach die ganze Zeit so, als ob du das echt bist. Und man kann das ja eigentlich schwer anzweifeln. Also wenn jetzt jemand wirklich schwarz wäre und die Aktivisten kommen und sagen, du lügst doch, du bist doch angemalt. Also das würden die sich, glaube ich, nicht trauen. Wollt ihr mir meine Existenz absprechen? Ja, weil dann darfst du nämlich. Ich finde dieses Existenz absprechen eh wild. Ja, als ob du einfach sagst, diese Leute gibt es nicht, oder? Ja, ich sage einfach, es gibt keine Transpersonen und dann habe ich denen, also ich sage das nicht. Aber wenn man das sagen würde, selbst wenn man das sagen würde, die sind ja nicht weg deswegen. Also an sich, man hat nicht deren Existenz abgesprochen, sondern man hat... Ihren Identität, ja. Du sagst ja, die sind nicht das, was sie glauben, dass sie sind. Ist unwissenschaftlich, soweit ich mitbekommen habe, gibt es keine annähernd seriöse Quelle, dass das so nur im Ansatz stimmen könnte. Ich spreche auch manchmal Gott die Existenz ab oder so. Da sind ja auch dann religiöse Leute manchmal gekränkt, aber das ist irgendwie kein Problem. Also ich kann mich über Christen lustig machen, wie ich möchte. Und da sagt man dann auch nicht, ja, aber er findet es wirklich nicht gut, wenn du das sagst. Das ist halt so, ja, scheiß auf denen. Aber pass auf, dass du das nicht bei anderen Religionen machst. Christen sind, glaube ich, noch so halbwegs okay, aber andere Religionen kritisch. Ja, Muslime kann man sogar auch noch. Also kommt halt darauf an, mit wem man zu tun hat. Juden ist gerade ein bisschen schwierig, aber... Also Islam kritisieren kann man auch. Man muss halt nur gucken, wer gerade zuschaut, ne? Also es gibt es auch, dass du Christen kritisierst und dann schreibt dir so eine gewisse Bubble immer rein. Aber beim Islam würdest du dich das nicht trauen. Und wenn du es dann machst, dann sehen sie es nicht. Oder tun so, als wäre nichts gewesen. Ja, an sich kannst du, also solltest du eigentlich das bei allen Religionen machen können, aber es wird halt bei manchen komisch aufgenommen. Außer du bist jetzt Jan Böhmermann, dann kannst du auch einfach mal sagen, dass man sich nach Juden die Hände waschen muss oder... Ja, und so eine schöne Armbinde tragen und so, weil das ist ja Satire. Man würde ja sonst nicht erkennen, wer das ist. Ich meine, wenn er da mit einer braunen Uniform und so im Schnauzbart sitzt und sowas und der hätte jetzt nicht die Armbinde oder mit einem anderen Logo. Ich hätte keine Ahnung, wer das sein soll. Ich denke, hä, wer verkleidet sich da? Was ist das? Aber ich kenne das nur am Symbol. Ja, ja, die muss man unbedingt, weil sonst weißt du ja gar nicht, dass das Hitler sein soll. Ich finde auch interessant, bei Naitan ist das ein Alert, ne? Ja, der hat einen Jan Böhmermann mit Hakenkreuz-Armbinde als Alert. Das kommt irgendwie in jedem Stream von dem. Wenn den einer subbt, dann hat der so einen Böhmermann als Polizist, wie der so schnipst und dann plötzlich ein Hakenkreuz am Arm hat. Und da ist aber ja gar kein Kontext oder so. Das ist nur irgendwie so eine Sekunde, wie der halt erst ein Polizist und dann ein Nazi ist. Das ist der einzige Kontext da drin. Aber ja, wenn du halt unwissender Zuschauer bist, dann guckst du da halt rein und siehst irgendwie jede 10 Minuten in einem Naitan-Stream ein Hakenkreuz und denkst, hä, warum? Wenn ich das machen würde, ich würde davon von Twitch gebannt werden, oder? Weiß ich nicht. Oder du? Ich glaube, es ist schon Grauzone. Vielleicht bin ich zu irrelevant. Aber wenn das jetzt einer nicht aus der Bibel machen würde, dann wäre das wahrscheinlich schon ziemlich problematisch. Ich glaube, jetzt aktuell nimmt Twitch eigentlich außer DMCA und Massenmeldungen gar keine Meldungen wirklich ernst, weil die nicht genug Mitarbeiter haben. Soweit ich das mitbekommen habe, hat Twitch so viele Mitarbeiter gefeuert, dass die gar nicht bei den Meldungen hinterher kommen. Und die kriegen das entweder mit, wenn wie bei einem Kuchen-TV irgendwie 200 Leute auf einmal melden. Dann rutscht das in der Priorität wahrscheinlich ein bisschen nach oben. Ja, oder es sind halt so DMCA-Strikes, Urheberrecht und so. Das kannst du ja auch viel besser automatisch abgleichen. Und da wirst du halt direkt dann rausgekickt manchmal. Das kannst du halt automatisch. Das ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt einfach sage, Hugo hat mein Video geguckt, dann kann halt ein Bot einfach abgleichen, ob das das ist und sagt, ja, stimmt. Und wenn ich aber sage, der hat aber in dem Video schlechte Sachen über mich gesagt, dann müsste ja erstmal jemand zuhören und das dann bewerten und sowas. Brauchst du ja Mitarbeiter, die das machen. Also ich habe eigentlich nur schlechte Sachen über dich gesagt. Das kann ich auch selber einfach mal Schuldeingeständnis an der Stelle. Von mir aus kann Twitch das aber auch gerne abschaffen. Also ich finde, man kann an sich dann sagen, macht man nur noch vor Gericht Bands. Und selber können die einfach höchstens kurzzeitig sperren, aber nicht mehr dauerhaft oder einfach so unbegründet. Ja, also ich habe eh schon manchmal gedacht, warum ist das eigentlich so, dass jede Plattform eigene Terms of Service hat, die teilweise den Gesetzen widersprechen. Eigentlich könnte man doch sagen, solange du dich an das nationale Recht von deinem Land hältst, alles in Ordnung. Und wenn man irgendwie sagt, das geht aber in manchen Ländern nicht, dann kann man ja in den Ländern noch geoblocken. Also es gibt ja auch Länder wie Türkei oder so, wo dann zeitweise Twitter gesperrt war oder Pornoseiten oder sowas. Also kann man ja auch sagen, manche Streams, die kriegen dann irgendwie einen Tag gesetzt. Kannst du in manchen Ländern nicht gucken. Wenn wir hier Deutsch reden, ist das wahrscheinlich eh relativ egal in den meisten Ländern, ob man das da gucken kann oder nicht. Und VPNs gibt es auch nicht. Ja, sag es denen doch nicht. Oder man braucht ja nicht mal eine VPN. Proxy reicht ja theoretisch. Also ich finde es krass, dass viele immer noch so lange an diesem digitalen Hausrecht festgehalten haben. Ja, ist Quatsch, ne? Weil du kannst ja, also, du kannst doch auch nicht irgendwie als Linker sagen, dieser Konzern hier hat Hausrecht, wenn das Haus einfach um die ganze Welt geht. Das ist ja quasi so, wie der König bestimmt was in seiner Burg geht und dann sagst du, wie groß ist die Burg? Und er sagt ja, überall. Naja, ist ein bisschen doof, ne? Und es ist interessant, dass das immer wieder aus einer linken Bumble gefordert wird. Also sich selbst als Link. Also ich fände es gut, wenn die Plattformen halt einfach sagen, ey, halt dich an dein Gesetz. Der Rest ist deine Sache, so wenn die da nicht groß vorgehen. Und vielleicht, dass sie irgendwie vorzeitig so eine temporäre Sperre machen können, wenn du irgendwie sagst, hier wird gerade jemand gedockst oder hier streamt gerade jemand einen Amoklauf oder so. Dass die dann irgendwie sagen, so der kriegt jetzt eine Woche Sperre und so lange wird das dann erstmal geprüft vor Gericht oder irgendwas und dann mal gucken. Gut, eine Woche ist wahrscheinlich, müsstest du ein Heilverfahren haben. Aber sowas meine ich halt. Also wenn, es gibt ja Sachen, die wirklich klar sind, wo du weißt, wenn da jetzt einer mit dem Gewehr rumrennt und der knallt da Leute ab, dann wüsstest du ja schon, das gibt glaube ich kein Land der Welt, wo das legal ist. Deswegen kann man da auch, ist man auch auf der sicheren Seite, weil man den Kanal jetzt erstmal zumacht. Ich glaube, es gibt schon Länder, wo das legal ist, solange es die richtigen Leute sind, aber... In Amerika auch. Ne, nicht unbedingt Amerika, aber in manchen Ländern ist das ja gar nicht so ungewollt von der Regierung, dass du Leute umbringst, die falsche Sachen machen. Ja, aber du sollst das nicht streamen, oder? Achso, ja gut, kann gut sein. Ich glaube, man will nicht, dass man das sieht. Ich glaube, da haben die meistens nicht so drüber nachgedacht, ob es da für eine Regelung da extra gibt. Ich glaube, im Zweifelsfall wirst du dann auch einfach erschossen, das passt dann schon. Ja, oder man schießt dir so die Kamera aus der Hand und sagt, kleine Korrektur, jetzt bitte weitermachen. Ich finde das eh krass, dass wenn so Sachen sind, wo es unklar ist, warum immer gleich der ganze Account weg sein muss. Ich finde, in so einem Fall wie bei Kuchen hätte es vielleicht ja eigentlich auch gereicht, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, der kann jetzt mal sieben Tage nicht streamen, aber der Account muss ja nicht gleich weg sein. Ja, man macht das ja so gestaffelt, ne? Erstmal machst du, glaube ich, 24 Stunden, dann sieben Tage, dann einen Monat und dann ganz weg oder so. Ich hatte auch schon mal, ich glaube, 24 Stunden Bann oder drei Tage oder so, irgendwie so eine kleine Sache. Kennst du den Kanal 61 Minuten Sex? Ja, aber ich glaube, den gibt es nicht mal mehr, traurige Geschichte. Den gibt es wieder. Ach, den gibt es wieder. Jedenfalls, der hat ja erst Aufklärungsvideo gemacht, Aufklärungsvideo ist so zehn Jahre lang oder so hat der das gemacht, ewig lange. Und der hatte früher immer das Typische so, der hat eine Banane rausgeholt oder der hatte irgendwie, die hatten sich so Ganzkörper-Nylon-Anzüge angezogen, um irgendwelche Posen vorzumachen. Und irgendwann hat der mitbekommen... Educational Videos auf YouTube. Ah, ich weiß nicht, worauf es rausläuft. Da hat er gesagt bekommen, educational darfst du auch alles zeigen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, Kondom-Tutorial. Und dann hat er die Hose runtergelassen und vorgemacht. Ich weiß auch nicht, ob das sein muss. So an sich auf YouTube, aber ist natürlich dumm, wenn er das dann auf Twitch streamt. Jedenfalls hat er dann noch gesagt, ja, Prostata-Untersuchung und Hodenkrebs-Untersuchung, beides wichtige Sachen. Ja, und hat halt jeweils auch ein Video gemacht, wie er beim Arzt ist und sich da untersuchen lässt. Aber du hast das... Hast du das nicht gemerkt, als du das gesehen hast und schnell weggeschalten so? Also... Ja, aber warte mal. Also ich hab... Ich wusste, dass man seinen Kanal jetzt eigentlich nicht einblendet. Jedenfalls wurde der Kanal, nachdem diese Videos ein halbes Jahr schon da waren, wurde der gelöscht. Und ich hatte, während der noch da war, den mal zu einem Talk eingeladen. Und das war aber so, hast du nächste Woche Zeit. Und in dieser Woche wurde der gelöscht. Also der war zwei Tage nach seiner Löschung bei mir zu Gast und hat gesagt, wie, hast du gar nicht mitbekommen, ich wurde gelöscht vorgestern. Und war so, oh. Ja, und dann, ja, hab ich mich nett mit ihm unterhalten. Ich mag den auch ganz gerne. Der, ja, wir haben auch danach noch privat manchmal geredet. Und er wurde irgendwann entsperrt, nach einem halben Jahr oder so. Und hat so ein Dankesvideo gemacht, wo er meinte, danke für all die Leute, die in der schweren Zeit zu mir gehalten haben, mit mir geredet haben. Und da hat er mich erwähnt. Aber warte mal, nur weil der von YouTube gesperrt ist, heißt das ja nicht, dass du auf Twitch nicht... Nee, 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 er war auf YouTube wieder da. Da war alles noch okay, jedenfalls. Er war auf YouTube wieder da, hat mich gegrüßt, das hab ich geguckt. Und dann hat er gesagt, ich werd die Tage auch mal bei Twitch streamen. Und dann hab ich runtergescrollt, in der Beschreibung war kein Link. Und dann dachte ich, auf der Kanalseite ist doch ein Link. Und hab einfach nichts ahnd sein Kanal angeklickt. Und auf dem Thumbnail waren halt schon Penisse drauf. Und dann dachte ich, jo, fuck, schnell aufs Streamdeck gedrückt. Und es waren ein, zwei Sekunden im Stream, Thumbnails zu sehen, wo man den Penis sieht. Es hat nicht einfach gereicht, dass du das VOD löscht. Nee, und die Begründung, also ich hab das VOD gelöscht. Ich hab direkt umgeschaltet, gesagt, sorry, wollte ich nicht. Und ich hab dann eine E-Mail bekommen. Da stand, du kriegst jetzt hier drei Tage Pause. Und die Begründung ist unabsichtliche Nacktheit. Also da gibt's auch noch mal eine Unterscheidung, ob das Absicht ist. Das war ja auch das Ding bei der einen, die versehentlich auf Twitch gestreamt hat. Die wollte eigentlich wirklich auf Onlyfans, also wirklich. Ja. Also die Buttons hab ich auch direkt nebeneinander auf dem Streamdeck, natürlich. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich statt Aufnahme auf Stream gedrückt hab. Ich dachte manchmal, ah, wär peinlich, wenn das passiert, dass ich dann so ein Skript ablese und immer neu anfange. Ist im Stream irgendwie doof. Naja, aber ist noch nicht passiert bisher zum Glück. Also wär das bei mir nur ein bisschen peinlich. Und ich würd jetzt nicht unbedingt direkt die Hose runterlassen. Aber ja, das waren nur fünf Tage, glaub ich, was sie gekriegt hat, ne? Ja, ich hab für YouTube-Aufnahmen extra Profile in OBS. Ich hab ein anderes OBS sogar. Ah, gut. Dann kann's ja eigentlich noch weniger passieren. Dieses Streamlabs OBS hab ich noch. Und da hab ich dann ganzen Video-Settings. Weil sonst hat das immer Probleme gemacht mit der Sammlung, die man da umstellt und sowas. Ich hab einfach eine eigene Szenensammlung und ein eigenes Profil. Ja, das hatte ich auch mal. Aber das hat beim Wechseln immer irgendwie Probleme gemacht, dass man dann da irgendwas neu einstellen musste. Dann dachte ich, ja, fuck it, ich hab ja noch ein OBS, nehm ich halt das. Aber ich find's an sich, also die Idee ist ja ganz gut, dass man zwischen unabsichtlich und absichtlich unterscheidet. Das Problem ist, dass man eine Intention nicht immer so leicht erkennt. Ja. Ich mein, bei dir war's jetzt klar? Hättest du ein Problem damit, wenn Leute auf Twitch einfach komplett blank ziehen? An, mh, also an manchen Streams muss ich schon sagen, es geht ein bisschen weit. Es nervt, weil es halt irgendwie, dir wird das auch die ganze Zeit vorgeschlagen. Das ist das Problem. Mhm. Aber ich fänd zum Beispiel einen, einen Nudisten, der einfach casual nackt ist, fänd ich weniger sexuell, als jemand, der so nur das Mindeste bedeckt und die ganze Zeit den Fokus drauf lenkt. Aber der Nudist wär verboten. Und das geht halt nicht. Wenn einer irgendwie FKK macht oder so, dann soll der das halt machen. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Es ist halt dann noch mal schwieriger, das zu unterscheiden. Ja, klar. Ich schätze mal, das ist das Problem. Weil das kann, ob das jetzt sexualisiert wird oder nicht, ist halt eine sehr große Sache von einfach nur Ermessen. Und da ist es dann halt, sag Twitch lieber mal, wir ziehen da die Grenze. Hm. Ich hab das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Amerika-Ding. Also gut, du bist ja jetzt ein bisschen jünger als ich. Ich weiß noch, damals im Fernsehen war irgendwie Nacktheit schon dabei irgendwie. Und das war jetzt nicht so schlimm. Aber bei Gewalt war Deutschland, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender. Und das ist, glaube ich, durch Internet und durch Amerikanisierung so ein bisschen gekippt. Dass man jetzt, also Internet ist ja, ist ja, ähm, Nacktheit wahnsinnig schlimm und Gewalt geht aber irgendwie klar. In manchen Teilen bestimmt. Also man darf ja hier auf Twitch, so Nacktheit wär jetzt, wär jetzt schwierig, aber so Spiele, die enthalten ja auch viel Gewalt. Aber du dürftest kein Spiel spielen, wo man, äh, wo man, äh, sexuelle Handlungen sieht, oder? Da gäb's dann natürlich Probleme. Ich frag mich eh, wie das ist. Also das war eh schon mal so eine Frage von mir. Ich mein, theoretisch, wenn du jetzt so ein Pixelart hast, von so einer nackten Person, das ist ja für Twitch kein Profil, äh, kein Problem. Aber ab wie viel Pixeln ist es denn, ist es denn eben das Problem? Philosophie. Also es muss ja dann irgendwo eine Pixelgrenze geben. Ich hab das irgendwie, die gleiche Frage auch schon mal mit Dickpics gestellt, aber ich hab mal überlegt, ein Video darüber zu machen, dann ist es aber leider eingeschlafen. Ich hab einen Jura-Studenten in der Community und ich hab den gefragt, ab wo ist es ein Dickpick eigentlich? Wenn ich jetzt ein Bild mit einem Kugelschreiber male, dann würden wahrscheinlich alle Nein sagen. Aber wenn ich das schon so richtig realistisch male, wenn ich so ein richtig guter Maler bin und ich, vielleicht hab ich sogar ein Foto als Vorlage und ich male das richtig gut ab oder wenn ich so Filter drüberlege, wo die Grenze wäre. KI generiert wäre ja auch nochmal so eine Sache. Ja, die meisten KIs wollen das irgendwie nicht. Die sind so ein bisschen vorsichtig. Es gibt einiges, soweit ich weiß. Das ist ja auch nochmal so eine Debatte, wie weit das erlaubt sein sollte. Ja, es gibt so, auch so Underground-KIs, die dir auch Bilder generieren, was die anderen nicht machen wollen. Das Problem ist hier halt auch, wenn man jetzt so sagt, man erlaubt das im KI-Bereich. Du kannst ja nicht sicherstellen, dass die dargestellten Sachen da, dass die alle volljährig sind. Also wenn du jetzt in der KI schaffst, bitte erstell mir ein Kinderporno, dann wäre es schon okay, wenn dann die Polizei klopft. Genau, so ist es. Aber du hast halt keinen Pass von diesen Leuten. Du kannst nicht sagen, ob die über 18 sind oder unter 18. Und wenn du sagst, du erlaubst es, weil ja niemand zu Schaden kommt, wann ist dann der Punkt, wo es echte Darstellungen gibt, die dann einfach als KI generiert weg argumentiert werden? Ich habe mich auch gefragt, wer eigentlich eher ein Pädo wäre. Jemand, der auf eine Frau steht, die einen Tag unter 18 ist, aber total frühreif ist und so richtig erwachsen aussieht. Oder eine, die einen Tag über 18 ist, die aber so richtig kindlich noch aussieht. Ist ja beides legal. Eigentlich wäre doch der Pädo. Stimmt, die Grenze ist bei 16 sogar, oder? Die Grenze ist bei 14. Was? Nein. In Deutschland schon. Da gibt es aber noch mal Abstufungen, glaube ich, oder? 14 bis 21 ist unproblematisch. 16 ist unproblematisch. Aber es kommt doch an, wie alt du selber bist, glaube ich, oder? Ja, ja, wie gesagt, also 14 bis 21 ist der Rahmen, in dem alles in Ordnung ist. Sobald beide unter 14 sind, ist alles in Ordnung. Sobald einer über 14 ist und der andere unter 21 ist es in Ordnung und ab 16 ist alles egal. Hm. Okay. Ja, ich hätte da jetzt, also ich hätte da keinen Bock drauf. Ich fände das, ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, warum, ich weiß nicht, was soll ich denn mit einer 18-Jährigen? Die ist ja noch im Kopf ganz woanders. Ich kann das doch beim Wendler uns so gar nicht nachvollziehen. So was, was reden die denn miteinander? Ich glaube, ich kann... Das ist so ein 50-Jährige und eine 18-Jährige. Also irgendwie, das ist doch eine völlig seltsame Beziehung. Beim Wendler kann ich eh recht wenig nachvollziehen, würde ich mal sagen. Ja, schon. Der ist halt auch schon mal auf einem anderen Level irgendwie, aber... Ja, also... Weiß ich nicht. Meinst du wirklich, der ist hier intellektuell krass überlegen? Ja, gut. Ja, der nicht wahrscheinlich. Das halte ich schon eher für eine krasse Unterstellung. Ja, ich weiß nicht. Kann auch sein, dass die einfach kaum reden. Dass der die nur begrapscht. Aber ist auch irgendwie komisch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich fände das irgendwie hart unangenehm, aber na gut, ich muss ja nicht. Zum Glück. Es ist aber tatsächlich eine gute Frage so. Also ich glaube, Pedo bist du eh nur, wenn du auf welche stehst, die noch nicht in der Pubertät sind. Also ist selbst... Also ist... Über 14, da ist eh vorbei. Aber die Pubertät, die kommt ja nicht bei allen gleich früh. Genau, das ist es eben. Das ist nicht so leicht zu definieren. Ja, das ist ein bisschen... Gut, man muss halt irgendeine Lösung finden, deswegen nimmt man dann einfach den Geburtstag. Aber an sich... Aber zur Dickpick-Frage zurück. Wenn du jetzt einen Dickpick bekommst, würdest du das zur Anzeige bringen? Wenn ich eins bekomme, dann würde ich das nicht zur Anzeige bringen, aber ich würde den Account melden, denke ich mal. Und wenn dir jemand eine Bleistiftzeichnung schickt? Es kommt drauf an, wenn das jetzt ein Freund von mir ist, dann weiß ich, dass das ein Joke ist. Aber... Ja. Wenn das so ein Random-Account wäre und das die erste Nachricht wäre, wäre das trotzdem weird. Ich glaube, ich würde ihn trotzdem mal blockieren. Das würde nicht so einen positiven ersten Eindruck erzeugen. Am besten wäre es doch eigentlich, so eine Rechtsberatung dazu zu kriegen. Vielleicht kann ich ja Christian Solmecke in einen Podcast einladen und ihm vielleicht erst ganz andere Sachen erzählen, wo er dann mehr Bock hat. Und dann rede ich aber den ganzen Tag nur über Dickpicks. Und sage, wenn ich jetzt ein bisschen Farbe da drauf mache, kann ich das dann als Kunst vielleicht durchkriegen? Was ist, wenn ich Wackelaugen draufklebe? Ja, mach das, mach das. Ich glaube, Solmecke ist eh ganz gerne bei Kooperationen dabei. Ja, bisher habe ich noch nicht mit dem geredet, aber ich würde halt nur so einen Quatsch machen wollen. Also es geht ja, wie gesagt, ich bin da schon eher so, habe da eher so eine Hacker-Mentalität, glaube ich. Ich würde eher sagen, wie bei anderen Gesetzen. Ja, vielleicht lade ich den echt mal ein und frage den das dann einfach. Aber meistens wollen die das nicht. Es wird ein kleiner Hut gerade vorgeschlagen. Es gibt doch bei, na gut, kennst du noch nicht. Wie heißt das? Tequila oder so? Gibt es doch mit so, so, mit so einem kleinen Sombrero auf der Flasche oder so. Wäre ja eine Option. Gut, anderes Thema. Ja, oder, dann kannst du auch natürlich die Frage stellen, wie viel Blur ist denn Blur genug? Ich sehe, du hast, du hast, die Grundvoraussetzungen für Philosophie. Ich wette, Diogenes und so, die haben, und Sokrates, die haben auch über solche Sachen manchmal geredet. Das hat man dann halt nicht nicht aufgeschrieben. aber die hatten bestimmt auch lange Abende bei Rotwein, wie sie über sowas geredet haben. Also unser Talk, der bleibt ja für immer auf YouTube. Also hoffentlich. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsste er ja für immer auf YouTube bleiben, oder? Also werden die Server von YouTube irgendwann abgestellt und dann kann man das, wird es den ganzen YouTube-Content nicht mehr geben? Kann sein, ja. Vielleicht wird dein Kanal auch einfach gelöscht. Vielleicht willst du selber irgendwann raus. Vielleicht zeigt Kirchow dieser Kanal hier, der Handel klingt schon ein bisschen sass. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Also kann sein, man hätte wahrscheinlich auch eine Zeit lang gedacht, dass bei gewissen Online-Games die Server nie ausgehen werden, oder man hätte vielleicht auch früher gedacht, DVD, das ist das Ding, das bleibt jetzt. ne? Weiß ich nicht, man dachte bestimmt auch bei Bibliotheken, das bleibt da jetzt für immer drin stehen und dann verschwinden die doch nach und nach oder so. Ja, manche Sachen werden ja wahrscheinlich für immer überliefert werden. Ob das jetzt unbedingt dieser Talk hier sein muss, weiß ich nicht, aber manches würde ja bleiben. Also hoffe ich. Naja, so Plattformen, so Plattformen könnte ich mir schon vorstellen, dass die verschwinden irgendwann. Also MySpace oder sowas oder SchülerVZ ist ja auch einfach irgendwann weg gewesen. Kann ja sein, dass auch der Mixer, ist MySpace nicht sogar, das hat glaube ich irgendwann, wer hat das gekauft? Microsoft oder so, Yahoo oder so? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall, aber das war ja eine Streaming-Plattform, oder? Oder gab es da auch Videos? Ne, MySpace, das war eher sowas wie Facebook so ein bisschen, aber ist viel mit Musik-Fokus. Ja, Mixer war eine Streaming-Plattform und die haben auch, die haben sich da irgendwie Ninja gekauft und Shroud und so, die haben sich die ganzen großen Streamer von Twitch gekauft und sind dann einfach zwei Jahre später pleite gegangen. Bringt dein Nix ein paar große Streamer, du brauchst das Mittelfeld. Die haben dann irgendwann so ein, so ein Deal sind die eingegangen mit Facebook Gaming und dann haben die gesagt, die Mixer-Leute, die können ja bei Facebook Gaming weiter streamen, aber das macht natürlich kein großer Streamer, also wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, Streamer bist und dann fragen ja alle irgendwie Twitch, YouTube, Kick oder so, da wird ja, also wenn du Facebook Gaming sagst, das guckt ja kein Mensch. Ja, ich bin auch nicht so besonders überzeugt von Kick, aktuell halte ich Twitch doch so fürs Stabilste, was es gibt. Ich freue mich auf die neue Plattform, die kommen wird. Es gibt da so eine Streamerin bei Twitch, die hat groß angekündigt, sie wird jetzt in Konkurrenz zu Twitch aufbauen. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich vermute gar nichts, aber man weiß ja nie. Vielleicht baut ja Stays seine eigene Streaming-Plattform auf. Ja, eine Gewerkschaft hat er ja schon. Ja, mit seiner Gewerkschaft, was? Wie heißt das nochmal? DSK ist das, Deutsches Streamer-Kollektiv. Cooler Name an der Stelle. Bist du Mitglied? Ich bin auf dem Discord-Server. Haben sie dich nicht angenommen? Ich glaube dann, nee, also ich glaube, ich bin damit dann Mitglied, oder? Ich glaube, das ist ja nicht mehr als ein Discord-Server. Ich bin halt noch nie zu so einem Treffen hingegangen. Ich glaube, du kannst joinen und wenn du nicht groß genug bist, dann nehmen die dich nicht an. Ich glaube, du brauchst 50 durchschnittliche Zuschauer. Oha, ich könnte glaube ich auch rein zu Lamsang. Ich weiß nicht, bin ich da noch drin? Ist das hier? Ja, doch, doch, hier ist der. Ich kann nicht draufklicken, weil ich übertrage ja gerade deinen Discord. Wenn ich da draufklicke, dann übertrage ich deren Server. Das darf ich ja wahrscheinlich nicht. Jaja, ich bin da drin, aber ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich gucke da nicht groß rein. Ich wollte es, größtenteils wollte ich einfach ausprobieren, ob ich da reingehen kann. Einfach mal, weil ich glaube, Erwin hat große Töne gespuckt, von wegen, wir dürften da auf keinen Fall rein und die wollen uns doch ausschließen. Und dann dachte ich, ich lege das mal an, ich gucke mal. Und dann dachte ich, nee, ich kann da reingehen. Ich werde nicht aufgehalten. das ist auf jeden Fall gut. Also, Huch ist glaube ich auch drauf, auch wenn sie den eigentlich lassen. Das sind glaube ich mehrere Leute, die man nicht so mag. Das war ja irgendwie deren Selbstanspruch, dass sie gesagt haben, hier dürfen auch Leute drauf, die wir sonst nicht leiden können. Ich kann ja mal petzen, wer da dabei ist. Also im Vorstand sind Stay und Herr Newstime und Sprecherin ist Amaya Juli. Das sind hier extra Rollen. Und dann gibt es hier DSK-Mitglied als Rolle. Das ist zum Beispiel Dara, der ist nicht mehr im Vorstand. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich bin auch DSK-Mitglied. Die haben nur irgendwie die Rolle DSK-Mitglied hatten die zweimal da. Und ich weiß nicht genau, in welcher von beiden ich da war und warum. Weil das hat die gleiche Farbe und das hat hier auch so Gruppierungen. Ich bin irgendwie in der zweiten Kategorie. Also die Rollen heißen genau gleich und die haben genau die gleiche Farbe. Ich weiß nicht, ob der untere Abschnitt irgendwie DSK-Mitglieder zweiter Klasse sind, denen man trotzdem irgendwie zeigen möchte. Hä, wieso bist du auch Mitglied? Hier bist du auch gelb. Ich schätze, das ist halt echt. Wahrscheinlich die ersten Mitglieder kamen dann noch Zugriff auf Extra-Channels, wo dann so besprochen wird. Weiß ich nicht. Wo dann so geheime Dinge besprochen werden. Wo über die anderen gelästert wird. Das sind auf jeden Fall gerade online sind 86 Mitglieder von dem ersten Rang und 15 von dem zweiten. Und ich bin in dem zweiten und ich kenne keinen von den anderen Streamern. Ich glaube, die sind auch alle problematisch wahrscheinlich. Ja, aber es sind hier nochmal online. Ohne Rang sind 900 Leute. Und ich bin, immerhin bin ich einer von den Mitgliedern, der nicht einfach nur mit, einfach nur online ist, sondern ich habe sogar so einen Mitgliedsrang. Aber es gab jedenfalls so Treffen, wo die dann gesagt haben, wir kommen jetzt hier alle zusammen und dann stimmen wir ab über den Vorstand und sitzen hier zwei, drei Stunden und verhandeln unsere Satzung. Da hatte ich ja gar keine Lust drauf. Nee. Warum? Es ist halt, es ist halt irgendwie peinlich, oder? ich weiß ja nicht. Die haben sich halt auch, die haben sich ja am Anfang auch gewundert, dass so wenig Leute da mitgemacht haben. Also, dass sie gesagt haben, hey, da sind ja alle Streamer einfach reingegangen. Aber aktiv sind irgendwie nur fünf von denen oder so. Warum denn nicht? Aber ja, wenn du Streamern, die eh ihre Zeit am Computer eigentlich in ihrem eigenen Stream verbringen, dass du die nicht unbedingt dazu kriegst, dass die ihre Streamzeit sausen lassen, um mit anderen im Discord zu sitzen, hätte ich euch vorher sagen können. naja. Bist du da drin? Also, die Frage hier ist gerade, achso, ob ich hier, ob ich da überhaupt rein könnte, weil ich ja nicht im Dachraum bin. Ja, jetzt gerade nicht, aber ich glaube, das zählt trotzdem. Ich bin ja für eine deutsche Zielgruppe, oder? Ist da Karl nicht auch drin? Er ist doch auch in Irland, aber ist halt deutscher Streamer. Karl, mein Abschluss... Also, ich glaube nicht, dass die Bubble jetzt irgendwie sagen würde, ja, okay, du bist zwar eigentlich ein Deutscher und du redest auf Deutsch, aber, ne, du bist im Ausland raus. Ich glaube nicht. Du könntest da schon rein. Du musst es ja keinem sagen. Also, die gucken wir jetzt nicht in den Pass oder so. Ja, das wäre wild. Aber vielleicht guckst du dir so auf die Hautfarbe. Na, du wurdest ja schon eingeordnet. Du bist ja White Passing. Alles in Ordnung. Ich bin White Passing. Ich dachte, ich bin einfach White. Ja, stimmt, stimmt. Du bist ja... White sind ja nicht nur Deutsche, Schweizer ja auch, richtig. Du bist sogar German Passing. Du machst gar nicht beim Reden Krick, rack, rack, so oder so, ne? Ne, ich versuche immer mein bestes, normales Deutsch zu sprechen. Aber ist das in deiner Area so, dass die anderen auch klares Deutsch reden? Weil ich war früher manchmal in der Schweiz so zum Ski- oder Snowboard fahren und in manchen Regionen habe ich die Leute echt schwer verstanden. Ich verstehe vieles, aber ich eigne es mir nicht an. Hast du so Wörter, die du kennst, die ich wahrscheinlich nicht kenne? Nicht, dass ich jetzt direkt wüsste. Also weder Schweizer noch Österreicher Wörter? Ich weiß nicht. Also, es gibt so... Es gibt so einige, die jetzt auch in Süddeutschland benutzt werden, wo sich... Aber mir fällt jetzt nicht direkt ein, wo ich sagen würde, das benutze ich und das würdest du jetzt nicht kennen. Ich versuche normal zu sprechen. Das Einzige, was mir richtig oft rausrutscht, ist so ein Fragst. Aber das ist aber Österreich, ne? Ich schätze, es wird auch in Süddeutschland gemacht. Also, ich glaube, das ist umso südlicher, du gehst umso schlimmer. Also, du fragst dich nicht was, sondern du fragst dich was. Hier wird mir ein Wort vorgeschlagen, das kenne ich nicht. Äh, Töggeli-Kasten. Was ist das denn? An der Stelle bin ich auch ratlos. Okay. Na gut. Ich hatte manchmal mir vom Schweizer Fernsehen, von SRF, habe ich mir diese Sternstunde Philosophie angeguckt. Da geben die sich Mühe. Aber es gibt noch eine Sendung, da reden die zwei Moderatoren miteinander. Das heißt, Bleisch und Bossart und da verstehe ich dann echt teilweise nichts mehr. Oder nur noch ganz schwer. Die kommen aus, ähm... Boah, so Bern oder so, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob die Regionen da unterschiedlich sind. Ich glaube, manche sind ein bisschen krasser mit dem Dialekt, ne? Ja, ich komme, also da ist eigentlich der reta-romanische Teil. Das ist nochmal was anderes. Das spreche ich aber nicht. Weil das wäre auch nochmal eine extra Sprache, die ich jetzt nicht so direkt bräuchte. Wenn ich noch eine Sprache lernen würde, dann wäre es nicht reta-romanisch direkt. Oder Schweizer-Deutsch einfach. Ne, ich bin mit Deutsch und Englisch eigentlich ganz zufrieden, aber wenn ich noch eine Sprache lerne, dann wäre es wahrscheinlich eigentlich Spanisch, oder? So. Ist, glaube ich, am sinnvollsten. Da kommst du auch in Amerika gut weiter mit, glaube ich. Dann kannst du mit den Latinos abhängen. Ja, das ist wahr tatsächlich. Also, wenn du mit Leuten sprechen willst, die tatsächlich arbeiten, dann musst du Spanisch können. Die schlechten Jobs arbeiten. Ne, die Jobs, die actually Arbeit sind. Ja, ja, so. Die Leute, die dir das Dach reparieren für zwölf Dollar oder so, mit denen musst du Spanisch reden. Ja, aber sonst kann ich jetzt diese Dialekte oder so meistens verstehen, aber nicht besonders gut nachmachen oder so. Ich finde, das ist auch kulturelle Anleitung. Geht gar nicht. Ja, ich finde, ich finde, man sollte sich Kulturen aneignen. Kulturen sind was zum Teilen. Sollten alle mitmachen. Ich finde, ihr könnt euch gerne alles aneignen, nicht? Ich fände mir aber schön, Wieso? Ja, man nimmt denen ja was weg. Ne, die können ja weiter das machen. Ach, geht das? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Soll ich gehen, ja. Also, man muss nicht tauschen. Dann kann das ein schwarzer immer noch machen. Ja. Ja, ich muss halt ein bisschen warten, aber irgendwann könnte ich das vielleicht wieder. Aber, also, die gehen da nicht weg von den anderen. Ich kann das schon aus meinen Haaren herstellen. Ich muss da niemandem seine wegnehmen. Krass. Ich habe das sogar schon mal gemacht. Also, ich hatte sogar schon mal welche, habe in einem Viertel gewohnt mit sehr vielen Schwarzen und die Einzigen, die sich darüber beschwert haben, meines Wissens, waren immer Weiße. Dann warst du halt so umgeben mit solchen unterdrückten Women for Trump-Leuten, glaube ich. Ich glaube, ja. Weil an sich fühlen das ja nur Rechte. Das muss man natürlich wissen. Also, das, wie gesagt, das Viertel, wo ich war zu der Zeit, als ich die hatte, da waren viele so Grüppchen, die halt auch draußen so Boxen aufstellen und Reggae hören und sowas. Und die reden dann auch nur Englisch mit dir. Das fand ich eigentlich immer ganz cool, weil die reden ja auch so ein geiles Englisch. Aber die haben mich dann teilweise mit Big Up oder so begrüßt und dann dachte ich so, ja, Mann, ich bin integriert. Geil. Ich fand das ganz gut eigentlich. Ich verstehe eh nicht, warum man das verbieten möchte, was da das Problem genau ist. Ich finde, das hat halt einfach die Vorteile. Wenn du dir jetzt Stratts machen würdest und du würdest mit mir durch das Viertel gehen, garantiert gäbe es ein paar Schwarze, die würden auf dich zeigen und sagen, ey, Rostermann oder sowas. Also, die sehen das nicht so sehr als Beleidigung, wenn man denen das unterstellt, zumindest nicht die, die ich kennengelernt habe. Ja, also ich kenne ja auch einige Schwarze so. Die meisten haben auch mit sowas tatsächlich viel weniger Probleme, als ich es irgendein Weißer ausdenken würde. Es gibt Schwarze in der Schweiz? Mittlerweile, ja. Gut, jetzt in Florida gibt es die, aber... Also, ich kenne ein paar Schwarze. Keiner davon hat ein Problem damit. Und auch keiner davon ist dafür, dass Weiße keine Memes mit schwarzen Leuten mehr verwenden dürfen. Ja, das ist wieder die Form von kultureller Aneignung, die wir weglassen könnten, die von Amerika, weil das kommt ja von euch, ne? Dass man keine Liebe zu schwarzen Leuten verwenden darf? Ja, Digital Blackfacing und Manspreading und so. Ich kenne das ja alles schon. Ich habe das ja immer, bevor das hier gewesen ist, schon mal irgendwo im amerikanischen YouTube gesehen, dass jemand sagt, oh mein Gott, Leute, ihr glaubt ja gar nicht, was bei BuzzFeed steht oder sowas. Und dann guckst du dir da ein Video zu an und denkst, oh wow, das ist ja wirklich bekloppt in Amerika. Und dann drei Jahre später siehst du dann irgendeinen Deutschen bei TikTok, der sagt, boah, es ergibt ja voll Sinn. Und denkt, oh scheiße, sie haben es gefunden und sie nehmen es ernst. Weil das ist wirklich, das ist, das dauert sehr lange teilweise. Wäre ja bei manchen gar nicht so unbedingt notwendig, glaube ich, schätze ich. Ja, manchmal denkt man auch, man überspringt das eine vielleicht, aber nee, es kommt dann irgendwie immer doch. Und auch die meisten Schwarzen, lustigerweise, ich habe jetzt nicht so arg viele gefragt, aber zwei habe ich mal gefragt, ob die ein Problem damit haben, wenn du einfach mal das N-Wort zitierst. Also ob die irgendein Problem damit hätten, solange du dagegen bist. Wenn du das, ob das für die einen Unterschied machen würde, jetzt so von der Beleidigung her, ob du das N-Wort nennst oder es einfach aussprichst, solange du dagegen bist. Ja, kommt ja darauf an, in welchem Kontext auch. Ich suche hier gerade was raus, ich zeige es gleich, pass mal auf. Weil es ist ja, eigentlich können ja so ein paar Buchstaben nicht wirklich einem Menschen was antun, solange die Meinung dahinter nicht das Schlimme ist. Ja, es geht um die Botschaft, ne? Genau, aber wenn du das Wort verurteilst, macht es eigentlich wenig Unterschied, ob du es voll aussprichst oder nicht. Ja. Warum bei TikTok anmelden, was soll das? Ich will mich nicht anmelden, ich will... Man kann das auch nicht pausieren, solange. Was für einen Scheiß. Ich wollte doch einfach nur sehen, von wann das war. Ich wollte einfach nur... Hier. Kann man bei TikTok nicht einfach das Kack-Video pausieren oder gucken, von wann... Aber ich kann es dir zeigen, hier. 2021 mitreden. Bla, bla. Ich habe auch 2021 ein Video dazu gemacht. Da gab es hier diese Frau, die hat gesagt, auf TikTok teile ich Memes und dann wurde mir gesagt, das ist Digital Blackfacing, das macht man aber nicht. Pui, pui. 2011. Und es gab hier schon von BBC News von... Das geht natürlich gar nicht. 2017 gab es das schon, wo diese Frau sich über Digital Blackfacing beschwert hat. Immerhin mehr betroffen als diese weiße, blonde Frau von Mitreden. Naja, da gab es aber auch Schwarze, die gesagt haben, warum machst du dir denn die Haare so glatt? Du eignest dir von den anderen ja auch was ab. Kultur ist Austausch. Kommt miteinander klar, was soll das? Hört mal auf, die Grenzen sind wir so hochzuziehen. Ich finde das mit den Grenzen eh dumm, dass man da immer sagt, ja, Schwarze dürfen das, Weiße dürfen das, also, und alles andere wäre rassistisch. Ich glaube, da hat man echt noch nie einen Rassisten gehört. Wenn man glaubt, dass ein Rassist dafür ist, dass alle sich alles aneignen dürfen, dann hat man vielleicht einfach zu wenig Kontakt mit Rassisten gehabt. Ja, es gibt ja unterschiedliche Formen von Rassismus. Bei euch da drüben in Florida habt ihr wahrscheinlich den Ku Klux Klan, die sind jetzt auch nicht so Fan davon, wenn weiße Dreadlocks tragen. Aber es gibt dann ja noch den unterschwelligen Alltagsrassismus, den wir alle internalisiert haben und du merkst ja gar nicht, wie du denen immer Leid zufügst. Das ist ja nochmal ein Next Level. Füge ich denen weniger Leid zu, wenn ich keine Dreadlocks mehr trage im Umkehrschluss? Das musst du die Betroffenen fragen. Nee, sorry, ich werde die Betroffenen nicht mit allem Müll belästigen. Das tut mir wirklich leid, aber das kann ich denen nicht antun. Also, ich kann dir sagen, wenn du in Deutschland zu einer Reggae-Party gehst, da siehst du einige Betroffene, die das nicht schlimm finden, aber bei TikTok siehst du dann einige Betroffene, die es dann doch schlimm finden. Das sind aber nicht die, die ich je kennengelernt hätte. Deswegen, ich weiß es ja nicht, welchen Betroffenen man jetzt zuhört. Kann man TikTok Die Betroffenen, die neben mir gesessen haben, die sind eigentlich immer cool damit gewesen, aber im Internet findest du dann auch welche, die es nicht gut finden. Ich glaube, im Normalfall hat TikTok meistens recht. Ich habe auch im privaten Umfeld schon Transmenschen kennengelernt, die Harry Potter gucken. Das ist wieder so ein Woman for Trump-Ding. Du musst da aufpassen. Du findest dich in einer gefährlichen Bubble. Ich glaube, bei diesen Menschen würde Shuyoka dann auch sagen, nein, 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 du darfst das nicht. Ich weiß besser, wie ihr euch fühlt als ich. Als ihr. Egal. Ach, bei Shuyoka brauchst du nicht die die Satzbildung zu genau formulieren. Das passt schon. Ich find's aber schon bezeichnet. Das sind meistens Allies, ne? Also auch Leute, die mit denen du aneinander geraten bist oder die du kritisiert hast. Also egal, ob es jetzt Shuyoka ist oder Karl oder Seth Van Doom oder Naitan oder Kirchow oder so, die sind ja alle nicht trans. Ich weiß nicht, ist Kirchow wenigstens schwul oder sowas? Ich glaube, das sind alles einfach ganz normale Heteros, oder? Kirchow hat drinstehen in seinem Twitter-Profil Pan und Forever in Love with Her. Okay. Also, ich glaube, ich hatte noch nie was mit einem Mann, immer Frauen und ich bin auch mit einer Frau zusammen. Aber ich könnte es auch mir vielleicht vorstellen. Ganz theoretisch könnte es ja diesen einen geben, bei dem würde ich es nicht ausschließen. Ja, ich bin dann auch Pan, glaube ich. Also, wenn meine Freundin jetzt nach drei Jahren Beziehung sagt, weißt du, ich fühle mich manchmal ein bisschen männlich, dann würde ich mich nicht trennen deswegen. Also bin ich schon Pan. Ich hätte gern jetzt das Pronomen eher. Ja, okay, wir bleiben trotzdem zusammen, alles in Ordnung. Ja. Es ist eh irgendwie wild, dass man das überhaupt reinschreiben muss, weil an sich, warum musst du deine Sexualität reinschreiben, wenn du eh eine Freundin hast, dann braucht das doch eigentlich niemanden mehr zu interessieren, oder? Ja, es ist ja keine Dating-Plattform, ich gehe ja nicht zu... Ja, aber dann hast du eh, also, wenn du Single bist, dann kannst du das ja von mir aus reinschreiben, wenn, dann kannst du das da auch daneben schreiben, von mir aus können dich ja dann Leute anschreiben, wenn es dir darum geht, aber wenn du eine Freundin hast, warum schreibst du dann Pan dazu und auf Twitter? Äh, Awareness-Brand, Visibility zeigen. Ja, ich weiß auch nicht, also, wenn das Erste, was mir jemand von sich erzählt, ob es jetzt eine Bio ist oder in einem Gespräch, wenn das Allererste, was jemand mir sagen möchte über sich, seine Sexualität oder seine Nationalität ist oder so, dann denke ich erst mal, okay, du bist wahrscheinlich ein langweiliger Mensch. Und was machst du so in der Freizeit? Ja, also, ich bin schwul und deutsch. Ah, okay. Von mir aus. Die Frage, also, hm? Ehestelle, warum muss man so, sowas, also, sind das die wichtigsten Eckpunkte einer Person, dass man das immer hervorheben muss? Ist das das Allerwichtigste in deinem Leben? Ja, mir nicht. Also, ich habe auch oft Leute kennengelernt, die, nachdem wir uns schon Wochen kannten, irgendwann einfach mal gesagt haben, mein Mann oder meinen Freund oder so und dann dachte ich so, ach, okay, der ist schwul, naja. Ist halt so. Ist ja schlimm, haben die ja gar nicht so viel gemacht. Ne, die haben mir das nicht gesagt von Anfang an. Ist ja wirklich sehr dramatisch auch. Ich musste die erst ewig lange kennenlernen, bis sie sich dann endlich getraut haben, ganz casual einfach zu sagen, hier, guck mal, dieses leckere Gericht, mein Mann isst das ganz gerne oder so und ich denke, ah, okay, der ist Mann verheiratet. Okay. Ich meine, ist das, musst du das ja vorheben, weil was bringt denn dir das? Das ist nicht viel besser, wenn du es einfach ganz casual mit einbringst? Wird das nicht zu viel weniger Problemen führen? Wird das nicht so viel weniger Leute stören? Also, ich fand es eigentlich immer ganz cool, dass das einfach so normal war für Leute. Aber, selbst wenn du jetzt so, also, selbst wenn du einen homo-frummen Typ jetzt hast, ist das für den nicht schlimmer, wenn du es mehr zu einem Thema machst, als wenn du es weniger zu einem Thema machst, weil, wenn es, also... Ja, weil vielleicht will man die ja ärgern. Wenn du denkst, du hast homophobe Leute in der Gesellschaft und du zeigst denen einfach einen knutschenden Mann nach dem anderen und sagst, guck mal, zwei Männer, guck mal. Und dann werden die bestimmt weniger homophob, oder? Ja, es ärgert die halt. Aber was macht man da im Endeffekt mit denen? Sperrt man die weg? Wer sich so verhält? Ja! Also, diese vollgeschüssene Menschenhäuter, die kann man ja auch einfach wegschließen und die Schlüsse wegwerfen, oder? Ja, also, keine Ahnung. Ich glaube, das kann keiner genau wissen. Man müsste es vielleicht irgendwie in Experimenten testen, dass man in manchen Regionen das irgendwie allen Leuten sagt die ganze Zeit und in manchen nicht und dann gucken, wie es sich entwickelt, aber wahrscheinlich wäre das dann unethisch oder so, ne? Und dann kann man das nicht durchführen, das Experiment. Aber man könnte das ja machen einfach so, dass man in Deutschland macht man es einfach verpflichtend, in seine Bios zu schreiben, welche Sexualität man hat und in Österreich verbietet man das einfach und dann guckt man mal, wie sich die beiden Länder so entwickeln. An sich müsste man dann, also, da reicht ja Self-ID, aber theoretisch gesehen kann man es ja echt nie komplett wissen, also du kannst es ja echt nie komplett ausschließen. Was? Angenommen, du bist jetzt schwul, das ist ein, kannst du wirklich zu 100% davon ausgehen, dass es nicht eine Frau auf dieser Welt gibt, auf die du stehen würdest, genauso wie wenn du halt hetero bist, dass es nicht einen Mann auf dieser Welt gibt, der dir gefallen würde trotzdem. Ja, es gibt ja auch eh diese Theorie, dass alle Menschen entweder bi oder pan oder sowas sind und die gestehen sich das nur nicht ein, aber, also ich habe jetzt noch nie einen Mann gesehen und dachte, ich hätte jetzt so richtig Bock mit dem rumzumachen. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hübsch sind oder so. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit einfach kleiner als 1 zu 8 Milliarden oder 4 Milliarden. Sicherlich, irgendwo gibt es vielleicht einen und dann denke ich so, boah, der ist es. Auf einmal habe ich jetzt so richtig Lust da drauf. aber du hast ja auch Lebensmittel, die dir wahrscheinlich gut schmecken oder nicht oder so und vielleicht gibt es dann ja auch, wenn du zum Beispiel überhaupt keine Pilze magst, dann gibt es vielleicht diesen einen Pilz auf der Welt, der so richtig lecker ist. Weißt du ja nicht. Gut möglich, ja, ich bin was Essen angeht eh ein bisschen wählerisch, aber ja, gut möglich. Ich würde es jetzt nicht in meine Bio schreiben. Ist es okay, wenn man in Amerika ist und man mit dem Essen wählerisch ist? Also ist es da echt so scheiße, wie ich gehört habe? Geht's? Ich bin ja Vegetarier. Hm? Ich hatte jetzt keine großen Probleme. Okay. Also ich habe, meine Mutter war mal in Amerika in den 80ern, glaube ich, und hat mir jedenfalls erzählt, dass es sehr schwer war, Brot zu bekommen. Dass man nur so weißen Toast kriegen konnte und es kein richtiges Brot gab. Sagen wir mal so, weißer Toast ist es jetzt nicht mehr ausschließlich, aber so richtig gut schmeckt es jetzt auch nicht. Brot ist so eine, schon immer noch so ein Mangel da an richtig gutem Brot, aber. Hm. Aber ihr habt geileres Fastfood, oder? Habt ihr nicht so Tacos und sowas? Doch, definitiv, das gibt es. Das, ja, das. Aber es gibt kein Döner, oder? Hm, ich esse nicht so viel Döner, weil ich halt Vegetarier gibt es ja auch. Ja, ja, gut, ich auch, aber Falafel gibt es dann, oder die machen dir irgendwie die restlichen Zutaten rein, ohne das Fleisch oder so. Ja, esse ich tatsächlich nicht so oft, deswegen weiß ich es nicht, aber ich hätte es jetzt zumindest noch nie so direkt gesehen. Ich glaube, das ist eine Marktlücke, wenn ihr Bäcker oder Dönermann seid, dann kommt hier einfach in die USA und macht das nach dem exakt gleichen Rezept, ihr werdet sowas von reich. Und das Problem ist halt, wenn du nach Amerika als Dönermann gehen willst und du siehst halt türkisch aus, dann hast du erst mal schon mal ein Problem, da reinzukommen wahrscheinlich, oder? Ja, es kommt drauf an, es, am besten wann, dass du einfach illegal ein- und arbeitest, dann juckt es auch keinen. Hm. Also ich hatte Videos gesehen, wo Amis das gegessen haben und dann haben sie halt gesagt, oh, crazy sandwich, oh, what is this, oder so. Aber, also mir haben schon, mir haben schon Dönerbuden echt oft den Arsch gerettet, dass wenn ich, wenn ich nachts noch mal Hunger habe oder so, in manchen Städten gibt es ja Dönerbuden, die auch quasi rund um die Uhr offen haben oder zumindest noch recht lange oder Falafel, da kannst du immer eine große Portion Essen für wenig Geld kriegen, die auch noch gut schmeckt. Also ich habe noch nie einen Döner mit Fleisch gegessen. Ich habe auch schon sehr, sehr früh aufgehört damit. Seit wie viel Jahren bist du, oder seitdem du wie alt bist, bist du Vegetarier geworden? Fünf, sechs irgendwie so ein Kind. Ich weiß nicht mehr genau wie alt, aber so ungefähr fünf, glaube ich. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch ein Jahr früher oder so auch ungefähr um die Zahl aufgehört damit, auch als Einziger in meiner Familie. Hm. Aber das ist komisch, das machen, glaube ich, wenig Leute. Ja, ich, ich habe auf jeden Fall, ich habe meine Eltern immer alles gefragt und die haben eigentlich alles beantwortet. und auch das, ne? Also ich habe dann immer gefragt, woraus wird dies gemacht, woraus wird das gemacht, habe ich gefragt, woraus wird Wurst gemacht und dann hat meine Mutter gesagt, aus Schweinen. Dann dachte ich, aber warte mal, wenn ich das Schwein jetzt esse, dann, also das ist dann ja weg hinterher, ne? Das muss man ja irgendwie kaputt machen. Dann dachte ich, ne, ne, das mache ich jetzt nicht mehr. Bei uns kam tatsächlich nur ein Freund meiner Eltern vorbei, der Vegetarier war und ich fand das so dermaßen interessant, dass ich dachte, ja gut, ab heute ich auch. Okay. Hat gehalten. Also dieser Vorsatz, den ich mir damals mit drei oder vier Jahren gemacht habe, hat ziemlich lang gehalten. Ist, glaube ich, aber auch einfacher dann. Also ich habe nie den Drang danach gehabt, das zu lassen, weil das einfach schon Gewohnheit ist und ich weiß das auf jeden Fall von vielen Leuten, die viel, viel früher, äh, viel, viel später angefangen haben, dass die immer noch manchmal dann, ja, so Ersatzprodukte wollen und dann so Bock darauf haben, aber ich nie. Ich fand auch, also ich fand auch nie, das gut riecht oder so. Ich habe so dermaßen diesen Drang nach diesem Green Force Leberkäse. Echt geil. Ich auch. Das schmeckt bestimmt, ich weiß halt, ich weiß halt nicht, wie echter Leberkäse schmeckt, deswegen kann ich das ja gar nicht vergleichen. Ich finde deine Idee mit dem Menschenfleisch Green Force Produkt immer noch sehr, sehr gut. Ich auch. Das wäre auf jeden Fall gutes Marketing, ne, weil die könnten da ja irgendeinen Geschmack einmachen. Ne, die können ja einfach ein bisschen rum experimentieren und wenn eins mal irgendwie weder wie Kuh noch wie Schwein oder wie Hühnchen irgendwie irgendwas schmeckt, du hast einfach so einen Klotz und du denkst, es schmeckt irgendwie nach irgendeinem Fleisch, aber nach keinem Tier, was ich kenne, dann sagt man einfach, ja, ja, Mensch. Das kann ja keiner sagen, was nicht stimmt. Würde jeder drüber berichten, das wäre so viel Gratis-Werbung, das ist einfach. Dann würde ich das sogar auch bewerben, glaube ich. Ich auch sofort. Sonst ist Green Force, na, keine Ahnung, muss jetzt nicht sein, ich will es jetzt privat auch nicht konsumieren, aber wenn es nach Menschenfleisch schmeckt. Die hätten auch direkt einen guten Namen, Soylent Green Force. Ich weiß nicht, ob du die Anspielung kennst, du hast es nicht gelesen, oder? Ne. Das ist von Schöne Neue Welt, Soylent Green. Das ist ein Essen, was aus Menschen gemacht wird. Vor deiner Zeit. Ich habe es mal als Theaterstück gesehen, war eigentlich ganz cool. Ja, ich bin Kulturwarnhauser einfach. Ja, du bist voll jung noch. Kannst ja noch nachholen. Ja, ich beschäftige mich dann lieber hier so mit großartiger Internetkultur. Die Jugend von heute, die kennen die kennen schöne Neue Welt nicht, aber die wissen, wer Shuyoka ist. Okay. Ja, ich muss mich doch mit politischer und gesellschaftlicher Arbeit befassen, hallo. Ja, ja. Also man kann schon auch dann immer noch Bücher lesen, die gibt es auch noch. Man kann noch sich mal ein Interview mit Autoren angucken, weil ich persönlich kann auch nicht so gut lesen, ich bin irgendwie zu hebelig dafür. Kenn ich. Ich kann lesen, aber wenn ich mich mit dem Buch wohin setze, ich kriege das nicht gut hin, eine Stunde still zu sitzen und aufs Papier zu gucken, sondern dann juckt immer irgendwas oder ich muss irgendwie mit den Händen was machen. Es ist aber krass tatsächlich, weil auf Twitter kann man das irgendwie besser noch, weil da vielleicht ab und zu mal Bildchen dazwischen sind, dann kann man selber mal Feedback geben oder so. Das ist ein bisschen die digitale Fortschriftung der Wild-Zeitung, das war ja auch deren Erfolgskonzept. Viel mehr Bilder als die anderen, viel kürzere Sätze, mehr Ausrufezeichen. Ja, aber eine Frage hatte ich noch, ganz kurz, was Shuyoka angeht. Ja. Hab ich jetzt eigentlich ein Format, weil ich hab mit dir jetzt schon zweimal gesprochen, mit jemandem, der ein Format mit einem Neonazi hatte? Und der selber dann auch noch sich die Haare abgemacht hat. Oh oh. Stimmt, und jetzt auch noch Skinhead wurde? Ja, ich würde schon sagen problematisch. aber man kann da immer noch irgendwie so Breaks reinbringen und dann doch noch sagen, ja, aber nicht mehr so lange und der hat sich ja distanziert oder so, weil einige von denen haben ja, ja, danke schön. Einige von denen haben ja auch Formate mit irgendjemand anders. Du wirst irgendeine Ausrede dazu finden. Du kannst mich auch kritisch einordnen oder so. Du kannst ja, du kannst denen ja auch anbieten, dass die einordnen dürfen. Du kannst unseren Talk, wie viele Stunden haben wir jetzt? eineinhalb ungefähr? Ja. Das kannst du denen schicken und die dürfen dann Untertitel schreiben mit so Anmerkungen wie bei so 13 Fragen, wo in der Ecke immer was hochkommt und dann steht da so, diese Aussage stimmt nicht oder so. Auch immer komplett neutral bei 13 Fragen und Co. Ja. Achtung, Witz. Achtung. Das erkennen die ja nicht, das ist ja das Problem. Ich sehe auch hier gerade auf meiner YouTube-Startseite, neue Folge 13 Frage, Hammer. Das könnte man eigentlich gleich gucken später. Wann gehst du mal zu 13 Fragen? Ja, die haben mich noch nicht eingeladen bisher. Ich weiß nicht, soll ich mich da bewerben oder? Ey, die haben das Thumbnail geändert. Die haben da einfach eine Person ausgetauscht, sehe ich hier gerade. Okay. Guck mal, da sind ja immer so zwei Leute, ich kann es ja mal streamen. Das ist jetzt hier gerade meine YouTube-Startseite. Hier bin ich mit Glatze, wie ich was singe. Und hier, 13 Fragen, Unbubble, Tinder, Bumble und Co. macht das glücklich. Merkt ihr die beiden Personen? Dann gehst du hier auf das Video. Das ist plötzlich wie anders einfach. Also die haben ja immer auf jeder Seite drei Leute. Die haben halt auf jeder Seite immer drei Leute stehen. Und dann sagen sie immer so, der eine war jetzt irgendwie der Wichtigste von den dreien. Naja, und jetzt haben sie irgendwie dann gesagt, ja im Nachhinein, eigentlich war der andere Typ doch wichtiger, lass mal den drauf. Okay. Ja, also ich werde es auf jeden Fall auf Twitter, wenn ich das hier hochlade, werde ich auf Twitter mal Titelfloster. Allerter gibt es nicht mehr, aber Dave, Dave, Nullzalot. Scheißname an der Stelle. Warum schreibt es hier Nullzalot? Ja, der will halt ein Ozzalot sein, das ist ein cooles Tier, aber er denkt, das gibt es ja vielleicht schon, ich schreibe das mit einer Null. Oder er möchte halt zeigen, dass er eine Null ist. Weiß ich nicht. Vielleicht doch das. Das ist ja, zutreffend, aber gibt man im Normalfall ja nicht so gerne zu, oder? Er sieht auf dem Bild aber nicht mal aus, er hat ja nicht irgendwie, der hat sogar so ein Bild, wo er so einen Ozzalot drauf hat, ne? Aber es sieht einfach nicht aus wie ein Ozzalot, es sieht aus wie irgendwas anderes. Sagen wir mal, möchte ich wie ein Ozzalot. wahrscheinlich. Ja, guck mal hier, Nullzalot, also manchmal heißt er Dave Nullzalot, manchmal heißt er Nullzalot links der Mitte, manchmal heißt er Nullzalot 161, immer irgendwie anders, und hier auf dem Bild ist so eine schwarze Katze drauf, mit einem Hütchen, aber das hier ist ein richtiger Nullzalot, die sind nie schwarz, die sind immer so Leopardenmuster, kann der nicht dann irgendwie Panther heißen, da kriegt er schon irgendwie eine Null reingequetscht, oder P4 NTER oder so, aber so echte Ozzalots sind eigentlich hammer süß, allerdings sind keine Veganer. Ich glaube, wenn du einem Ozzalot einen Fisch hinhältst, dann weiß der schon zu. Vielleicht, also mein Spirit Animal ist ein Quarka, die essen nur Blätter, Koala auch okay, essen auch nur Eukalyptus, ich nehme mir die richtigen Vorbilder. Vielleicht, naja, was ist denn mein, keine Ahnung, mit welchem Tier kann ich mich identifizieren, ist schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht weiß der Chat das. Welches Tier ist Hugo? Welches Tier bin ich? Oder Sternzeichen? Fast. Hast du mit Sternzeichen mal die Erfahrung gemacht, dass Leute so dich fragen, welches du hast und dann sagst du zurück, ey, du hast doch mehrere von meinen Videos geguckt, wie komme ich denn rüber? Die raten alle was anderes. Da gehst du keine rote Linie. Ich finde es eine großartige Idee. Das Problem ist, dass mein Geburtstag bekannt ist. Ja, das ist dann doof. Ist dein Geburtstag bekannt? Aber wenn das nicht bekannt ist, nicht so vielen Leuten, glaube ich. Muss nicht unbedingt. Ja, ich habe halt... Das sagen alle Leute andere Tiere. Ja? Ich habe halt am Geburtstag damals einen Stream gemacht, entsprechend kennen das noch einige. Ich habe es jetzt nirgends reingeschrieben oder so, das steht nirgends, aber ich glaube, es wissen zu viele dafür. Hier sind verschiedene Tiere vorgeschlagen. In deinem Chat wahrscheinlich auch, aber ich lese mir erst mal vor. Also jemand sagt Hamster, Waschbär, Alligator, passt zu Florida, Alligator, Alligator ist hier drin, ja, auch bei mir. Biber, Eichhörnchen, Koala, Faultier, Wombat, Otter, Otter oder Hermelin? Oh, Hermelin ist ein guter Pick, ne? Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich das. Was das ist? Eine Fledermaus. Ich kann ja mal zeigen, Hermelin, kannst du das sehen, wenn ich das jetzt hier übertrage? Ich kann es sehen, aber die Leute können es nicht sehen, das ist ein bisschen das Problem. Ich finde die eigentlich ganz knuffig. Gut, ich glaube, ich behalte meinen Namen, besser als Dave, besser als Dave Nullzellot wird es nicht. Die Hermelin sind schon, die sind schon niedlich. Das ist irgendwie wie so ein Otter mit einem Kopf von einer Maus. Ja, gut, machen wir. Bei Tieren ist eh manchmal komisch, ne, dass du denkst, manche Tiere sehen aus, als du jetzt so zwei Tiere einfach irgendwie durchgeschnitten und aufeinander gedrückt. Manchmal geht das ja auch, also rein, dass man die einfach kreuzen kann. Ja, oder bei Schildkröten. Hast du dich auch mal gefragt, warum Land- und Seeschildkröten sich eigentlich so ähnlich sehen? Die haben nur andere Füße. Sonst sehen, es ist wie wie bei so einem Lego-Baukasten, wo du die so abmachen und andere Füße dranstecken kannst. Und sonst ist das gleiche Tier einfach, nur die Füße sind anders. Ich habe schon oft Schildkröten gesehen, die sehen sich echt ähnlich. Auch in echt? Gibt es gar keine echten Schildkröten, nur in freier Wildbahn, oder? Ne, nur in Terrarium oder so. Die sehen sich ähnlich, die Größe ist unterschiedlich. Ein Töbe, Großkatzen, eine Mischung aus einem Tiger und einem Löwen. Was ist das denn für ein Quatsch? Was soll das hier sein? Außergewöhnliche Tierhybride. Hä? Das ist doch Photoshop, das gibt es doch nicht wirklich. Nee, es gibt auch Liga. Das ist dann, das ist abhängig davon, was die Mutter und was der Vater ist. Alter, das ist doch, das ist doch gewastelt. Als ob der so aussieht. Also gut, ich weiß jetzt nicht, was das konkret ist, aber es gibt das auf jeden Fall. Okay, das sieht echt wild aus. Der Liga. Ja, ja, stimmt, den gibt es. Alter, das ist ja einfach. Das, das ist doch, das ist doch Photoshop. Geil. Äh, Hugo, mittig der Mitte, Hamstelot. Heute viel geschrieben. Äh, ja, und du warst, was warst du noch gleich? Äh, ein Quarka. Ah, okay. Ja, kriegt man bestimmt auch irgendeine Zahl rein. Ja, ich glaube, ich habe was im Kopf, ja. Ein Q, ähm, U, Null, Kaka. das sieht bestimmt richtig Kaka aus, denn ausgeschrieben. Ja, das ist, es ist schade, aber es wäre, es wäre so gut. Imp ist auch viel zu einfach eigentlich. Hm. War nur so drei Buchstaben, komplett langweilig. Ich finde auch, Quarkas sollte es deutlich mehr geben. Das ist irgendwie traurig, dass es die nur an so einem kleinen Fleck auf der Erde gibt. Also in Deutschland wäre schwierig, weil die wahrscheinlich von Katzen und Hunden regelmäßig angegriffen würden, aber vielleicht kann man dann ja einfach weniger Hunde haben oder so. Und dafür mehr Quarkas. Von mir aus können wir weniger Hunde und mehr Katzen und Quarkas haben. Ja, Katzen auch. Also Katzen sind halt schon süß, aber ich glaube, wir haben genug Katzen. Ja, Also man kann sich ja an den paar Katzen freuen, die da sind. Die töten halt alles andere, was da unterwegs ist. Das ist ein bisschen suboptimal, aber süß sind sie ja. Ja, natürlich, aber vielleicht auch einfach weniger Katzen, indem man weniger Menschen macht. Ich habe zum Beispiel neulich ein Video von Kurzgesagt gesehen. Da haben sie gesagt, es stirbt die Menschheit jetzt aus. Und da haben sie gesagt, es gibt Länder wie Südkorea, wo die Geburtenrate irgendwie bei einem Kind vor zwei Personen ist. Weißt du, wenn wir einfach mehr Menschen die Existenz absprechen? Ja, stimmt, dann geht die Zahl runter, ne? Jedenfalls habe ich da gehört, es wird weniger und Leute haben irgendwie Angst, aber bist du jemals durch irgendeine bevölkerte deutsche Großstadt gegangen und hast gedacht, mein Gott, hier sind ja viel zu wenig Menschen? Das denke ich eigentlich immer, ja, klar. Also, weiß ich nicht, wenn das von acht Milliarden wieder auf eine Milliarde runtergeht, ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Es kann auch bei acht Milliarden mal stabil bleiben oder da ringsrum schwanken. Viel mehr brauchen wir jetzt nicht an sich. So, es reicht, scheinbar zu funktionieren. Irgendwie zumindest. Ja, ich glaube, die Welt hat vor hundert Jahren, aber wohl ne hundert ist ein bisschen unangenehm, vielleicht vor siebzig Jahren auch funktioniert. Ja, ich glaube, vor hundert Jahren war nicht optimal. Nee, das war nicht so geil. Kritisch, kritisch. Ich distanziere mich von Deutschland vor hundert Jahren und auch Deutschland vor neunzig Jahren und vor achtzig. Ich distanziere mich von allem Bösen und Schlechten. Ich bin auch gegen Tierquälerei und ich finde auch Krieg nicht gut. Für Menschen. Ich bin für Menschenrechte. Außer Menschen haben falsche Meinungen. Naja, das zählt ja nicht so richtig. Wie ist das eigentlich? Bist du der Meinung, also wenn man so Leute einfach mal Hase so nennen kann oder so, wenn die einfach komplett falsche Meinungen haben, darf man Transpersonen, darf man die Deadname, wenn die falsche Meinungen haben? Ja, man kann sich ja einigen, dass man entweder beides macht oder beides nicht macht. Oder individuell entscheidet, ob man die mag oder so. Ich finde jetzt, Hase ist wahrscheinlich nicht unbedingt eine schwächere Beleidigung, als für eine Transperson gedeadnamed zu werden, oder? Ich weiß nicht, ob man das feststellen kann. Du kannst den Leuten vielleicht so, man kann die vielleicht in so einen MRT stecken oder so und das Gehirn scannen, was passiert, wenn man die so nennt. Und dann kann man gucken, dann kannst du so Experimente machen, du steckst so Leute in so einen CT und dann kriegen die so Kopfhörer auf und abwechselnd werden denen entweder wird in ihr eigener Deadname vorgespielt oder eine Beleidigung oder ein falsches Pronomen und dann kannst du halt vielleicht endlich mal in Zahlen messen, wie dolle das jeweils wehtut und dann könntest du auch Studien darüber anfertigen, welche Beleidigungen doller reinknallen und welche weniger. Weiß man ja auch nicht genau. So, also was Pronomen angeht, ich kenne auch eine Transperson, der das ziemlich egal ist. Ja. Ich glaube, die würde das deutlich mehr stören, wenn man die jetzt ja, Haas so nennt, das würde die, glaube ich, weniger feiern. Ja, also man beschwert sich ja auch, dass man sagt, wer den Namen von irgendjemandem falsch ausspricht, das ist ganz, ganz schlimm, aber bei Sinan macht das irgendwie jeder. Ach, du meinst Sim-Mom? Ja, ja, da kann man dann M rein, dann kann das S falsch aussprechen, das ist gar kein Problem. Das kann man die ganze Zeit machen, aber wenn du vorher, also vorher war das ja auch bei Datteltäter und so, war das ja regelmäßig Videothema, dass die gesagt haben, sie kommen da mit ihrem, mit ihrem türkischen oder libanesischen Namen oder so und die Deutschen kriegen das nicht auf die Reihe und dass sie sich scheiße fühlen damit, das scheint bei manchen Bubbles noch nicht angekommen zu sein. Da kann man dann sagen, ha, der heißt ja eigentlich Simon oder so. Es geht um die, die die falsche Meinung haben, glaube ich, das ist das Entscheidende hier wieder. Mhm. Ja. Ich finde, eigentlich sollte man am besten so, was so Beleidigungen und Menschenwürde angeht, eher sagen, das haben erstmal alle verdient. Würdest du sagen, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung? Wenn es dir ein Ding ist? Du hast ja doch Simonscu damals immer gesagt, er ist inzwischen auch ein bisschen unbeliebt geworden bei manchen. Oh ja, ja. Was war nochmal sein, sein Knackpunkt, wo, oder sein Kipppunkt, wo, wo er abgedriftet ist in rechte Schwurblecken? Ähm, ich, also er, er ist nie so ganz, rechts gewesen, er hat sich auch immer wieder von der AfD distanziert und gesagt, dass er die Scheiße findet, aber ich glaube so, während der Corona-Zeit hat er manchmal scharfe Kritik an, ähm, an, äh, Maßnahmen der Regierung geäußert und dann wurde direkt gesagt, ah, ganz schwierig, eventuell. Ist auch automatisch dagegen. Könnte da was dabei sein. Und, äh, jetzt hat er teilweise Solidarität mit Sarah Wagenknecht bekundet und gesagt, dass man die ruhig mal wählen kann. Und das, da war es dann vorbei für viele. Dann war der Ich verstehe nicht, warum, warum sie gleichgesetzt wird mit der AfD. Also es ist ja was ganz anderes einfach. Ja, schon. Also, man muss sie ja nicht feiern, ist ja in Ordnung, kann man ja Meinung haben, aber warum muss man denn mit AfD gleichsetzen, als Totschlagargument zu sagen. Also bringt ja nichts. Auch wenn, ich hab mir ein bisschen die Reden angeguckt und, äh, die, also, die haben ja Pressekonferenzen gegeben und geguckt, welche Menschen da drin sitzen und wer da was zu sagen hat. Das sind Leute, die, die, die in der AfD nicht weit kommen würden. Also, ich glaube, wenn ein Michael Lüders oder ein Fabio De Masi versucht, oder selbst ein Oskar Lafontaine, wenn die da eintreten würden und dann eine Rede darüber halten, dass, äh, der Mindestlohn zu niedrig ist und dass, äh, dass die Banker irgendwie zu viel Geld haben und die armen Leute zu wenig, das kommt da, glaube ich, nicht gut an. Also, ich glaube, wenn du in der AfD Kapitalismuskritik machst, äh, dann bist du nicht so wahnsinnig beliebt. Es gibt ja in der AfD beides. Also, es gibt ja auch einige, die da irgendwie, ähm, ja, sozialistischere Sachen ansprechen, streben, so. Echt, wer denn? Ich, ich weiß es nicht. Da musst du den Agitator fragen. Ja, er hat gesagt, der Agitator hat irgendwie gesagt, dass es da auch diese Strömungen gibt. Ja, aber die ist, die ist mickrig. Ja, ja. Also, ich glaube, er hat gesagt, was Wirtschaftspolitik angeht, ist, äh, sind Leute wie Höcke nicht ganz so neoliberal wie Weidel. Bei Höcke gibt's halt andere Gründe, den nicht zu mögen. Er meint, soweit ich weiß, was Wirtschaftspolitik angeht, ist die AfD besser als, als die Grünen und die FDP. Ich glaube, nicht genau. Ich glaube, er hat gesagt, äh, die sind fast so schlimm wie die FDP, was so Neoliberalismus, Kapitalismus angeht. Ah, nee, die sind sogar noch schlimmer als, ja. Gut. Ich weiß nicht genau. Also, ich würde die schon fast auf eine Stufe stellen. Ich finde, äh, also, ich finde FDP und, und AfD, was Wirtschaft angeht, finde ich die Weile nicht geil. Aber was Wirtschaft angeht, also, die FDP ist ja für eine soziale Marktwirtschaft, jetzt zwar nicht für eine besonders soziale oder so, aber die, die AfD ist ja wirklich für Manchester-Kapitalismus. Ja, aber in der FDP manche schon auch. Ja, aber nicht die Mehrheit und nicht nach Wahlprogramm. In der AfD ist das ja wirklich die überragende Mehrheit und das Wahlprogramm, soweit ich das mitgekommen habe. Naja, gut, wenn man halt guckt, wie die das Steuersystem umbauen wollen, was sie so für Pläne haben und sowas, oder, ähm, ja, wenn es darum geht, irgendwie, äh, Banker oder, oder, ähm, Vermögende, irgendwie Dolle zu besteuern oder sowas, da ist die FDP immer gegen, die will das halt nicht, ne? Ja, aber die ist ja nicht für den Abbau von, ist ja nicht für den Abbau von allen Sozialhilfen und sowas für, so, soweit ich es mitbekommen habe, gibt es in der AfD eine starke Strömung, die wirklich hingeht zu, es gibt nur noch den komplett freien Markt und alle, die unten durchfallen, ja gut, die fallen halt unten durch und denen hilft man dann auch nicht mehr. Ja, ja, also die FDP, die drückt sich dann natürlich ein bisschen netter aus, ne? Ja, aber schon eher am unteren Ende, finde ich, also wirklich, die haben sich, soweit ich weiß, haben die sich jetzt noch nie irgendwie dafür ausgesprochen, Bürgergeld zu erhöhen oder sowas, sondern eher so, Naja, aber sie haben auch nicht gesagt, sie wollen es abschaffen. Es ist ja schon ein Unterschied, ob du sagst, du möchtest es nicht erhöhen oder die AfD, die sagt halt, es gibt nur noch den freien Markt und du schaffst Bürgergeld und alle Sozialhilfen ab, macht ja schon einen Unterschied. Ist ja nicht ein Unterschied. Klar, aber sympathisch finde ich die beide nicht und also, ich weiß nicht, ob du die Rede von Lindner bei den Bauern kürzlich mitbekommen hast, also der hat sich ja vor die Bauern gestellt und hat gesagt, meine lieben Bauern, ihr seid so tüchtig und ihr habt natürlich nicht genug Geld und deswegen werden wir jetzt bei den Migranten und den Arbeitslosen noch mehr kürzen und es war, hä? Okay, Dankeschön. Was? Ist halt, wenn du, wenn einer wenig hat, den anderen noch mehr wegzunehmen, ist halt irgendwie, wir nehmen anderen mehr weg, dann habt ihr zwar auch nicht mehr, aber ihr habt im Verhältnis weniger, ihr habt im Verhältnis weniger, weniger. Ja, und AfD macht das halt auch ganz gerne, also du hast halt Leute, die, die erben einfach so viel Geld, was man eigentlich in einer Lebzeit überhaupt nicht verdienen kann, erzählen, was von jeder kann es schaffen und du kannst dich hocharbeiten, aber so ein Vermögen wie Glattens und Quanz, das kannst du gar nicht bekommen, wenn du das nicht geerbt hast, da kommst du gar nicht ran oder in Österreich jetzt als dieser Red Bull Typ gestorben ist, was der Sohn von dem geerbt hat, da brauchst du irgendwie das ganze Leben von tausend Leuten oder so, um das irgendwie zusammenzukriegen, was der Typ einfach alleine einfach so gekriegt hat auf einen Schlag. Aber man muss schon sagen, Eingeschenkt TV ist halt auch ein wirklich guter Sender. Ja, ja. Ist das das neue Servus TV oder wie? Ist das nicht das gleiche? Ich glaube, ich weiß nicht, oder ist Eingeschenkt. Ich war das nicht, eins von beiden war doch dieser Schwurbelsender, der war auf jeden Fall von Red Bull finanziert. Ja, Servus TV war das, glaube ich. Servus TV? Nee, Eingeschenkt TV hat auch, okay, ist das sogar das gleiche? Keine Ahnung. Also, das ist halt immer komisch, dann, es gibt natürlich immer so ganz wenige einzelne Leute, die vielleicht aus wenig Geld viel Geld gemacht haben, die haben vielleicht auch Glück gehabt, dass sie irgendwie den Zahn der Zeit getroffen haben. Das kannst du aber nicht so einfach reproduzieren, also es kann halt nicht jeder einfach Steve Jobs sein oder sowas, weil der Platz, davon gibt es nicht unendlich viele, das geht halt nicht. Und wenn man dann aber irgendwie sagt, jemand, der ein paar Milliarden hat, dem kann man das leider nicht zumuten, dass der ein bisschen abgibt oder in der Pandemie zum Beispiel, als manche Firmen so richtig krasse Übergewinne gemacht haben, während alle anderen irgendwie rausgeflogen sind oder Verlust gemacht haben, da gab es ja die Idee, dass man dann sagt, das sind krasse Übergewinne, die können natürlich schon noch Gewinn machen, aber vielleicht nicht so krass viel, wenn alle anderen verlieren und bei sowas sind AfD und FDP immer ziemlich dagegen. Ja, aber die Frage ist halt, wenn beide dagegen sind, aber dann sagt die AfD noch, ja und lass Bürgergeld komplett abschaffen und eine soziale Krankenversicherung brauchen wir auch nicht mehr. Dann sind die schon nochmal unsympathischer. Die sind nochmal radikaler. Eine Stufe ist das ja schon nicht. Ich finde generell diesen Grundgedanken eklig, dass du einen Milliardär hast und dann aber, dass du einem Bauern sagst, und dieser Typ hier kriegt ganze 500 Euro für gar nichts, das gibt es doch nicht und dann sitzt da irgendein Ron Bilecki daneben oder so und sagt, ja ich kriege halt jeden Tag 500 Euro Dividende fürs Nichtstun. Ja, dann nimm doch bei dem vielleicht ein bisschen, mach irgendwie Finanztransaktionssteuer von 0,1% oder so, wenn du irgendwie, weiß nicht, 500 Millionen an der Börse hin und her schiebst von einer Aktie in die andere, dass man da dann irgendwie eine kleine Steuer draufsetzt oder so oder dass man bei einem Banker sagt, das ist irgendwie nicht gerechtfertigt, dass sie so super viel Geld damit machen, dass sie das Geld von den anderen Leuten verwalten. Das finde ich angemessener, als jetzt irgendwie zu sagen, wir streichen jetzt dem Ärmsten noch ein bisschen mehr weg. Ich meine, man kann natürlich nicht alle auf ein Level bringen, aber zumindest ein bisschen zur Finanzierung helfen, bei manchen würde das nicht schaden. Manche würden es nicht mal merken. Genau auf ein Level nicht. Ich finde auch, wer sich mehr anstrengt oder mehr Verantwortung trägt, der kann auch ruhig ein bisschen mehr bekommen, aber es geht um die Relationen, ob du jetzt, ob der Chef zum Beispiel zehnmal so viel bekommt wie ein normaler Arbeiter oder ob der tausendmal so viel bekommt. Das ist halt ein Unterschied. Ja, genau das ist es halt. Aber ich finde halt, wenn das jetzt, wie auch immer das jetzt ausgedrückt wird, eben, dass man das jetzt nicht fordert, dass die mehr besteuert werden und so, finde ich es schon noch mal eine deutliche Stufe schlimmer, wenn man sagt, zusätzlich wird noch die Krankenkasse abgeschafft und Bürgergeld und wir sollten uns nicht mehr um Obdachlose kümmern, überhaupt nicht mehr und die sind alles selber schuld. Das ist schon, was die AfD sagt, noch mal eine ganze Stufe schlimmer. Verstehe nicht, dass man das eins zu eins gleichsetzen sollte, bin ich absolut dagegen. Ja, es geht ja auch darum, ob du da das Wahlprogramm oder einzelne Mitglieder vergleichst. Also es gibt auch in der FDP sicher einige Libertäre, aber in der AfD auch und AfD ist, glaube ich, vom Programm her ein bisschen ekliger noch. Sowohl vom Programm her als auch von der Mehrheit der Mitglieder her ekliger. Aber die AfD hat wenigstens den Ruf, den sie verdient haben, die FDP irgendwie nicht. Och, die FDP haben auch ein massives Imageproblem, da mache ich mir mal keine Sorgen, wie viele... Ja, gut so. Also ich glaube nicht, dass die ein Problem mit einem zu positiven Image haben. Naja, gut, also bei der AfD hätten die Grünen und die SPD nicht gesagt, lass mal Koalition machen. Das ist Politik, man einigt sich. Naja, was soll man dagegen machen? Das bringt, hätte ja nichts gebracht, mit wem... Ich meine, wäre jetzt die CDU eine bessere Koalitionspartner gewesen? Nö, also die finde ich auch nicht besonders toll. Also CDU und FDP vereinen eigentlich was, was ich generell sehr schwierig finde. Die sind, glaube ich, beide ziemlich korrupt, auch wenn das ein krasses Wort ist. Aber ich glaube, Lobbyismus ist bei beiden schon so ein Ding. Ich glaube, die kann man beide ganz gut kaufen. Ja, Lobbyismus gehört natürlich irgendwo zu einer Demokratie. Ja, es kommt aber darauf an, ob du jetzt für Umweltschutz lobbyieren gehst oder ob du sagst, du weißt nicht schon, ob du von einer Tabak- oder Waffen- oder Autofirma vorbeikommst und sagst, ich hätte gerne ein bisschen Vorteile hier, damit ich mehr Geld machen kann oder so. Ja, es kommt auch an, wie der eingesetzt wird. Darauf kommt es halt an. Oder ob man jetzt irgendwie sagt, wir brauchen Masken, wir haben gerade eine Pandemie und dann kriegt ein Politiker irgendwie eine Million dafür, dass der eine bestimmte Telefonnummer weitergibt oder so. Das ist halt schon daneben. Ja, sowas geht natürlich gar nicht. Aber wie will man das denn dann machen? Also wenn, angenommen, die hätten jetzt nicht mit der FDP zusammenarbeiten sollen, wenn die halt dann zusammen quasi jetzt auf der linken Seite nicht mehr als 50 Prozent haben, dann bildet sich ja keine Regierung. Ja, ist das Problem, ne? Dann musst du irgendwie Neuwahlen machen oder sowas. Neuwahlen, bis man das richtige Ergebnis hat. Ich weiß gar nicht, wie genau das letzte Ergebnis aussah. Da reicht ja nicht mehr kleine dazu, weil wenn, wenn einfach, wenn jetzt schon alleine CDU, FDP und AfD auf der einen Seite mehr als 50 Prozent haben würden, dann gäbe es ja keine andere, dann würden die sich zusammenschließen, wenn man sagt, man schließt, man trennt jetzt links und rechts da. Halte ich eigentlich eh nicht für so einen sinnvollen Gedanken. Ich bin da eigentlich eh der Meinung, dass Demokraten eher zusammenhalten sollten und sich von extremen beziehungsweise menschenfeindlichen Leuten auf der eigenen Seite distanzieren sollten. Ja, aber wer bestimmt das? Naja, also würdest du sagen, die Linke, sind die menschenfeindlich schon? Ne, aber es gibt natürlich auch da, es gibt natürlich auch da Menschenfeinde. Ja, klar, Tilo Sarrazin ist in der SPD gewesen, also den gibt es auch. Aber ich finde irgendwie, ich finde es so, die, wenn du jetzt sagst, ich bin slightly rechts eingestellt und man sagt dann so, meine Partei, die sollte, ich bin jetzt nicht slightly rechts eingestellt, aber so angenommen. Meine Partei sollte dann nicht mehr mit slightly links eingestellten zusammenarbeiten. Ja, soll ich dann lieber mit der AfD, bringt ja auch nichts. Hast du das in Österreich mitbekommen, was da los war mit, ja, wen hattet ihr? Also, ihr sag ich jetzt, du hast ja irgendwie Connection dazu. Da war ja die FPÖ in der Regierung drin eine Weile, ne? Ja, FPÖ ist da so ein bisschen Zwischending zwischen CDU und AfD eigentlich, würde ich sagen. Ich dachte, das wäre so quasi AfD-Schwesterpartei und dass der Kurz irgendwie so eher CDU war, oder nicht? Es ist schwierig, es ist so, es ist ein ganz klein bisschen gemäßigter vielleicht, aber man kann es einfach nicht eins zu eins auf einen, man kann es nicht eins zu eins runterbrechen, wie genau das jetzt gleich ist, oder nicht? Aber worauf... Ja gut, aber hast du gemerkt, dass, als die an die Macht kamen, dass sich dann irgendwie da groß was geändert hat? Oder über die Zeit, als die da waren? Na, ich bin, ich bin eigentlich, ich bin, wie lange bin ich in Österreich? Im Jahr vielleicht einen Monat? Ich habe da halt jetzt auch nicht irgendwie so die großen Connections oder so, aber viele Veränderungen habe ich nicht gemerkt direkt. Ich weiß halt nämlich auch nicht... Oder auch von Leuten, die man da kannte, die haben sich jetzt auch nicht irgendwie direkt über die Regierung mehr beschwert als sonst. Es klingt ein bisschen demotivierend, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob der Lobbyismus nicht inzwischen so stark ist, dass die Parteien gar nicht mehr so wichtig sind. Also, dass das gar nicht mehr so wichtig ist, wer da steht, weil es da noch Instanzen drüber gibt, die denen die Gesetzesentwürfe vorlegen und quasi sagen, so hier, das bringt ihr bitte durch und weiß ich nicht, weil ich glaube, auch eine AfD ist total käuflich und wenn da jetzt dann irgendwie Mercedes kommt und sagt, wir brauchen die Ausländer noch, die müssen uns die Autos zusammenschrauben, dass die dann vielleicht wie Meloni auch sagen, na gut, dann schmeißen wir die doch nicht raus. Wenn ihr die noch braucht, na dann. Die Frage ist halt, meinst du, die Linken oder Sarah Wagenknecht oder sowas kann sich davon freimachen? Ich weiß nicht, ob ich sich überhaupt davon freimachen kann. Ich weiß zumindest, dass die Linken, ich weiß, ich denke mal, Sarah Wagenknecht jetzt nicht mehr, dass die immerhin gesagt haben, sie nehmen keine Großspenden von Konzernen an. Ich weiß nicht, ob das WSW jetzt das auch macht. Die hat zumindest eine Großspende von so einem Einzeltypen bekommen. Ja, ab 50.000 Euro müssen sie das ja anmelden. Dann steht das ja auch auf diesen Plakaten drauf und sowas. Ich weiß nicht, ob, also wenn du dagegen verstößt, dann gibt es Ärger. Es gibt natürlich Wege drumherum. Genau, das wäre es halt. Du kannst natürlich mehrere kleine Spenden machen und sowas. Ja, es ist schwierig. Also ich würde nicht, also so ganz negativ würde ich da jetzt auch nicht rangehen. Unser Land wird nur von nur von irgendwelchen Mächten im Hintergrund gelenkt und so weiter und die Parteien sind völlig irrelevant. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, wie viel Einfluss da jetzt genau besteht, wie groß das Problem ist, kann man natürlich nie wissen, nie sagen, aber ich würde da auch nicht zu negativ rangehen. Ja, also nicht, dass die gar keine Macht haben, aber ich weiß nicht, ich habe mir da ein bisschen angeguckt von Fabio De Masi und von Marco Bülow und so, die sind da ja ganz gut drin. Also wenn du zu oft aus der Reihe tanzt und immer gegen den Rest deiner Partei stimmst, dann kann es gut sein, dass du nicht mehr auf die Listen kommst und dass du dann da aussortiert wirst. Die Lobbys haben schon Einfluss auch, wer da rein darf und wer nicht und so was. Die gucken schon so ein bisschen, wer gegen sie schießt, wer mit ihnen spielt und machen teilweise ja auch Wahlkampf, machen ja teilweise tatsächlich Kampagnen auch einfach für oder gegen bestimmte Parteien, also die bestimmen ja schon so ein bisschen da rein. Ist das nicht auch irgendwie einfach logisch, dass wenn du die ganze Zeit gegen den gesamten Rest deiner Partei gehst, dass du irgendwann, die sagen, ja gut, du passt einfach nicht mehr zu uns? Ja, schon, aber man sagt ja eigentlich immer, ein Abgeordneter ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Aber es muss ja nicht zwangsläufig dann was mit Lobbyarbeit zu tun haben oder mit Lobbyismus. Also du kannst natürlich, führst jetzt nicht aus. Also ich fand es schon verdächtig, dass beispielsweise bei Artikel 13 die CDU die ganze Zeit geschlossen dafür war. Die SPD war erst geschlossen dafür, dann geschlossen dagegen, dann wieder geschlossen dafür irgendwie. Also da sind mehrere Leute so einfach auf einmal komplett zwischen den Seiten hin und her gewechselt. Ich weiß nicht, ob die da alle selber draufgekommen sind. Ja, schwierig. Es ist alles nicht so einfach, aber im Allgemeinen bin ich kein Fan davon, so die gesamte Politik ins linke und rechte Lager zu unterteilen, sondern eigentlich eher ein Fan davon, dass eben Gemäßigte von beiden Seiten lieber zusammenarbeiten als Extreme von einer Seite. Ja, wo würdest du den BSW einsortieren? Aktuell haben die sich meiner Meinung nach noch nicht gefunden. Ich finde, die sind schon Tendenz eher links, aber auch ein bisschen neue Strömungen. Man kann das nicht 100 Prozent in den gängigen Einsorten. Ich glaube, die werden sich noch einsortieren müssen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich unweigerlich noch passieren. Ja, einerseits halt so wirtschaftlich links und andererseits so in diesen Kulturkampfthemen halt nicht rechts, aber zumindest nicht Vogue. Ja, ist ja eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, da stimme ich auf jeden Fall auch zu. Die Frage ist, ob sie das so halten können, also ob sie da ihre Überposition so halten können oder ob die sich früher oder später doch noch einsortieren werden. Du darfst jetzt sogar wählen gehen, oder? Europawahl ist ab 16, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich habe, ich weiß es nicht. Kann sein, dass sie ab 16 ist, aber wüsste jetzt nicht, wie ich das direkt machen soll. benachrichtigt. Warte, die ist im Juni. Okay. Wenn du da in Europa bist, dann kannst du ins Wahllokal, sonst kannst du einen Brief schicken. Ja, es kommt auf den Wohnsitz an vielleicht, oder? Ja, muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall weiß ich halt nicht, ob BSW diese Strömung, die sie da aktuell aufgebaut haben, halten kann, oder ob die sich früher oder später doch noch ins linke oder rechte Lager einsortieren müssen. Ich glaube aber Tendenz eher nach links, also wenn die da Leute wie also Wagenknecht selber, Demasi, Lafontaine und so drin haben, die sind schon Tendenziell werden die eher nach links als nach rechts kippen. Ja, ja, es kann natürlich sein. Die Frage ist, ob sie dann in den Woke-Themen halt auch irgendwann kippen. Weiß ich nicht. Ich glaube, Wagenknecht selber hat sich da so krass gegengestellt, dass Wokeys sich nicht unbedingt da bewerben, da mitmachen zu dürfen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde, es wirkt halt irgendwie schon so wie so ein Personenkult, wovon ich jetzt auch nicht so direkt ein Fan bin. Ja, der Name ist scheiße, der gefällt mir auch nicht. Bündnis Sarah Wagenknecht, ich meine, okay. Ja, kann man ja noch umbenennen, aber es ist echt Schadet halt auch immer. Schadet halt auch immer. Es hat direkt fürs Image geschadet und ich finde, das wirkt schon mies unsympathisch direkt mit. Von Personenkult bin ich eh kein Fan, dass man so jemanden verherrlicht. Man muss sich eigentlich klar sein, dass egal, wie sehr man irgendeinen Politiker feiert oder so, dass man nie komplett 100% mit seinen Meinungen übereinstimmen sollte und jeden hinterfragen, sollte. Wahrscheinlich wirst du bei jedem Politiker irgendwas finden, wo du ein bisschen mitgehen kannst, bei jedem irgendwas finden, wo du aber auch dagegen bist. Es ist halt immer nur eine Frage von wie viel Prozent. Mhm. Ja. Ja, weiß ich, es wird gerade gesagt, FDP ist auch BCL. Der Wahlkampf von denen war auch schon krass auf eine Person fokussiert. Ja, das fühle ich auch nicht. Also, ich halte, ich mag Lindner jetzt so ganz persönlich auch nicht besonders, auch von dem, was er sagt, nicht besonders, aber aber ja, er scheint noch starken Rückhalt zu haben. Ja, aber ich glaube, es schwankt auch. Also, FDP ist irgendwie so, die bauen sich immer stark auf, dann dürfen sie einmal mitmachen, dann haben sie irgendeine große Korruptionsaffäre und dann fliegen sie wieder raus. Na, die könnten, eine stabile FDP wäre tatsächlich eine Sache, die eigentlich wahrscheinlich auch, ja, auch CDU und FDP, wenn die jetzt mal ein bisschen vernünftig sein könnten, würde die AfD sicherlich auch Stimmen abgewinnen. Könnte sein. Weil ich glaube, wenig von den Grünen sind rübergewechselt zur AfD. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, also die, die allermeisten, die allermeisten AfDler sind vorher, sind vorher CDU gewesen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, einige FDP wohl. FDP und Grüne, dazwischen schwanken recht viele Wähler. Man kann, ich weiß nicht, ob man das noch findet. Was man, hier in diesen Parteien waren AfD-Mitglieder vorher aktiv, ist es das? Gibt es da, ah ja, hier gibt es noch Zahlen. Ich habe hier so einen Artikel gefunden von Cicero, ich weiß gerade nicht genau, wie seriös die sind, aber hier sieht man, die in Prozenten, also die meisten waren vorher in gar keiner, sondern irgendwie in, in gar keiner Partei drin. und die allermeisten CDU, dann SPD, dann FDP, dann SED, CSU, Grüne und Linke am wenigsten. Ja. Okay. Ich glaube, es bringt halt nichts irgendwie zu sagen, davon auszugehen, dass wenn man jetzt eben der FDP oder CDU schadet, dass das, dass das irgendwie dazu führen wird, dass die zu Linken werden. Ich glaube tatsächlich, dass ein Aufbau von denen sinnvoll wäre, um die AfD zu schwächen. Jetzt nicht im Sinne von, wir müssen Werbung für die machen, aber im Sinne von, dass die mal ein bisschen, ja. Kann ja dann auch eine Falle sein, dass die sich dann darauf ausruhen, dass sie sich auch die ganze Zeit Scheiße benehmen können, um zu sagen, wir sind ja nur die zweitschlechteste Option, aber ihr müsst jetzt das zweitschlechteste wählen, sonst kriegt ihr das Schlechteste. Kann ja auch sehr gefährlich sein. Sicherlich. Ich glaube auch, ich halte diesen Weg von Merz da irgendwie der AfD nach dem Mund zu reden, um ein bisschen wie die coole AfD zu sein, auch nicht unbedingt für besonders schlau. Ja, also irgendwann, wenn man dann vor die Wahl gestellt wird, dass man sagt, so, du musst jetzt Friedrich Merz wählen, sonst gibt es AfD. Ich weiß nicht, ob ich den dann wählen würde, ehrlich gesagt, oder ob mir das dann doch zu doof wäre. Ja, doch, dann würde ich schon Friedrich Merz wählen. Ich meine, die Frisur ist eine klare 10 von 10. Ja, gut, also ich würde vielleicht, also Ampel würde ich schon vielleicht sogar lieber als AfD haben, aber Merz, mal bist du es sogar lieber. Ich meine, du hast, also ich meine, es ist jetzt nicht so eine schwere Frage, oder? Ja, aber Ampel finde ich jetzt auch nicht so toll. Ja, aber welche Regierung willst denn du dann? Also, es hätte ja nicht gereicht, wenn du jetzt die Linken statt der FDP hättest, da hättest du keine Mehrheit bekommen. Ja, das ist doof, ne? Hätten die Leute mal besser wählen sollen. Es ist Demokratie, du kannst nicht einfach sagen, nur weil sie nicht das Ergebnis haben, was ich jetzt gewollt hätte, musst du neun Wahlen machen, bis das Richtige rauskommt. Aber was das angeht, kann ich so Leute wie Karl und so schon manchmal verstehen, dass man denkt, one man, one vote, aber dann gehen halt die ganzen Vollidioten dahin, die das gar nicht verstehen, was sie da machen und die haben genauso viel zu sagen wie du und du denkst, ich hab mir wenigstens ein bisschen mal dazu durchgelesen und jetzt hat man da halt irgendwelche Leute, die wählen einfach das, was der Vater ihnen sagt oder welches Plakat am schönsten aussah oder sowas. Aber willst du einen Demokratieführerschein machen, dass du den Leuten sagst, du musst dich aber mit Demokratie auseinandersetzen, damit du jetzt den Führerschein zum Wählen hast. Da kannst du halt auch die Leute sehr stark indoktrinieren und auf eine Linie bringen, damit sie dann wählen dürfen. Das halte ich auch nicht für den richtigen Weg. Ja klar, es ist schwierig, da findest du keine richtige Lösung, weil du kannst ja, also einerseits könntest du sagen, manche Leute dürfen nicht wählen, kritisch in der Demokratie oder du sagst halt, alle können wählen, aber dann können Extremisten hingehen, dann können demente Rentner Briefwahl machen mit 95 aus dem Heim, die nicht mehr verstehen, was sie da machen. Da können Leute mit einer geistigen Behinderung wählen, die vielleicht auch nicht so ganz verstehen, was sie da machen. Also die hast du dann auch alle da mit drin. Und das kann halt gefährlich werden. Deswegen gibt es, glaube ich, keine richtige Lösung. Wäre die richtige Lösung nicht einfach, Kindern in der Schule mehr politisches Verständnis anzueignen? Ja, aber das dauert dann ja. Kinder machen ja einen Mini-Bruchteil der Wähler aus. Ja, oder ein bisschen mehr, mehr, vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger hier, ein bisschen weniger hier über, über Kulturkampf und Gendern in den Funk und in den öffentlich-rechtlichen Medien reden, vielleicht ein bisschen mehr über Politik, ein bisschen mehr verschiedene Meinungen. Kann man machen. Ich habe hier mal eine, ich habe hier eine Grafik von Statista. Das ist hier Bundestagswahl 2021, die Wählergruppen, 18- bis 20-Jährige waren 3,2% und 21- bis 29-Jährige 11%, also wenn du die zusammenzählst. Wähler, Wähler unter 30 sind zusammen gerade mal 14% und 70 und älter sind 21%, also Wähler über 70 machen mehr aus als Wähler unter 30 und wenn die da Scheiße bauen oder dement sind und nicht verstehen, was sie da machen, die müssen ja die Folgen auch nicht mehr tragen davon. Wenn die jetzt, du kannst ja aus dem Heim kannst du mit 90 irgendeine Scheißregierung wählen und dann machen die in fünf Jahren Mist und du bist dann gar nicht mehr da, also wenn du dir das Ganze wie so eine Wippe vorstellst, die Leute über 50, die haben immer mehr, die wiegen immer mehr als die Leute unter 50, wenn du dir das hier anguckst. also und die kriegst du glaube ich, die kriegst du nicht nicht irgendwie umgestimmt, indem du irgendwas in der Schule änderst oder so. Das kannst du dann jetzt starten und dann kannst du hoffen, dass bei den nächsten Wahlen diese unteren 3% irgendwie was anders machen, aber das wird ja dann nicht so unbedingt große Änderungen geben. Es gab ja tatsächlich schon teils satirisch auch schon den Vorschlag, dass du sagst, Wahlrecht von bis, dass du sagst, ab 18 oder ab 16, aber dann bis 70 und dann nicht mehr. Weil im Alter kann es sein, dass du Alzheimer kriegst, dement wirst, wenn nicht, du kriegst die Folgen nicht mehr mit und so weiter. Sucht man sich dann nicht eigentlich quasi so eine Gruppe an Leuten, die deine Meinung eher vertreten, raus und filterst die, bis du mehr deine Meinung wiedergespiegelt bekommst? Ja, also wenn du guckst im Wahl-O-Mat, wenn du die Frage hast, sollte man ab 16 wählen dürfen. Die Parteien, die in den Umfragen bei 16-Jährigen beliebt sind, die sagen alle ja und die, die da unbeliebt sind, sagen alle nein. Ja, ja klar, aber ich meine, so kannst du natürlich auch vorgehen dann, es wäre jetzt, ich mache jetzt einfach mal das Gegenargument, so kannst du natürlich auch vorgehen, dann sagst du, ja gut, dann dürfen nur noch die zwischen 16 und 50 wählen oder 60 und dann, ja, also ich finde das Argument natürlich auch noch sagen, ja nur noch unter dem Einkommen oder über dem Einkommen oder du brauchst dann den Schulabschluss oder so, dann könntest du es natürlich unendlich einschränken, wenn es dir wirklich darum geht, dann ein bestimmtes Ergebnis rauszubekommen. Das wäre dann die Gefahr wiederum. Gab es ja immer schon, also die ursprüngliche Demokratie aus Griechenland, die wir immer als tolles Vorbild nehmen, die war ja eigentlich mal so aufgebaut, da durften ja Bauern und so auch nicht wählen gehen, da hast du gesagt, das Volk, aber das Volk waren dann die Intellektuellen und die durften wählen gehen und da gab es trotzdem auch irgendwie Sklaven oder irgendwelche niedrig gestellten Leute, die auch alle kein Wahlrecht hatten, Frauen schon mal sowieso nicht, ne, also das war jetzt auch nicht die Demokratie, die wir heute kennen, aber ich finde den Grundgedanken alleine mit dem Alter schon irgendwie berechtigt, mal zu fragen, ist das eigentlich okay, dass ja jemand, der gar nicht mehr die Folgen mitbekommt, dass der abstimmen darf, weil wenn du jetzt siehst, wenn es beispielsweise um den Klimawandel geht oder sowas, da kannst du ja Entscheidungen treffen, dass du sagst, ähm, wir bauen jetzt Windkraftwerke, das ist die ersten paar Jahre ein bisschen teurer, aber danach lohnt sich das dann. Ja gut, aber was ist denn da mit jemandem, oder wir verbrennen jetzt, was? Was ist da mit jemandem, der in den Bergen wohnt, der es gern ein bisschen wärmer hätte und der dann eh nicht überschwemmt wird, dem ist das auch relativ egal. Vielleicht hat er auch nicht die Weitsicht, natürlich, dass es ihm nicht egal ist, aber es gibt ja Leute, die prinzipiell in Regionen wohnen, wo der Klimawandel mehr Auswirkungen hat und Regionen, wo der Klimawandel wenige bis keine Auswirkungen hätte oder weniger wahrscheinlich. wenige bis keine hat man, glaube ich, kaum. Also wenn man jetzt sagt, es wird nur ein bisschen wärmer und das Wasser geht ein bisschen höher, dann wäre es auf dem Berg natürlich nicht so schlimm, aber wenn du jetzt dann sagst, wo es überproportional viel ist oder unterproportional, ja. Ja, und in den Regionen, wo es überproportional viel ist, da machen sich dann alle Leute auf die Socken und bewegen sich in die Regionen, wo es nicht so doll so ist. Das passiert erstmal. aber ich glaube, diese Weitsicht werden ja die Leute nicht haben, die dann, also wenn du sagst, du schränkst es ein auf Leute, die es betrifft, dann wird es ja, was beispielsweise Klimawandel angeht, natürlich auch Leute eher jucken, die in Bereichen sind, die es eher betrifft. Aber wenn du auf dem Berg wohnst, dann willst du ja trotzdem was zu essen haben und das kommt dann aus Regionen, vielleicht die überschwemmt werden oder du willst trotzdem weiter atmen können und wenn alle Insekten tot sind und dann alle Pflanzen drauf gehen, dann ist es in den Bergen auch nicht mehr schön. Also das hat ja, das hat ja viele Folgen. Das ist ja nicht nur ein bisschen wärmer und ein bisschen höheres Wasser, sondern da passiert noch ganz viel andere Sachen. Ich meinte einfach nur, wenn du jetzt sagst, du beschränkst es auf Leute, die es mehr betrifft, weil andere haben dadurch keine Auswirkungen. Kannst du es ja auf alles, auf alles anwenden. Sagst du eine Regierung, die jetzt vielleicht für weniger Frauenrechte ist, da dürfen dann nur noch Frauen abstimmen, weil Männer haben ja dann keine Auswirkungen davon. Das wäre das gleiche Argument wie mit den alten Leuten. Ja, ich meine nur, die alten Leute, die sterben halt irgendwann. Ja, ja, und die haben dann keine Auswirkungen mehr. Da ist es nicht abgehbar, dass sie das machen. Ja, ja. Also bei einem 90-Jährigen, wenn der jetzt über was abstimmt, was in 20 Jahren passiert, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er das nicht mehr mitkriegt. Also kann man doch sagen, warum darf der das dann aussuchen? Ja, klar, aber da müsste man halt sich dann drauf verlassen können, dass er das für seine Kinder dann richtig entscheiden möchte oder so. Nicht jeder hat Kinder, nicht jeder hat das oder nicht jeder will das Gute für die. Schon klar. Ich halte es nur halt dann für möglich, dass man das dann ins Unendliche einschränkt, dass man sagt, ja gut, dann könnte man sagen, über einem gewissen Einkommen darf man nicht mehr wählen, weil die werden ja sich dann nicht für die Rechte der Mehrheit einsetzen, weil ein Reicher, der wird dann wahrscheinlich eh prinzipiell gegen das Bürgergeld sein, bei dem betrifft es eh nicht. Wenn man einfach sagt, Leute, die mehr als eine Million im Jahr verdienen, die haben ja eh schon genug Einfluss, da kann man da ein bisschen nachpatchen. Nee, ich halte das eben für gefährlich, dass man die Demokratie auf Sachen so sehr einschränkt, das Wahlrecht, bis man eben nur noch die Leute hat, die das wählen, was man selber möchte. Ja, ja, klar. Es gibt ja Untersuchungen aber schon, dass es ja jetzt schon so ist, dass arme Leute weniger Einfluss auf die Gesetze haben, die am Ende durchkommen als reiche Leute. Da gibt es ja in den USA angefangen, jetzt in Deutschland gibt es ja auch Studien, dass die Interessen der armen Leute deutlich seltener durchkommen als die der reichen Leute. Du kannst ja halt Marketing kaufen, Thinktanks, du kannst Politiker bestechen, du kannst irgendwie Lobbyismus machen und so. Die Frage ist, ob das dann in dem Kontext was helfen würde, ist halt auch nochmal so eine Sache. Also wenn du jetzt sagst, du nimmst jemand mit über einem Million Jahreseinkommen das Wahlrecht weg. Hilft das dann in dem Kontext was? Ja, das war eher ein Joke. Macht es das Problem nicht nur noch schlimmer? Nee, also das Einkommen meinte ich ja gar nicht, meinte ja nur das Alter. Ach so, ja, gut. Also warum haben wir denn Wahlrecht ab 18, warum nicht ab 14? Weil man halt davon ausgeht, dass die dann wirklich nur noch das Signalverstärker der Eltern sind, I guess. oder weil sie sich in politischen Extremen oft bewegen. Ja, aber 90-Jährige sind doch wahrscheinlich geistig auf einem ähnlichen Level. Ja, die werden wahrscheinlich das wählen, was sie mit 50 einmal festgelegt haben. Und dann frühestens kommen sie noch in irgendeine AfD-Facebook-Gruppe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Altersheim ist die AfD gar nicht so beliebt. Dafür ist sie tatsächlich zu neu noch. Ich glaube, die wählen einfach immer noch Helmut Kohl. Und wenn da dann Friedrich Merz steht, dann sagen, ja, trotzdem, ich nehme hier CDU weiter. Der Helmut macht das ganz gut. Ach, der heißt jetzt Friedrich. Hat ganz schön abgenommen jetzt der Kohl. Ja gut, aber dann könnte man auch wieder sagen, ja, warum 14 und nicht 12? Du musst halt irgendwie, so dooferweise muss man eine Grenze ziehen. Es gab ja sogar so Leute, die schon meinten, dass das einfach ab Geburt schon geht und dass die Eltern für dich wählen, weil die wissen, was für dich am besten ist. Und das sind ja quasi zwei Menschen. Und der eine Mensch ist ja der Sorgeberechtigte des anderen Menschen. Und dass eine Mutter dann einfach doppelt abstimmen darf. Sie kann ja, alle anderen Sachen kann sie ja auch für ihr Kind bestimmen. Dann kann die ja auch den Kanzler für ihr Kind bestimmen. Und politische Aktivisten kriegen dann einfach 20 Kinder. Ja, guck dir an, was da aktuell für politische Aktivisten unterwegs sind. Ich glaube, die kriegen gar keine Kinder. Ja, aber wäre ja eine Möglichkeit. Aber wenn man es auf lange Sicht sieht, Schoyoka und Co., wenn ihr gesellschaftlichen Wandel wollt, viele Kinder machen. Die könnt ihr dann groß ziehen und den von Kleinen auf immer schon sagen, was sie wählen sollen. Du sagst ja nicht jetzt gerade etwa, dass Frauen Kinder bekommen sollen. Stimmt, es geht auch andersrum vielleicht. Ich nenne das Naturalisierung der Geschlechter. Man kann Männer auch einfach endlich mal abschaffen, oder? Ja, vielleicht nimmt man Männern einfach das Stimmrecht weg. Ja, das wäre doch auch was, oder? Warte mal, wart ihr nicht? Schweiz war doch das Land in Europa, was so irgendwie als letztes das Frauenwahlrecht eingeführt hat, oder? Ja, in Appenzell wurde das 1990. Am 28. April oder so. Also wir können ja jetzt nach Prinzip der Erbschuld das jetzt einfach noch mal so lange umdrehen. Ich habe hier jetzt, ach tatsächlich, aber auf dem ganzen Land schon in den 70ern. Hier, guck mal. Monologie der Einführung des Frauenwahlrechts in europäischen Ländern, Wikipedia. Finnland ist einfach schon 1906. Hier, Deutsches Reich 1918. Österreich auch 1918. Aber such mal letzter Kanton. Meinst du, wenn ihr das... Ja, und hier, ihr seid hier 1970, die Schweiz. Das ist schon super spät, aber es ist 90. 71 scheinbar. Es ist April, April 90, und zwar Appenzell, letzter Kanton. Geil, oder? In den 80ern haben einfach im Appenzeller Land einfach Frauen gewählt, die nicht gewohnt, die nicht wählen dürfen. Und hier Portugal und Lichtenstein auch. Relativ spät. Aber Lichtenstein ist auch... Lichtenstein ist echt ein weirdes Land. Das ist auch so ein Fürstentum. Das ist so ein richtiges Reichenland. Das ist basically wie so ein Königreich. Da haben schon die reichsten Leute eine Menge zu sagen. Und ich habe da kürzlich einen jungen Naiv mit Andreas Kemper drüber gesehen, dass das irgendwie ein Land ist, was so ein bisschen wie eine Firma geführt wird wohl. Das ist relativ selten. Seltsam. Lichtenstein ist irgendwie ein ganz komisches Land. Da wohnen aber auch nicht viele Leute. Das sind irgendwie... Wie viele? Auch immerhin ungefähr 40.000 Leute wohnen da. Es ist gar nichts. Ja, das ist eine kleine Stadt eigentlich. Ja. Ich bin ein paar Mal durchgefahren, aber ich kenne tatsächlich niemanden, der dort lebt. Oder kenne ich jemanden, der dort lebt? Nee, ich glaube nicht. Eine konstitutionelle Erbmonarchie ist das. Großartig. Großartig. Cool, ne? Was ist hier... Wer ist hier der Boss? Staatsoberhaupt Fürst Hans Adam. Vertreten durch Erbprinz Alois von Lichtenstein. Okay. Super. Super. Ja, aber tatsächlich inzwischen dürfen Frauen da sogar auch wählen. Alter, das ist aber schon krass. Also... Wie modern alles wird. Schlimm. Meinst du, wenn Deutschland und Österreich das nicht eingeführt hätten, dann wäre das mit Hitler ein bisschen anders geworden? Also... Alter, das nehme ich jetzt mal keine Stellung hier ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann man, ähm... Äh... Hitler-Wähler-Geschlecht. Kann man das nachgucken? Hitlers Wähler. Kann man das... Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen... Bisschen eine arg harte Unterstellung. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie... Also ich glaube, Trump... Trump wurde von Frauen überproportional viel gewählt. Women for Trump, sage ich da immer. Ja gut, aber man muss natürlich auch sagen, die Alternative ist Joe Biden. Das ist natürlich jetzt auch nicht so... So super fair. Soweit erkennbar, zeigten Frauen keine großen Unterschiede zu Männern. Entgegen einem populären Vorurteil. Weder waren die Frauen vorsichtiger, noch zog Hitler besonders schwärmerische Frauen an. Okay, also... In der Nazi-Zeit in Deutschland ist das schön... Frauen und Männer waren gleich scheiße damals. Ihr habt beide Mist gebaut. Ihr könnt euch da nicht rausfinden. Ihr wart einfach beide, Kacke. Aber was das mit dem Alter anging, mit dem Wahlrecht, da fällt mir gerade auch noch mal eine Sache ein. Wie ist es denn da? Müssen wir Leute, die jetzt beispielsweise übergewichtig sind oder rauchen, noch mal früher das Wahlrecht wegnehmen? Weil die werden ja kürzer leben. Ja, vielleicht sollten wir wie beim Minority Report einfach abschätzen, wie lange die noch leben. Und dann sagen, naja gut. Und dann sagen, naja gut. Vorher das Wahlrecht wegnehmen? So 20 Jahre, oder? 15 Jahre. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also... Ist ja nur so eine Idee, ne? Also das lässt sich halt schwer festlegen. Aber man könnte schon mal drüber reden, ob man bei denen vielleicht mit der Krankenkasse was ändert. Weil wenn du zum Beispiel mit deinem Auto andauernd Unfälle baust, dann sagt man ja auch irgendwann, wir stufen dich jetzt hoch in der Versicherung. und wenn du aber so ein übergewichtiger Kettenraucher bist, der andauernd säuft und dann noch besoffen irgendwie andauernd hinfällt und dann viel, viel öfter zum Arzt muss jetzt alle anderen, dass man dann irgendwann sagt, ey, also das ist schon unfair, ne? Du passt gar nicht auf auf dich. Es wird ja, also ich glaube, soweit ich weiß, in Deutschland, in der sozialen Krankenversicherung wird das nicht gemacht. Aber die Frage ist... Nur in der Privaten, glaube ich. Ja, die Frage ist, wie sehr überwacht, wie sehr muss man dann die Menschen überwachen? Also, wenn der jetzt nicht viel zum Arzt geht, aber trotzdem raucht und man davon ausgeht, dass der irgendwann anfängt, viel zum Arzt zu müssen, weil der vielleicht Lungenkrebs bekommt, wahrscheinlich, oder so, dann müsste man ja Leute überwachen, um zu schauen, ob die rauchen zum Beispiel. Es wird auch gesagt, Teile der Tabaksteuer gehen doch ins Gesundheitssystem, aber ich glaube nicht genug, ne? Man könnte es ja auch darüber regeln, einfach noch viel teurer machen. Ja, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich sinnvoller, weil sonst hast du halt... Ich halte halt viel solcher Ausgleichsmechanismen immer für, ja, für eine gewisse Autorität, die wiederum andersrum ausgenutzt werden kann und wieder für Probleme und Überwachung sorgen könnte. Aber, also, Bier ist wirklich schon lächerlich billig in Deutschland. Also, das ist wirklich ein Witz eigentlich. Bei Tabak, okay, das wird immer teurer, aber das ist schon krass, dass du Alkohol teilweise günstiger bekommst, als wenn du dir irgendwie einen Saft kaufen willst oder so. Das ist schon krass, wie billig das ist. Also, dass du teilweise irgendwie eine Flasche Bier oder eine Dose oder so für 50 Cent bekommst, also halt plus Pfand, aber das ist wahnsinnig billig teilweise. Aber im Restaurant müssen ja, müssen ja, muss ja immer irgendein antialkoholisches Getränk günstiger sein, als das günstigste Alkoholische. Ist das so? Ja. Aber dann steht da irgendwie stilles Wasser drauf oder so. Ja, das ist halt das Problem. Ich hab das mal in der Schweiz erlebt, da war ich Snowboard fahren, wollten wir in der Pause uns in so eine Hütte setzen und irgendwie kurz was trinken und das günstigste, was es da gab, war halt ein stilles Wasser für 9 Euro. Ich dachte so, Junge, die fucking Schweiz zieht da einfach ab. Eine Flasche Wasser, 9 Euro, was? Schweiz ist anders wild. Das war schon krass. Ja, Tipp, einfach kein Wasser trinken. Na gut, man kann immerhin das Leitungswasser trinken. Ja, das ist cool. Also in den USA kann man ja auch Leitungswasser trinken. Es schmeckt ein bisschen nach, so wenn du im Schwimmbad Wasser trinkst. Also wie in Ostdeutschland. Aber es ist immerhin trinkbar, egal wie kaputt deine Röhren sind. Oder egal wie lang es in den Röhren stand. Ich hab mich mal gewundert, als ich Freunde in Thüringen besucht hab, da war auch, ey, das Wasser, wenn ich da geduscht hab, das war echt wie Schwimmbad. Da war richtig viel Chlor im Wasser drin. Ich weiß nicht, ob es nur Thüringen ist oder nur die eine Stadt oder so, aber das war komisch irgendwie. Aber ja, es gibt echt viele Regionen, da geht das gar nicht. Aber zumindest bin ich schon mal froh, dass in den Ländern, wo wir jetzt so leben, das Leitungswasser trinkbar ist. Das ist schon mal ein großes Privileg. Das könnte ruhig ein weltweites Ding werden. Sicherlich. Ich hoffe, das wird es eines Tages. Da finde ich, wäre Entwicklungshilfe angebracht, dass du überall einfach aus dem Wasserhahn Leitungswasser trinken kannst, weil da zahlst du ja auch nichts für. Kostet irgendwie 10 Liter, 2 Cent oder so. Also wenn du dich nur von Leitungswasser ernährst, da kannst du schon mal einige sparen. Mhm. Weil, was kostet so eine Flasche Wasser, wenn man die jetzt so im so eine Kiste Wasser kauft? Auch nicht wirklich viel, aber an sich könnte man schon mal einiges sparen. Ich glaube, du zahlst sonst schon so oft. 10 Liter Wasser aus der Flasche kostet schon so 2 Euro, ne? Und aus dem Hahn, glaube ich, 2 Cent. Also kostet einfach 100 Mal so viel. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet. Schon krass, ne? Ich glaube, Leitungswasser trinken ist tatsächlich ein guter Spartipp. Ja. Außer du bist halt zum Beispiel in der Türkei oder so. Da geht das nicht. Nee, da nicht. Aber in Deutschland und in den USA. Mal gucken. Man kann das ja alles googeln. Wir haben ja hier wir haben ja hier so eine so eine tolle Internetmaschine. Kann man sich eine Karte angucken. Hier Länderübersicht, wo man Leitungswasser trinken kann. Es ist echt gar nicht mal viel. Es ist hier einfach, ähm... Ja, es sind eigentlich nur die USA. Ähm... Große Teile von Europa und... Ey, kein einziges Land in Afrika. Nicht ein einziges. Gar keins. Ja. Südamerika nur Chile. Okay. Hier Asien auch nur Südkorea und Japan. Sonst nix. Und die Frage, ob das Leitungswasser mit Chlor ungesund ist. Ich glaube nicht wirklich, dass es ungesünder ist als Wasser aus Plastikflaschen. Hm. Also ich glaube, das Chlor schadet dir da tatsächlich weniger, als wenn du dieses Wasser trinkst, wo eben potenziell Weichmacher aus dem Plastik rausgegangen sind schon. Ich glaube in Amerika ist eh, also Leitungswasser nicht unbedingt das gefährlichste, was du machen kannst. Wahrscheinlich ist es am gefährlichsten, in eine Schule oder in eine Mall zu gehen, wenn da irgendein Verrückter mit einem Gewehr reinrennt. Ja, Tipp ist es natürlich immer selber, das größere Gewehr dabei zu haben. Das ist ja tatsächlich teilweise so ein Lösungsvorschlag gewesen. Es gab ja echt so Leute, die gefordert haben, dass einfach in Schulen so bewaffnete Securities rumstehen und wenn dann ein Schülerarmok läuft, dann knallen die denen ab. Ja, oder wenn die anfangen irgendwie sich zu schubsen oder so, dann kann man ja auch prinzipiell mal vorsichtshalber reinschießen. Dann hören die auf damit. Ja, aber was ist das denn für eine Lösung, dass man einfach sagt, die Leute ballern alle, ja wir bewaffnen einfach auch noch die Lehrer und die können dann zurückschießen. Der Schüler hat mich, ich mag diesen einen Schüler nicht, wenn der mal da unvorsichtig in seinen Rucksack greift, dann wird der mal präventiv erschossen, bevor der versehentlich deine Waffe rauszieht. Also das ist tatsächlich, wenn du, ich habe einen Amerikaner in der Klasse gehabt, der hat gesagt, wenn du Auto fährst, also mit 16 ist der Auto gefahren, der war in meiner Klasse in der Oberstufe, der meinte, wenn die so eine Polizeikontrolle machen und du greifst ins Handschuhfach, dann ist da ein zweiter Polizist daneben, der zeigt mit einer Knarre auf dich, falls du da irgendwie was rausziehst oder so, also in manchen Vierteln, wahrscheinlich nicht in jedem Bundesstaat. Aber der meinte, da wo er gewohnt hat, also da fährst du mit deinem Auto rum und die sagen, zeig mal deine Papiere und wenn du dann ins Handschuhfach greifst, dann zielen sie halt auf dich, damit die zuerst rücken können, wenn du zu einer Pistole greifst, statt zu einem Führerschein. Das ist schon eine komische Vorstellung. Ich glaube, ich werde gerade im Chat korrigiert hier. Wilder Take, Hugo, Plastikflaschenwasser mit Chlorwasser vergleichen. Ich, also ich kann, ich habe da echt keine neutralen Infos zu. Ich habe das jetzt, ich habe das zumindest mal mitbekommen, dass das Chlor wohl ein wenig über Hype wird, gerade im Vergleich, also gerade oder über proportional viel verteufelt wird im Vergleich zu Weichmachern oder, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es da auch verschiedene Meinungen zu. Wahrscheinlich beides nicht so geil. Ich kriege hier übrigens gerade Subs, ich habe hier gerade einen Raid reinbekommen von Arnie Dagger, Dankeschön. Es ist eigentlich eh eine Schande für unser Verpackungssystem. Die Hälfte von dem Wasser, was auf der Erde jetzt gerade ist, ist wohl älter als die Erde und ist über die Zeit einfach aus dem Universum einfach irgendwie drauf geregnet. Und, also die ist, ne, es ist so alt und man kann es immer noch trinken, aber dann füllst du das in irgendwelche scheiß Plastikflaschen und dann hat es ein Verfallsdatum. Ja, es ist, ich glaube, die Hälfte wurde ja eh schon mal von einem Dinosaurier getrunken oder von irgendeinem Tier vorher. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, wenn man an Homöopathie geht. Wenn man an Homöopathie denkt. Ich sehe gerade, Arnie Dagger ist Partner inzwischen sogar, Gratulation. Achso, by the way, Grüße für alle, die jetzt über den Raid reinkamen. Also Homöopathen glauben ja, dass du einen Tropfen irgendwas, Kirsche oder so, ne, Tollkirsche, dass du das in 10 Liter Wasser machst, dann verrührst du das und verschüttelst das, davon nimmst du wieder einen Tropfen, machst das wieder in 1000 Liter Wasser und so weiter und die Essenz kommt dann irgendwann da an und irgendwann hast du eine Potenz, als würdest du einen Tropfen in ein riesiges Schwimmbecken machen. Aber die Potenz steigt ja. Ja, das ist dann höher potenziert, aber da ist dann immer noch weniger drin. Ja, aber es wird immer stärker. Nicht rühren, klopfen muss man. Schütteln oder verschütteln, verklopfen irgendwie so. Gibt es eine ganz spezielle Technik. Du schraubst irgendwie so eine Flasche zu und dann haust du die immer so auf den Tisch, ne? Es ist oft so ein Lederpolster oder sowas in der Art. Ja, ja, und davon nimmst du dann wieder einen Tropfen und dann weiter. Aber das Interessante ist ja, das Wasser, es wird ja immer mehr, aber die nehmen ja nicht alles davon. Die nehmen ja immer nur einen Tropfen weiter. Die müssten das doch als chemischen Abfall entsorgen. Eigentlich schon, ja. Das ist doch voll gefährlich. Ja, aber wenn du das glaubst, dass du... Mit hochpotenziertem Zeug. Kannst du ja nicht in die Kanalisation schütten. Das ist unfahrend. Das ist schon gefährlich, was die da machen. Die erzählen da immer einen von, das Wasser speichert sich das, das merkt sich das. Ja, was war da alles drin in dem Wasser? Also wenn du jetzt einfach einen Schluck Wasser aus dem Hahn nimmst, also mit was ist das alles schon in Berührung gekommen? Das war ja überall schon. Das ist ja schon durch irgendwelche Dinos durch und dann hat das zum Beispiel ein Mensch getrunken und ausgeschwitzt und alles mögliche. Am besten nicht zu viel drüber nachdenken, I guess. Also die Moleküle aus dem H2O, die sind schon überall gewesen und das hat sich eine Menge gespeichert. Na, ich bin da auch nicht so ganz am Glauben, dass das alles irgendwie... Also es klingt für mich alles wie Humbug. Was so in Richtung Homöopathie oder auch Sternzeichen, Horoskope, Astrologie. Ja, ich hab da ja ein Video drüber gemacht und danach dann ein Talk darüber. Also ich find die Leute, die das glauben, sind teilweise ganz sympathisch, aber inhaltlich halte ich das alles für Blödsinn. Mir ist das egal, ob die Leute sympathisch sind. Man kann ja trotzdem sagen, dass die... dass die... halt Quatsch labern. Bei jeder Gruppe wahrscheinlich ein paar Sympathische. Nur diese Sternzeichen-Leute, die sind erstaunlich gechillt. Also die... die reden jetzt nicht davon, dass du ihnen die Existenz absprichst, wenn du sagst, dass das Blödsinn ist oder so. Die sind nicht so aggressiv dabei. Die wissen schon irgendwie, das sind Großteile der Leute, die für Schwachsinn oder für Trottel hält. Und dann sind die, glaube ich, eher so drauf, dass sie sagen, naja gut, ihr seht das halt so. Manche werden vielleicht so ein bisschen sauer, aber ich sehe jetzt nicht, dass die irgendwie fordern, mich zu die Plattformen, weil ich nicht an ihre Sternzeichen oder an ihre Heilkristalle glaube oder sowas. Gut, wenn du ein Video von denen reactest, dann striken sie das vielleicht mal oder so. Also ich habe jetzt da noch nicht so die großen Aktivisten gesehen. Und an sich ist ja der Leitspruch, wenn jemand etwas fühlt, dann stimmt das auch. Da könntest du dich eigentlich ganz gut mit den Bogen identifizieren, oder? Ja, also wenn... Ich meine ja, wenn du jetzt fühlst, dass du eine Frau bist, dann bist du ja eine. Und wenn ich sage, dass das nicht stimmt, dann spricht dir die Existenz ab. Ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt... Ja, wenn du das jetzt sagst, dann werde ich auch von dem Erdboden verschwinden. Also ich fühle jetzt aber, dass ich immun bin gegen Corona und Homöopathie hilft mir sehr stark und Sternzeichen bestimmen mein Leben. Das ist meine Identität. Das stimmt jetzt. Spreche ich dir ab. Darf dann ja eigentlich keiner mehr leugnen. Dann verschwinde ich ja. Was? Oder? Also es ist irgendwie seltsam, dass man das bei manchen Sachen machen kann, bei manchen nicht, ne? Ja, es ist natürlich jetzt... Bei Geschlecht ist es ja was anderes wegen Geschlechtsidentität und sowas. Es gibt ja nicht sowas wie eine Immunitätsidentität. Aber ich finde, wenn ich Frau oder Mann sage, dann meine ich eigentlich schon das biologische Cis-Geschlecht. Ja. Ja, du meinst das so, aber das ist ganz schön gemein. Aber ich will damit eigentlich schon auch Transmenschen sagen, dass ich nicht an ihre Existenz glaube. Insgeheim. Würde ich natürlich niemals öffentlich sagen. Aber insgeheim ist das auf jeden Fall meine Absicht. Ich möchte aber darauf verweisen, hier ist gerade Lexi im Chat. Ich möchte darauf hinweisen, dass die existiert. Lexi gibt es wirklich. Ja, die hat mich auch schon mal geradet. Ich glaube an deine Existenz, Lexi. Ich glaube auch, es gibt Lexi. Ja, wäre auch schade, wenn die weg wäre. Einfach so, weil ihr irgendjemand die Existenz abspricht. Mhm. Ähm. Aber, aber, ja, also ich meine halt, ich finde es komisch, dass man, wenn man sagt, du sprichst einer Person die Existenz ab oder so, nur indem du sagst, eine Transfrau, die ist halt gesellschaftlich eine Frau, aber halt biologisch gesehen keine Cis-Frau. Weil das wissen die ja auch selber. Ja, also, du sagst den Leuten quasi, du bist ein Mensch, du hast natürlich auch Menschenrechte und alles, aber ich glaube, dass du selber nicht genau weißt, wer du bist. Dass du, ne, dass du deine eigene Identität falsch einschätzt. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin die Wiedergeburt Jesu oder ich bin ein Orakel oder sowas, würde mir jeder absprechen. Also, da kann ich doch auch nicht einfach sagen, hey, ich fühle es, ich bin es doch. Ich bin ein Prophet, was? Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass es halt das eine wissenschaftlich, also wissenschaftlich existiert, teilweise, und halt ein Prophet gibt es halt jetzt eher selten. Ja, aber es existieren wissenschaftlich auch Schwarze und wenn ich jetzt sage, dass ich schwarz bin, glaubt man es mir auch nicht. Ja, es gibt aber keine, die sich im falschen Hautfarbekörper geboren fühlen, oder? Doch, gibt's. Sagst du jetzt? Ja, doch, du kannst mal Martina Big googeln. Okay. Äh. Willst du das einblenden? Ich kann ja auch einblenden, aber dann sehen, dass die, deine Zuschauer nicht. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich diesen gesamten Talk hier die ganze Zeit irgendwelche Quellen einbinden. Voll stressig. Das hier ist Martina Big, die hat erst mehrere Brust-OPs gehabt und irgendwann hat sie gesagt, ich hab nicht nur, nicht nur viel, viel größere Brüste, als ich eigentlich hab, ich bin eigentlich auch noch schwarz. Also eigentlich sieht sie so aus, aber inzwischen sieht sie so aus. Darf sie das N-Wort sagen? Das ist jetzt eine spontane Frage. Das musst du, glaub ich, bei Twitch diverse Streamer fragen, ich kann dir das nicht beantworten. Aber es gibt, es gibt ein paar solche Menschen, das sind nicht viele, aber es gibt davon ein paar. Ja, ich glaub, ich glaub, aber da würden, würden jetzt wahrscheinlich nicht mal Karl und Co sagen, dass das problematisch ist, wenn man sagt, nee, sind sie nicht. Ja, aber also eigentlich, weiß nicht, wenn sie das fühlt. Ich glaub, man zieht die Grenze, weil es bei Geschlechtern eben dieses Transsein gibt, das ist ja wissenschaftlich belegt und so, es ist bestätigt und bei anderen Sachen gibt's das halt nicht. Natürlich gibt's Trans-Weiße Michael Jackson. Da sagt man halt, das machen die nur wegen der Diskriminierung und der Stigmatisierung in der Öffentlichkeit. Ja, der macht das, weil er sich viel zu oft operiert hat und deswegen ein Hautproblem bekriegt hat. Ja, gut. Michael Jackson hat witzigerweise bei einer Verhandlung, als der wegen diesen, diesen Nummern, eine Nummer mit den Kindern angezeigt wurde, hat der wohl zum Richter gesagt, dass der Richter was gegen Schwarze hat und du sagst, Michael Jackson, nicht mehr, guck dich mal an. Ja, was? Was wolltest du sagen? Sorry. Ähm, ich hab den Faden verloren. Verdammt. Ja, natürlich wird das, also ich glaube halt, sowas werden die, wahrscheinlich auch so ein Karl und sowas, wird das da wahrscheinlich ablehnen, dass Leute sagen, sie sind jetzt trans-Schwarzer oder sowas. Mhm. Ähm, wird natürlich auch jetzt von Rechten benutzt, die jetzt wahrscheinlich dann sagen, es gibt keine trans-Personen oder so, was halt auch schade ist, weil es nicht die Schlussfolgerung davon ist. Ja. Weil, also trans-Menschen, die gibt's ja einfach, kann man ja auch nachprüfen. Mir wurde gestern anscheinend auch erzählt, dass es mittlerweile möglich ist, äh, trans-Menschen, ähm, mit, mit MRT-Messungen, zumindest ein klareres Bild darüber zu geben, ob die wahrscheinlich trans sind oder wahrscheinlich nicht. Also es mittlerweile mehr Möglichkeiten, als die reine Aussage gibt. Ja, das ist ja, nach wie vor ist das ja, ähm, habe ich ja gestern mit einer Biologin drüber geredet, ist das ja eine, eine Frage, wo du überhaupt die Grenze ziehst, was jetzt was ist, ob du das nur von Gameten abhängig machst. Ähm, also, selbst bei Inter-Leuten kannst du wohl, kannst du wohl eine Tendenz sehen, welche, welche, ähm, Veranlagungen die eigentlich hätten. Also, ne, ob du das Soziale nimmst, ob du das Biologische nimmst, welches Biologische du nimmst, weil, äh, ich glaube, DSDs nennt man sie inzwischen, Inter ist wohl ein veralteter Begriff. Wurde mir jedenfalls gestern so gesagt. Ich bin gar kein Fan davon, jeden Begriff irgendwie weicher zu machen. Also, ja, okay, dass wir das N-Wort jetzt nicht benutzen sollten, kann man sich ja einig sein, aber, dass man erst sagt, Übergewichtige sind, sind fett, dann hat man gesagt, dick, übergewichtig, mehrgewichtig und heute Menschen mit großem Körper. Ja, aber das ist nochmal was anderes, glaube ich, das ist einfach nur, weil der, äh, Begriff irgendwie nicht mehr genau passend war, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwie nicht mehr dazu gepasst haben. Warum muss man dann den Begriff... Das war, glaube ich, nicht so neu sprechen, in dem Sinne. Aber warum muss man den Begriff dann ändern? Man kann, glaube ich, aber beides sagen. Aber man kann wohl trotzdem irgendwie, ja, weil, bei Leuten, die, ähm, irgendwas dazwischen sind, kann man trotzdem wohl, äh, feststellen, ob die jetzt Eizellen oder, oder Samenzellen produzieren eher. Und, äh, selbst wenn sie beides nicht machen, kann man sagen, wofür die Anlagen eher da sind. Ja, also... Danach sortieren halt manche Leute auch. Aber das ist ja eh nochmal ein anderes Thema. Also, Inter ist ja, ist ja nochmal was anderes. Aber eben bei Trans hat gestern mir jemand erzählt, ist jetzt keine Quelle, ich hab's nicht nachgeprüft, dass es anscheinend mittlerweile auch mit Kosten verbundene Untersuchungen gibt, die dir ein Bild darüber geben können, ob eine Person trans ist oder nicht. Oder eher trans sein wird oder nicht. Ja, aber trans ist ja, dass die, zum Beispiel eine trans Frau, die hat ja trotzdem die männlichen Gameten. Ja. Also, die produziert ja Samenzellen und keine Eizellen. Hat ja auch, ne, keine Eierstöcke und sowas. Es gibt wohl, also, einen Menschen, der komplett beides hat, gibt es wohl auch nicht. In dem Sinne. Wurde mir gestern zumindest so erzählt. Also, es gibt jetzt keinen, der einen voll funktionsfähigen Penis und eine voll funktionsfähige Gebärmutter und Eierstöcke hat. Also, dass du beides hast. Ja, aber das ist wohl noch nicht wirklich vorgekommen. Du hast vielleicht von einem, ja, von einem so kleine Überbleibsel und von dem anderen ein bisschen weniger oder sowas. Aber du hast jetzt nicht beides in voll funktionsfähig. Und, dann kann man da immer noch sortieren, welches es eher ist. Und du hast dann halt verschiedene Sachen. Du hast Chromosomen, du hast Gameten, du hast Hormone. Und sowas wie Hormone kannst du zum Beispiel manipulieren, wenn du möchtest. Also, du könntest jetzt ja auch einfach Pubertätsblocker nehmen oder Testosteron, Östrogen, diese ganzen Sachen kannst du dir... Das sehe ich jetzt natürlich bei mir nicht besonders den Sinn drin. Also, Ja, aber könntest du halt machen. Also, wenn du jetzt einen Hormontest machst, du könntest dann künstlich die Hormone zuführen und dann machst du den Test später nochmal und dann kommt ein anderes Ergebnis raus. Also, die kann sich ändern. Chromosomen kann auch passieren, dass du irgendwie zwei X und ein Y hast oder es gibt wohl... Chromosomen kann man nicht verändern. Ich glaube nicht nachträglich. Nee, nee, aber du kannst... Können die sich natürlich... Ich glaube, es gab einige, wo... Oder es sind Testungenauigkeiten, das weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau. Vielleicht kannst du dir auch den Talk angucken, den ich mit der Biologin gemacht habe, weil sie das gar nicht viel besser erklärt hat als ich. Aber jedenfalls kannst du... Also, es kann sein, dass du eine Frau bist, die nur ein X-Chromosom hat und das andere ist nicht A. Oder, ähm, dass du, ähm, ja, ein Y und zwei X hast oder so. Das kommt vor, ne, diese ganzen Sachen. Und, dass die Gameten und die Chromosomen ja nicht, nicht so zusammenpassen wie meistens, ne, sondern da das halt, ja, der Hormoncocktail irgendwie nicht so ganz, ja, zu dem, zum Körper passt. Klingt auch wieder so abwertend für manche, aber besseres Wort hat man leider gerade nicht. Soweit ich weiß. Ja, man sollte ja auch nicht immer so bösartig daran gehen, dass wenn du ein Wort zeigst, dass man immer vom Schlimmsten ausgeht. Die Frage ist halt, wo du jetzt, äh, die Grenze ziehst. Also, du kannst das natürlich wie Neithahn machen und kannst dir eine Liste machen und sagen, äh, Frauen schminken sich, Männer fahren auf, Auto und trinken Bier und wenn man das jetzt anders so macht, dann ist man das andere. Wenn du einen Biologen fragst, wird er dir wahrscheinlich was von Gameten erzählen und da gibt es, soweit ich weiß, aktuell nur zwei Möglichkeiten. Also, wenn es wirklich nur um Fortpflanzung geht, das ist ja auch nicht nur bei Menschen so, das ist bei, bei allen Tieren und Pflanzen genauso. Aber die Frage ist ja, ist ja tatsächlich, woran macht man dann dieses Transsein fest, wenn jetzt Leute sagen, sie fühlen sich Non-Binary, dann könnte man natürlich auch sagen, das sind auch Transmenschen, weil die waren ja vorher, waren ja vorher Männer oder Frauen und sind jetzt Non-Binary. Ja, das ist ja eigentlich ein Überbegriff für ganz viele andere. Ja, oder die sind jetzt Non-Binary, sind weder Frau noch Mann. Dann könnte man ja sagen, die sind auch Trans, aber beispielsweise jetzt, ich habe von vielen Transleuten gehört, dass sie das nicht so, nicht so sehen, wenn man damit halt ihr Leid oder ihre Gender-Dysphorie halt, die sie als Anhaltspunkt sehen, man macht das damit quasi ein bisschen kleiner. Ich glaube, Lexi hatte das auch gesagt. Ja, aber das ist ja ein großer Streitpunkt. Das ist ja mit Persia X und so auch, die haben ja dann auch viel Zank mit denen, die das anders sehen. Aber Non-Binary ist, soweit ich weiß, komplett soziologisch und gar nicht biologisch, oder? Ja, aber manche wollen dann ja zum Beispiel die Hälfte von den Hormonen, von den männlichen Hormonen als Frau oder von den weiblichen Hormonen als Mann nehmen. Ich glaube, gesundheitlich ist das keine gute Idee, aber... Nein, aber theoretisch können Sie ja sagen, dann sind Sie dazwischen. Ich habe auch gestern erfahren, dass Leute, die als intergeschlechtlich geboren werden, wenn man die nicht behandelt, dass das wirklich sehr gefährlich ist für die, dass die auch oft sterben. Hat Karl mir nicht geglaubt. Ja, gut, ich habe gestern mit einer Humangenetikerin geredet. Ich glaube, die hat mehr Ahnung als Karl davon. Also das ist jetzt nicht einfach so, du kommst auf die Welt und hast irgendwie beide Geschlechter und das funktioniert auch beides ganz prima, sondern die haben dann wohl oft auch irgendwie Probleme mit der Niere und so weiter und mit dem Darm und dann kann man da auch ganz gut mal dran drauf gehen. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt nur gemein vom Arzt, wenn der irgendwie sagt, wir operieren, sondern vielleicht hängt da sogar mal das Leben dieser Person dran und dann ist das jetzt, finde ich das jetzt nicht so gemein, dass der Arzt dann da sagt, naja gut, wollen wir nicht irgendwas machen, dass diese Leute nicht sterben? Ja, ja, und dann kann man halt am Hormonspiegel an, ich glaube, man kann die auch körperlich natürlich ein bisschen zuordnen immer, man kann auch an die Chromosomen bestimmen und daran kann man dann entscheiden, zu welchem Geschlecht man die jetzt operiert. Ich glaube, das Grundproblem an der ganzen Nummer ist ja, wenn du sagst, Karl hat dir das nicht geglaubt, ich nehme an, dein Biowissen ist ein bisschen aus der Schule, ein bisschen aus dem Internet, bei Karl, ja, ein bisschen Aktivismus geguckt, vielleicht mal ein bisschen Ich schätze einfach mal ein bisschen Twitch, ein bisschen Ideologie. Bisschen Twitch, bisschen Twitter, bisschen Podcast oder so und ja, dann diskutieren zwei Leute über ein Thema, wo sie eigentlich nicht viel Ahnung von haben. Ihr könnt natürlich über dieses Soziale könnt ihr reden, dass ihr sagt, ob es dir irgendwie unangenehm wäre, dass die mit dir gemeinsam aufs Klo gehen oder sowas, da könnt ihr gerne alle drüber reden, aber wenn es um die Biologie geht, lasst doch mal ein paar Biologen darüber reden vielleicht. Jaja, klar, aber das Ding ist halt, Karl sagt mir, Geschlecht wird bei der Geburt zugesprochen. Nun, nee, du kommst halt mit einem Geschlecht auf die Welt. Wie viel Prozent der Menschen sind Inter und dann, ich habe gesagt, ja gut, dann sind ein paar Prozent Inter, ja, denen wird dann irgendwas zugesprochen. Das kommt ja auch drauf an, wer dann als Inter zählt, also es gibt ja Inter-Leute, da siehst du es gar nicht. Ja. Aber das ist dann nicht das starke Inter wie das, woran du stirbst ohne Behandlung, sondern du hast irgendwie ein kleines überbleibte irgendwo. Genau, und Karl meinte dann eben, das ist ein großes Problem, dass eben die Leute, wo das dann irgendwie dazwischen ist, irgendwie operiert werden und ich sage denen dann, ja gut, wenn das nicht erforderlich sein sollte, wenn das nicht notwendig ist, dann braucht man das ja prinzipiell nicht operieren. Aber erstens gibt es dieses ganz dazwischen sein nicht und zweitens gibt es dann ganz gute Möglichkeiten eben zu bestimmen, wenn es sonst medizinische Probleme gibt, ob man das jetzt besser zu einem Mann oder einer Frau operiert, weil man es eben bestimmen kann und es sonst zu Problemen führt. Also wir leben nach wie vor im Kapitalismus und ein Arzt operiert dich nicht aus Spaß. Das kostet Geld, ja. Der Arzt operiert dich, weil du sonst entweder stirbst oder behindert wirst und man dann sagt, der Typ kann nicht mehr zur Arbeit oder so. Das siehst du alleine schon, wenn du ein Hautproblem hast oder so, dann kannst du dir die Creme oder das Shampoo dafür selber kaufen, weil damit kannst du ja weiter arbeiten. Wenn du dir irgendwie den Fuß verknickst, dann sagt die Krankenkasse, oh ja, natürlich kriegt der jetzt eine Behandlung, weil dann kannst du ja wieder zur Arbeit kommen. Genau, aber es ist ja auch verboten. Also wenn eine Interperson keine... Ja, und wenn man jetzt sagt, man hat eine Interperson und das ist nicht notwendig, den zu operieren, dann wird der auch nicht operiert. Genau. Es gibt kein biologisches Non-Binary. Intermenschen sind nicht biologisch Non-Binary. Mir sagt gerade die Biologin von gestern im Chat, die ist gerade glücklicherweise da, sie sagt gerade noch, kosmetische OPs an Kindern mit DSDs sind in Deutschland ohnehin glücklicherweise verboten. Seit 2021, aber erst, soweit ich weiß. Naja, aber vorher hat man es ja wahrscheinlich auch nicht aus Spaß gemacht, sondern nur, wenn die Eltern darauf bestanden haben oder sowas. Genau, aber Karl hat das quasi so aufgefasst, wie, es gibt ganz, es gibt eine Gruppe an Kindern, die kommen als Non-Binary zur Welt und die werden dann wegen unserer bösen Gesellschaft in eins der beiden Geschlechter operiert und gezwungen. Ich würde gerne sehen, wie Karl mit der Biologin diskutiert, ich kann gerne Kontakt herstellen, wenn ihr wollt. Der diskutiert lieber mit 30 Non-Binaries aus seiner Community gegen den 16-Jährigen. Die ganze Community kann auch über Marie-Luise Vollbrecht schimpfen, aber mit ihr reden würden die alle nicht. Die können schön in ihrem Zimmerchen sitzen und sagen, hör, hör, hör mit den Fischen, aber geht mal in einen Talk mit der, traut euch doch mal. Ach, da kann man, also, ja, da kann man halt nicht, vielleicht kann man da nicht als der Klügere dastehen, als der, ähm, als der akademische Linke. Also, ich finde ja, ich finde das ja vernünftig, dass man mit den Betroffenen mal redet, im Sinne von, man fragt die, wie fühlen sie sich, was denken sie selber, wie wird es ihnen besser gehen und so weiter, aber du kannst dir halt von Betroffenen nicht unbedingt eine objektive Fachmeinung einholen. Also, das macht man in anderen Fällen auch nicht. Du kannst nicht 30 Betroffene in den Talk reinholen, damit die, damit die, die einerseits sagen können, dass du, dass du, dass du Menschenfeind wirst, andererseits dir was davon erzählen, dass sie auf Flugzeuge stehen und dich einer noch fragt, welche, was du für die optimalste Behandlungsform für Depressionen hältst. Auf Flugzeuge stehen ist aber schon ziemlich scheiße für die Umwelt, oder? Also, das ist schon so eine Art Stockholm-Syndrom, der liebt dann das, was ihn am Ende umbringen wird. Ja, ja. Aber das, das war wild. Also, du hast ja nicht einen gefragt, der jetzt gesagt hat, wie er sich fühlt, sondern die kam halt wirklich da rein mit eine Anschuldigung. Geil, ne? Der macht Spaß. Mit Neidl war er ähnlich. Neidl hat sich auch angefühlt wie ein Aufsatz mit Anschuldigungen und deswegen habe ich auch keine Lust, mit dem nochmal zu reden. Er hat mich aber immerhin nicht aus dem Call geworfen, sondern aus dem Call geekelt. Das muss man ihm zugutehalten. Hast du den Talk mit Agitator gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und wer fandst du, hat da eine bessere Figur gemacht? Ich fand tatsächlich, der Agitator hätte es besser machen können. Ich fand an ein paar Punkten war es unangenehm, dass er so ein bisschen lauter wurde. Es ist verständlich gewesen, aber halt trotzdem nicht optimal. Aber trotzdem, also Neidl hat den Call verlassen. Das reicht eigentlich schon als Argument. Ja, vor allem, ey, das Ende war ja absolut wild. Agitator sagt, die grünen Abgeordnete Tessa Ganserau und Neidl kriegt einen Schreikrampf von wegen, lass sie in Ruhe, sie ist eine Frau. Der hat noch nichts gesagt. Ich bin eine Frau. Er hat nur gesagt, die Abgeordnete, hat gesagt, die Abgeordnete und hat dann den Namen gesagt, den sie haben will. Er hat eigentlich sich an diese Regeln alle gehalten und Neidl hat bevor irgendwas kam, trotzdem einfach angefangen zu brüllen. Also hätte der jetzt irgendwie, hätte Agitator direkt gesagt, da ist ein Typ, der hält sich für eine Frau, der perverse oder irgendwie sowas, dann wäre das vielleicht eine Reaktion gewesen, wo man denken würde, okay, ja, hat er ihn provoziert, aber der hat gesagt, die Abgeordnete, der hat Tessa gesagt, und so weiter. Die leitern an mit, das ist eine Frau, dass sie in Ruhe ist. Ja. Sie können bei Lucy ja auch sagen, ne? An sich, ja, aber weißt du, vielleicht sollte sie erst mal, vielleicht sollte sie erst mal kurz für ein Jahr safe, weil die männlich machen und dann weiblich, weil dann ist ja, war sie zumindest mal eine Transperson, oder? Geht das dann? Ist sie dann doppeltrans? Was wäre? Wer? Wenn Lucy so ein Jahr transmännlich macht, safe-ideomäßig. Ich hab mich auch gefragt, wieso, wieso sind Transmänner eigentlich beliebt in der Ideologie? Das müsste doch der Feind sein. Ist das nicht eine Art Verräter? Also, die sagen auch immer, alte weiße Männer, das Schlimmste, was es gibt. Transmänner, die sind im Frauenteam und wechseln ins Männerteam, dann müsste man noch richtig sauer sein auf die. Aber Transmänner sind doch generell viel weniger problematisch. Also, ich finde, die werden ja auch komplett vernachlässigt. Also, Transmänner haben es doch im Kampf. Die privilegieren sich ja auch. Naja, aber abgesehen davon, man sagt ja immer, man nimmt dieses Sportthema nur, um jetzt irgendwie Transmenschen zu diskreditieren. Nee, ich finde es auch ziemlich unfair für einen Transmann, der dann im Männersport mitmachen darf, der hat doch auch keine Chance dann. Amaya sagt ja, aber mir wäre auch kein Name bekannt von jemandem, wo das so wäre. Na gut, hat halt einen Testosteron-Vorteil vielleicht gegenüber anderen Frauen, aber nicht gegenüber den anderen Männern. es geht jetzt gerade um eine Frau, die zum Mann transitioniert hat. Ja, und die knallt sich ja Hormone rein, also die fruchtet ja eine Menge Testosteron, aber Profisportler, die haben auch so wahrscheinlich ganz gut Testosteron und du hast trotzdem wahrscheinlich ein, ja, du hast andere Muskeln, hast andere Knochen. es ist, es bleibt unfair, es ist nicht, du kommst nicht, du kommst nicht an die gleiche Leistung ran, das ist das Problem. Nein, Lucy ist als Frau super, ich meinte nur, sie soll ein Jahr Self-Fidee männlich machen und dann wieder weiblich, weil dann ist sie doppeltrans. Zu mir hat auch neulich ein Freund, der ein bisschen autistisch ist, der natürlich an so Themen dann auch immer ein bisschen anders rangeht, der hat auch gesagt, er würde eventuell Self-ID zur Frau machen, damit er seinen Vornamen ändern kann, weil ihm ein anderer Vorname besser gefällt, dann hat er die Namensänderung direkt drin und kann er sich einen anderen Vornamen holen und er hätte dann mehr Optionen, weil wenn er zum Beispiel in einen Männerraum möchte, dann kann er mit seinem Gesicht da reingehen und wenn er in Frauenraum möchte, dann kann er mit seinem Pass da reingehen und der operiert sich halt nicht und er kann dann in beides, weil wenn ich jetzt so in eine Männertoilette gehe, keiner würde mich aufhalten, niemand würde sagen, Moment mal, du passt hier aber nicht. Ich glaube, ich würde schon einen Pass kontrollieren. Naja, ich meine, in eine Männertoilette kann ich eh, da wurde ich noch nie kontrolliert und wenn ich in eine Frauentoilette gehen will, dann ziehe ich halt meinen Ergänzungsausweis raus und sage, nee, 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 ich darf hier rein und ich kann mir ja auch aussuchen, ob ich den Ergänzungsausweis dazu lege oder nicht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt von DGTI ist das, glaube ich, da gibt es zusätzliche Ausweise, du legst deinen Perso hin und dann legst du den anderen Ausweis noch dazu und das ist quasi wie so ein Add-on. Und dann kannst du den da so drauflegen und sagen, ja, hier, guck mal, das Foto und der Name und so. Aber ich, ne, das ist mal ein anderer Ausweis, aber du kannst dir halt aussuchen, ob du den dazu legst oder nicht. Eigentlich ist das ein Lifehack. Aber, ja, ich finde es auch komisch irgendwie, dass so Transmänner, wenn es dann ums Militär geht, wollen die ja gar nicht unbedingt mehr wie Cis-Männer behandelt werden. Tatsächlich ist im Self-ID auch drin geschrieben, dass es im Kriegsfall nicht mehr gilt. Also, möchtest du jetzt wirklich 100% wie ein biologischer Mann sein oder dann so ein bisschen doch noch den Vorteil sneaken? Ne, andersrum ja auch. Also, wenn du eine Transmauer bist, dann wirst du trotzdem an eine Waffe gestellt. Also, das ist irgendwie geil, dass die Regierung sagt, ey, ihr seid komplett vollwertig, das, was ihr sagt, auf jeden Fall. aber mein Krieg ist dann nicht mehr. Außer wenn es ernst wird, dann ist die Party vorbei, dann ran an die Knarre. Also, das ist schon, das zeigt ja doch irgendwie, dass die das, ja, doch nur so halb ernst meinen. Dann stehen da irgendwie Paus und Buschmann und dann sagen die, ja, ja, das ist uns ganz, ganz wichtig, ja. Natürlich sind es Frauen und dann, ah, Krieg, ähm, äh, los geht's. Ich verstehe eh nicht, warum im Kriegsfall nur Männer eingezogen werden können zum Militärdienst, also, oder warum das, warum die zum Dienst einer Waffe, äh, gezogen werden können und Frauen nicht. Ja, die Briten, die Briten haben übrigens, äh, wird gerade im Chat gesagt, die Briten haben Self-ID bei der Thronfolge exkludiert. Also, die Briten haben gesagt, es gibt Self-ID, aber wenn die Prinzessin sagt, ich wäre gerne König, dann sagt man, äh, 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 du nicht. Wir haben ja gerade eine Transperson im Chat, die froh ist, dass sie andere Nachteile, äh, andere Probleme hat, warum sie nicht ins Militär kann. Ja, ja, gut, also ich glaube, da gibt's eine große Spanne. Es kommt ja drauf an, wann ins Militär, ne? Also, du meintest ja, also an sich kann man in unserer modernen Welt, du bist ja gerade in Amerika, ne, die killen ja die meisten Leute eh mit Drohnen gerade, das, also ich glaube, zum Controller halten kann eine Frau auch ganz gut. die müssen ja jetzt nicht mehr irgendwie durch ein Graben rennen und, äh, schweren Rucksack und so, die, die sitzen irgendwo an einem Schaltknüppel und knallen die Leute halt per Bildschirm ab. Hast du gerade etwa gesagt, hast du gerade etwa gesagt, dass, äh, dass Frauen eine andere körperliche Leistung haben als Männer oder biologische Unterschiede existieren? Die gibt's natürlich nicht und genau deswegen ist auch bei Militär und Polizei, äh, wenn da Frauen mitmachen, sind die Anforderungen komplett anders, weil es da eigentlich keinen Unterschied gibt. Das ist auch komplett logisch. Ich weiß das tatsächlich von jemandem, der mal Polizist war, dass der, äh, die kriegen so einen Sporttest am Anfang, ne? Ja. Aber wie ist das? Zählt da Self-ID noch? Das weiß ich nicht genau. Das ist irgendwie anders. Also auf jeden Fall, wenn du, wenn du als Mann und als Frau zur Polizei möchtest und die so einen Sporttest am Anfang machen, riesen Unterschiede. Wirklich richtig große Unterschiede. Das ist irgendwie so, die Männer müssen zehn Klimmzüge machen, die Frauen einen oder so. Also das ist wirklich komplett anders. Oder die Männer müssen irgendwie über so eine Mauer drüber klettern und die Frauen dann halt so sich einmal ein Stückchen dran hochziehen. oder so. Soll doch, soll doch Bichan Tavazzoli mal testen. Also der Grund ist halt, dass wenn du sagen würdest, die müssen, die müssen alle alles können, dann würden halt so gut wie keine Frauen da durchkommen. Ja. Ja, dann hättest du halt fast momentische Polizisten. Ja. Problem ist halt, wenn ich jetzt was klaue und über eine Mauer springe und die Polizistin, die mich verfolgt, sagt, well, da ist ja eine Mauer. Ich hab einen anderen Sporttest gehabt. Das ist dann auch wieder doof, ne? Ja. Schwierig. Ja, weil die Anforderungen sich ja eigentlich nicht ändern, also die, die du am Ende im Beruf auch ausführst. Verändert sich ja nicht. Aber deswegen gibt es keine Polizeistreifen, wo zwei Frauen drin sitzen. Es gibt zwei Männer oder ein Mann, eine Frau. Weil die sagen, wenn jetzt irgendwie so ein 1,90 Meter großer Kampfsportler irgendwo randaliert und dann kommen da zwei 1,60 Meter große Frauen und sollen den aufhalten, ich glaub, dann würden die verhältnismäßig oft schießen müssen. Das will man ja auch nicht. Aber ich glaub, da erkennst du schon wieder, dass wir ein Patriarchat leben. Ja. Hier, warte. Ich glaub, alle biologischen Unterschiede, alle statistischen Unterschiede lassen sich nur nur auf das Patriarchat übertragen. Ich glaub, es gibt einfach sonst keine Gründe, warum Frauen teilweise anders repräsentiert werden als Männer. Mhm. Tatsächlich ist das inzwischen nicht mehr so dolle, so steht hier gerade. Ach so. Das wurde wohl teilweise geändert. Aber hier steht, Ausnahme ist Landespolizei Brandenburg, Landespolizei Brandenburg, da müssen Frauen Liegestütze und Männer Klimmzüge machen. Aber sonst, da hat man's wohl inzwischen angeglichen. Leiderweil war das wohl anders. Das hab ich von, aber nee, das stimmt nicht. Hier steht dann unten wieder, guck mal, hier ist jetzt Mindestanforderung Hessen zum Beispiel. Also, die machen die gleichen Disziplinen. Das war das. Aber die müssen unterschiedliche Zeiten umzuschaffen. So hier, die Achterlauf zum Beispiel, die Frauen haben 80 Sekunden, die Männer haben 70. Die müssen halt dann schneller da sein. Die Frage ist, ob der Kriminelle das dann halt auch weiß. Ja, vielleicht, ne. Also, vielleicht sagt er ja auch, aus Fairness renne ich Lamsanger bei einer Frau. Ja, ja, der sagt dann, die muss ja auch eine Chance haben, das ist ja sonst unfair. aber, ja, die haben halt hier anscheinend irgendwie dann, dann irgendwie einen krassen Lauf oder die haben dann hier Bankdrücken, warte, hier war das, 13 Wiederholungen 20 Kilo, 17 Wiederholungen 30 Kilo, das ist schon ein Unterschied. Ja. Solche Sachen hast du da halt drin. Und da gibt's halt immer so Sachen mit Transmenschen, also, da gibt's halt Probleme und bei solchen Regelungen und juristischen Sachen sucht man ja eigentlich eher nach Problemen, anstatt zu sagen, ja, im Allgemeinen ist das aber so und so. Könnte halt sein, dass die dann, wie manche Sportvereinigungen das machen, dass sie dann Hormonteste oder Tests oder so machen, dass sie sagen, du kannst jetzt nicht einfach sagen, dass du eine Frau bist, du musst dann erstmal nachweisen, dass du Medikamente nimmst oder sowas. Ja. Ja, und dann ist es wieder hinfällig, weil wenn du dir richtig krass aus der Medikamente reinknallst, dann wirst du beim Sporttest nicht mehr das gleiche schaffen wie jetzt. Ist auf jeden Fall alles ein sehr spannendes Thema. Ich finde es komisch, dass irgendwie so Kritik daran irgendwie gleich als Feindlichkeit abgestempelt wird. Ja, ich hab das Gefühl, auch das wird mehr inzwischen, also, dass auch Leute ihre Kritik ein bisschen harscher formulieren dadurch. Also, meine Beobachtung war so ein bisschen, dass man am Anfang sehr sensibel war und versucht hat, so auf Eierschalen zu gehen, weil man dachte, die armen Leute, ich will denen nicht wehtun. Und dann hat man zum Teil Betroffene, aber viele auch Aktivisten, Allies gesehen, die einem so auf den Sack gegangen sind, dass manche Leute jetzt, glaube ich, mit Absicht feindlich sind, einfach um zu sagen, Karl und Seth und so sind mir so unsympathisch, ich drücke jetzt mit Absicht nochmal doppelt rein, nur damit die sich aufregen. Das habe ich bei ein paar Leuten im Internet so wahrgenommen. Das ist natürlich jetzt so eine Beobachtung nur, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber kam mir so vor. Ja, sicherlich, also ich halte es eben, das ist halt auch wieder so eine Sache, ich halte es für sehr gefährlich, wenn du jeden, der mal ein bisschen Kritik an der eigenen Seite so in Anführungszeichen äußert, gleich komplett auf die andere Seite schiebst. Ich habe auch diese Angenommen? Du bist jetzt für eine Partei, für ein Land, für irgendwas und die machen Fehler. Dann würde ich die doch immer auch dafür kritisieren, anstatt zu sagen, nein, ich bin ja für die, die darf ich jetzt gar nicht kritisieren. Ja. Ja, sollte man eigentlich so machen, aber es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die geistige Verfassung an, die du hast, wenn man, wenn man dann sagt, aber die Kritik tut mir weh und ich bin so labil, einmal eine Kritik und mein kleines Herzchen geht kaputt, bitte mach das doch nicht, dann reagieren die Leute, glaube ich, einfach ein bisschen anders. Genau, aber es hilft eben dem Diskurs nicht, wenn einer transfeindlich ist, weil er irgendwie sagt, ja, es könnte auch ausgenutzt werden, dann cool, spawnen immer mehr transfeinde. Das Dumme ist halt auch zu sagen, ja, aber wer würde das denn machen? Ich kenne genug abgefuckte Leute, die das machen würden, also alleine durch den Bildschirm. Ich habe im Internet so viele bekloppte Leute gesehen, also du kannst doch sagen, wieso sollte denn jemand seinen Hund bumsen oder so, ja, aber dann sitzt da einer bei Lira und sagt, hallo, ich bin Michael, ich mache das. Ich bin Aktivist dafür. Ja, also, da würdest du auch sagen, ja, aber das macht doch keiner. Ah, leider doch, doch, das machen Leute. Ja. Also, wenn du nur nette Leute hättest, dann bräuchtest du ja auch keine Polizei mehr. Also, du kannst ja auch sehen, in irgendwelchen kleinen Grüppchen, da kommen die Leute auch gut miteinander aus, ne, wenn irgendwie in einer WG oder in einer Kommune oder so, in so einem kleinen Rahmen kann das funktionieren. Was so bald mehr wird, dann ist es immer schwieriger. Du kannst doch in einem Jugendzentrum irgendwie einen Kühlschrank und eine Kasse da hinstellen und einfach sagen, pay what you want, du gehst hin, du nimmst dir ein Getränk und tust einen Euro in die Kasse und keiner greift in die Kasse und nimmt sich das Geld raus und das funktioniert dann eine Weile. Aber wenn, wenn das dann eine Stadt ist mit einer halben Million Einwohner, dann willst du halt Leute geben, die es ausnutzen. Ja. Sobald das ein bisschen größer wird. Irgendwann ist dann halt ein schwarzes Schaft dabei. Okay, ich glaube, das darf man nicht sagen. Ein, ähm, das ist dann so ein schönes Ausdruck. Das ist dann so ein schönes Ausdruck. Ja, das ist, es ist schwierig alles. Irgendwie verstehe ich nicht, warum man, warum man irgendwie Leute sehr schnell als was Böses abstempelt, nur weil sie ein bisschen abweichen. Ja, obwohl sie sich selber anders identifizieren. Du kannst gerne sagen, du bist Mitte-Links und man sagt, äh, 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 Rechtspopulist. Oder sowas. Was bringt das, was bringt das Mitte-Links oder was bringt das Linksextrem? Nix, das ist dumm eigentlich. Das ist Selbsterhöhung, glaube ich. Man kann dann irgendwie Macht ausüben oder so. Aber es hilft doch dann Rechtspopulisten, oder? Vielleicht. Also bei, bei, bei Gendern in den Öffentlich-Rechtlichen hat es gerade eingesehen, dass das, dass das nur Rechts hilft. Ja, komisch, ne? Das hat mich gewundert. Aber ich, ich war richtig positiv überrascht, aber weißt du, ich habe ihn am Ende vom Gespräch gefragt, ob er auch irgendwas von mir mitnehmen konnte oder ob er irgendwas von mir gut fand, irgendeinem Punkt. Und er sagt, nein. Aber im Gespräch vorher sagt er, ja, das ist ein guter Punkt. Aber am Ende sagt er, nein, alles falsch, was du gesagt hast. Da war auf keinen Fall irgendwas dabei. Drei Stunden geredet, alles falsch. Ja, er hat noch gesagt, vielleicht war irgendwas dabei, aber dann habe ich es komplett vergessen. Vielleicht ist das, vielleicht ist das, Taktik damit spannend bleibt, weil ich weiß nicht, was der, was der in zwei Monaten denkt und von wem er sich dann distanziert hat und wie er umgedacht hat und sowas. Also der, der bleibt ja selten bei einer Ideologie. Vielleicht verjahre er dann wieder Leute, die von der Polizei geteasert werden oder so. Ja, oder andersrum dann. Also Leute, die mit dem Taser Polizei angreifen. oder so. Weiß ich nicht. Ich glaube, inzwischen hat er, der hat, Karl ist unberechenbar. Der hat, glaube ich, jetzt aber gesagt, der hat sich von den Walkies ein bisschen distanziert und ist jetzt ein Tanky. Was ist das? Das sind so radikale, also so linksautoritäre, die so Leute, die Stalin geil finden und so. Ich glaube, das ist eher ein Joke bei ihm. Ich bin mir da inzwischen nicht mehr sicher. Also, ich glaube, also, ich verstehe, das Problem bei Karl ist ja, manche Jokes von ihm sind ja lustig. Das Problem ist, dass das, was er actually sagt, genauso lustig ist. Es gibt so paar, ich weiß nicht so ganz, manchmal wird dem, glaube ich, auch ein bisschen Unrecht getan. Also, auch teilweise durch, durch unsere Bubble, dieses mit Periode riechen zum Beispiel. Das war, glaube ich, ein missglückter Joke. Das war gar nicht so ekelhaft, wie es klingt, wenn man es zusammenfasst. Die Frage ist halt, wie wäre das denn, wenn KuchenTV das bei Shuyoka gemacht hätte? Ja, na klar, die Delivery war auch nicht so gut. Nee, also, egal wie die Delivery ist, man würde das automatisch als sexistischen Angriff werten. Ja klar, das ist das gleiche wie bei Böhmermann, ne? Also, Böhmermann zeigt ja auch gerne mit dem Finger und sagt, ihr seid alle Nazis und er selber sitzt da mit einer Hakenkreuz-Armbinde und macht Judenwitze, ne? Kann man auch sagen, welches denn jetzt? Karl hat auch, hat auch diese, diese Transperson, nee, nicht Transperson, diese Non-Binary-Person, die da reinkam, Fabelwesen genannt. Aber Karl darf das. Ich durfte das nicht. Aber Karl durfte das. Ist ja klar, weil, ist ja Karl. Mit welchem, aber wie hat er das gesagt? So als ironische Anmoderation? Er hat die drei mal hintereinander Fabelwesen genannt. Lass mich raten, der hat das so formuliert, dass er quasi deinen Sprech imitieren will, dass er so durch die Blume sagen will, du unterstellst dem Fabelwesen zu sein. Hier, guck mal, ich hab dir was mitgebracht, was in deiner Welt wahrscheinlich Fabelwesen sind. So ungefähr, oder? Ich hab dann gesagt, äh, also die nennen wir jetzt offiziell Fabelwesen, oder sag ich, okay, Fabelwesen. Er meinte, nein, 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 du darfst die nicht Fabelwesen nennen. Okay, das sind jetzt Fabelwesen, oder dieses Fabelwesen. Nein, nein, du nicht, ich darf das. Aber ich hab Fabelwesen immer als was Positives wahrgenommen. Ich auch, und ich bin doch auch nicht mehr gegen die als Karl. Also ich hab da nichts gegen die. Ich werd nur kein fünfseitiges Pronomen dafür die verwenden. Wenn ich hinter ihrem Rücken über die rede. Wenn du jetzt ein Videospiel spielst, wo du ganz viele Charaktere zur Auswahl hast, und manche sehen menschlich aus, und manche sind so Monster, und du guckst erstmal nicht, was die Stats sind, oder so, sondern einfach nur, wer dir optisch gefällt, wen du gerne spielen würdest. Was würdest du nehmen? Das kommt drauf an, wie die Designs sind, aber so ein Fabelwesen ist nichts Schlechtes. Also ich find Fabelwesen so gut wie immer spannender. Es gibt eigentlich nie, dass ich denke, boah, ich hätt gerne so ein, so ein 1,80 großen Mann mit Bart. Ich so, ne, das mach ich doch sonst schon. Wenn's da irgendwie so ein Monster gibt, dann bin ich das Monster. Ja, ich fand das auch richtig low von Karl. Also das ist es halt wieder, wo ich nicht verstehe. Karl darf das, ich darf das nicht. Der Grund dafür ist, dass ich sage, wenn ich hinterm Rücken über irgendjemanden spreche und den Pronomen verwende, dann lass mich doch bitte eher sie sagen, eins von beiden und passt. Alles andere krieg ich nicht hin. Naja, gut. Also, man kann ja gerne sagen, du hättest gerne irgendein Pronomen, aber wenn, also wenn ich sehe, wie sonst Deutsche zum Beispiel versuchen, ein englisches TH auszusprechen, dann zu sagen, mein Pronomen ist they, them, ist ein bisschen ungünstig in Deutschland. Ja, und sag mir wenigstens, welches dir lieber ist, weil 90 Prozent der Fälle werde ich es vergessen. Sag mir einfach, welches dir lieber ist, dann nehme ich das, was zumindest ein bisschen besser ist. Ich vergesse ja teilweise schon die Namen von den Leuten und jetzt muss ich mir quasi noch einen Namen merken. Und wenn eine Person, was halt der Take war, den Karl so gar nicht geführt hat, war, wenn eine Person da so arg drauf beharrt und sagt, nein, du darfst das nicht machen, sonst bist du sonst irgendwas Feind, dann wird die ein bestimmtes Weltbild haben. Das war für Karl Todesurteil. Also da war ich, da war ich komplett durch, als ich das gesagt habe. Aber Weltbild ist doch auch nicht wertend. Jeder Mensch hat ein Weltbild. Ich sag mal so, Leute, die wirklich darauf bestehen, dass du jedes Pronomen akzeptierst, dass sie dir, dass du sagst und dir nicht erlauben, irgendein anderes zu verwenden, selbst wenn die Person nicht dabei ist und die eigentlich gar nicht jucken würde, dann musst du ja schon ein recht enges, recht strenges, sich darauf haben, oder? Ja, aber Pronomen haben ja auch dann wieder eigene Regeln. Also wenn ich sage, mein Pronomen ist seine Hoheit, dann beschweren die sich ja auch wieder. Ich glaube aber, was Pronomen angeht, gibt es da eh so ein kleines Missverständnis häufig. Man sagt ja mit Pronomen ansprechen. Ja, das geht ja nicht. Du redest mit Pronomen über Leute. Aber ich glaube halt, dass das mit diesem Ansprechen auch gemeint sein kann, jemanden ansprechen. Also du hast eine Gruppe von Leuten und du sprichst jemanden aus dieser Gruppe an. Ja. Also wie ich ein Thema anspreche. Ach so, naja. Ich glaube da, ich weiß gar nicht, wie genau, ich habe es glaube ich in dem Gespräch auch so gemacht. Ich habe es tatsächlich so gemeint, aber ja, ich finde das an sich auch komisch ein bisschen. Beides halt irgendwie. Es ist echt eine weitere Situation, wo ich mir wünschen würde, schwarz zu sein, damit ich einfach das N-Wort als Pronomen nehmen kann und zu Karl sagen muss, na Karl, wie ist mein Pronomen? Sag doch mal. Ich möchte bitte so angesprochen werden. Wir haben ja einen Kritik, wie Karl das N-Wort sagt. Ja. Ja, es ist halt schade. Ich wäre gerne ein bisschen dunkler, dann würde ich das fordern. Schade. Ich glaube, Shuyoka wäre auch gerne ein bisschen dunkler und vielleicht noch ganz viele andere Sachen. Ich glaube, Karl auch. Ich glaube, diese gesamte Bubble wäre sehr gerne sehr viel marginalisierter. Ja, ich glaube auch. Fuck, jetzt ist hier, Alter, ist das laut. Sorry, ich hatte hier schon Sachen angeklickt. Sie arbeiten hart daran, irgendwelche Marginalisierungen zu finden. Er war stets bemüht. Karl hat neulich aber selber zugegeben, dass das so privilegiert ist, wie es sonst kaum besser geht. Also ich glaube, der ist auch privilegierter als wir. Bei dir weiß ich jetzt nicht, aber bei mir, also wenn ich mich mit dem vergleiche, der hat schon ein paar Privilegien, die ich nicht habe. Zum Beispiel? Er hat deutlich mehr Geld. Der kann sich ein Haus irgendwo in Irland kaufen. Ja gut, das habe ich jetzt nicht direkt. Er ist ein bisschen deutscher als ich. Also ich bin, ich habe nur ein Minimalvorfahren aus dem, aus dem, inzwischen, nee, ist nicht EU, glaube ich. Egal, auf jeden Fall so aus der Balkanregion. Hat er, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist strammdeutsch. Der hat auch den deutschesten Vornamen, den du dir vorstellen kannst. Klingt ja wie so ein preußischer Kaiser oder so. Karl. Ja. Er ist ein bisschen größer als ich. Aber er ist ein bisschen stärker, weiß ich nicht mehr. Aber er ist ein bisschen mehr gewichtiger als du. Ja, aber ich bin dafür ja auch nicht besonders muskulös. Ich weiß nicht, wie da die Grenze verläuft. Das ist ja ein Spektrum. Also der ist ja, der ist ja dicker, aber ich glaube, der könnte mehr hochheben. Aber er, in so einem Kampf ist es ja auch von Vorteil. Ich meine, wenn ich jetzt gegen den boxen müsste, der wiegt ja 50 Kilo mehr als ich locker oder 100 mehr oder so. Der kann mich ja, kann mich ja da hinweichen. zwischen 50 und 300 Kilo mehr. Aber er muss ja während dem Boxkampf muss der ja die ganze Zeit einer seiner Wave ziehen. Das ist halt auch noch ein Nachteil. Na gut, dann husten wahrscheinlich. Er hat halt wirklich, als er auf mich reagiert hat, auf mich, wie ich das Gespräch nochmal analysiert habe, er hat halt gefühlt nur noch durch seine Wave geatmet. Es ist eigentlich praktisch auch, dass Menschen eine Nase haben. Der kann durch den Mund in die Vape einatmen und aus der Nase wieder ausatmen. Der muss nur Bauchrednen üben. Dann kann er so aus dem Mundwinkel. Ein Mundwinkel vape und mit dem anderen redet er dann so mit dir. Wäre es nicht viel praktischer, so eine Vape für die Nase zu erfinden? Oh, das wäre geil. Ja, so wie, wie, äh, wie so ein Beatmungsgerät. Einfach so ein Schlauch, der hier so langläuft, aber da kommt direkt Vape-Juze durch. Ich meine, da kannst du ja durch die Nase einatmen und durch den Mund raussprechen. Das ist ja so wie und Essen zum Beispiel. Ja, Raucher reden doch immer so geil. Der zieht dann da ja so dran und das macht der dann hinterher so, wenn er redet. Du musst es dann immer so drin halten, mal sprechen. Ja. Also ich würde sagen, wir sind alle auf unsere Art privilegiert und, äh, keine Ahnung, Karl ist ähnlich wie wir, schätze ich mal. Ah, weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, Geld ist schon ein krasses Privileg. Ja, und er ist beliebter so in der Bubble. Er kriegt eher Sponsorings, er wird eher mal nicht gecancelt und so. Ja, das ist vielleicht noch ein Ding. Seine Meinung ist überlegiert. Du kennst ja Kirchow und Jill, please, oder? Kirchow kenne ich tatsächlich. Dem habe ich ja auch mal geredet. Aber er hat gegen Seth Phantom geschossen. Gib mal bei YouTube Kirchow Grabenkampf ein. Was habe ich gesehen? Da habe ich, weil, weil, niemand hat das alles gesehen. Das geht 40 Stunden oder so. Ja, ich habe eins davon für 10 Minuten gesehen. Aber es war eine großartige Unterhaltung. Aber ich fand, das war so großartig, dass du nach 10 Minuten ausgemacht hast. Das, was er zu Seth gemacht hat, fand ich tatsächlich ganz gut. Ja. Warte mal, wo ist denn das? Das müsste man als Playlist sehen, ne? Wenn man jetzt hier sortiert. Filters. Playlist. Hat der ein Video gemacht oder hat der nur bei Twitter drüber geredet? Bei Twitch. Ach, bei Twitch. Okay. Aber dann hat der das in seinen YouTube-Kanal geladen oder sind da nur geschnitten, ne, Videos? Es gibt mal eine Reaction da drauf. Was hat er gesagt so ungefähr? Kannst du zusammenspassen? Naja, er hat auf die Seth von Doom Show reagiert und er hat so gezeigt, ja gut, es gibt nicht nur Rechte, die hier irgendwelche Führerfantasien haben und sagen, wir müssen alle wegsperren, die eine andere Meinung haben. Und was Seth da macht, schadet der Seite nur und er spricht wie ein Rechter und so weiter. Hat er schon ganz gut gemacht. Er ist halt ein autoritärer Hooligan irgendwie, ne? Er ist halt ein Mobber. Ich würde sagen, er ist ein, man könnte sagen, gewalttätiger Mobber und nur auf der richtigen Seite. Naja, gut, Gewalt, sprachliche Gewalt halt. Naja, aber er hat ja gesagt, bei dieser einen Demonstration, wo er in Wohnort noch gesagt hat, da hat er ein paar Leute verprügelt. Ach ja, cool. Deswegen darf er gewalttätig schon offen sagen. Der kann Leute verprügeln? Ist der nicht auch Kettenraucher? Ist der nicht über 40 und raucht Kette? Wie soll der denn wen verprügeln? Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber er hat auch, keine Ahnung, ob es stimmt, aber wenn wir ihm mal glauben, wenn wir ihm glauben, dann ist er zu einer Demonstration, da hat er noch einen Ort genannt und hat da ein paar Leute verprügelt. Cooler Typ. Bester Typ. Demonstrationsrecht gilt auch nur für Leute, die die richtige Meinung haben, auf jeden Fall. Ne, die können ja demonstrieren, aber die werden dann halt geschlagen. Ach so, ja gut. Also ich habe hier gerade das, falls du es sehen willst, warum der Grabenkampf endete, 14 Videos. Ja, ich kenne das. Zwei Stunden, drei Stunden, acht Stunden, zwei Stunden, drei Stunden. Kein Mensch hat das alles gesehen. Wie denn? Ich glaube, mit Kircho würde ich tatsächlich noch mal eines Tages ganz gerne reden. Ich glaube, ich schreibe dem noch mal auf Discord irgendwann. Meinst du, ich soll auch mit dem reden? Ich bin mir nicht sicher. Versuch's. Also, wird lustig. Ich hatte gerade noch hier ein Bild offen übrigens. Sind wir im Gespräch von abgekommen. Kennst du Olli London? Nein. Nicht, dass ich das so sehe. Ich kann ja mal zeigen. Das ist Olli und ich glaube, They meint, Koreaner zu sein. Und hat sich dann auch so die Augen operieren lassen, um mehr wie Koreaner auszusehen. Und ist irgendwie, will K-Pop-Star sein. Ist wohl nach Korea gezogen und hat sich hat sich das Gesicht operieren lassen, um mehr nach, also ist gebürtig, gebürtig Brite, aber fühlt sich wie ein Koreaner. Er ist nach Korea gezogen und operiert sich die Augen, um koreanischer auszusehen. Ich glaube, wenn Olli das sagt, ist legend, oder? Sorry, by the way, ich habe vorhin gesagt, er hat Menschen auf der Demonstration verprügelt. Ich meinte natürlich vollgeschissene Menschenhaut. Achso, ja, dann geht's, ne? Ey, tut mir echt leid, ich wollte die nicht wirklich als Menschen bezeichnen. Das macht man natürlich nicht. Aber ich sehe hier gerade, Olli ist wohl wieder detransitioned und ist jetzt doch nicht mehr Asiaten. Manchen Leuten hat man früher auch einfach gesagt, dass sie irgendwie eine psychische Störung haben oder so und dann hat man das behandelt. Ach, bitte nein. Heute operiert man dann halt die Augen, dass die japanisch aussehen oder koreanisch oder was auch immer. Ey, ja, freier Markt, wenn einer sagt, ich habe hier 10.000 Euro, ich hätte gerne andere Augen und wer anders sagt, ich kann Augen operieren, kostet halt ein bisschen, dann hat man halt ein Deal, ne? An sich, ja. Aber muss man dann unbedingt sagen, dass das was Gutes ist? Ich meine, ja, die liberale Einstellung ist es eigentlich. Mach mit deinem Körper, was du willst. Aber musst du den anderen unbedingt erzählen, dass das was Gutes ist? Die liberale Einstellung ist aber auch, du kannst da ja keinen dazu zwingen, das geil zu finden. Also Olli kann dann sagen, ey, Leute, ich habe jetzt solche Augen, weil ich Koreaner bin und ich kann sagen, ja, Bullshit. Das wäre eigentlich die liberale Einstellung. Ah ja, 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 du hast ihm einfach seine Existenz abgesprochen, ich distanziere mich von dir. Eventuell, ja. Ich muss ein paar Mal sagen, dass ich mich distanziere, sonst bin ich auch verbrannt für immer und ewig. Also mit diesem Skeptizismus und Humor und so, ich bin halt so geboren, ich kann da leider nichts für. Oh, ja. Muss leider raus, ich kann das nicht, ich kann das nicht unterdrücken. Aber ich darf dich dann auch nicht dafür diskriminieren eigentlich? Eigentlich nicht, ne. Vielleicht ist meine Identität einfach diskriminierender Hooligan. Ich muss das jetzt ausleben. Ja, was willst du machen? Ich meine, warum sollten wir dich dafür diskriminieren? Das wäre schon schade, oder? Mhm. Ich werde es nicht machen. Wie schlimm bist du eigentlich aktuell im Ranking? Oh, es kommt drauf an, wen du fragst. So allgemein, die Bubble. Welche Bubble? Die so Karl- und Nathan-Bubble und so? Ja, so. Also Nathan hat immerhin gesagt, dass Agitator und Erwin rechts sind und ich wohl nicht. Also so schlimm wie die bin ich nicht gerade. Sinan ist, glaube ich, auch schlimmer. Also Karl hat auch schon gesagt, dass er mich eigentlich noch ganz okay findet. Aber Sinan hält dafür einen widerlichen Hurensohn. Also, und Erwin ist auch irgendwie rechtsradikal oder so. Also ich glaube, ich bin... Aber spätestens nach dem Video neulich? Welches Video neulich? Wo du zum Skinhead wurdest? Einfach dich mit Erwin und Sinan verbrüdert hast? Aber ich lasse das ja wieder rauswachsen, die ja nicht, ne? Ah ja, gut, gut. Also ich werde jetzt, bald werde ich eine lange Zeit keinen Zugang zu meinem Rasierer haben und hab's auch nicht vor. Ich weiß nicht, ob ich vorher noch einmal abmacht... Ja, ich glaube, ich lass das jetzt so. Also ich werde das jetzt so mindestens... Weiß man schon? Nichts Genaues, nee. Ah, okay. Machst du Kontakt, Kontakt. Ich werde das am Freitag, glaube ich. Ja, wenn's geht, wenn's alles so klappt wie geplant, dann schon. Ich glaube, ich werde jetzt die nächsten zwei Monate da nichts dran machen und mal gucken, wie es sich entwickelt und vielleicht mach ich's dann wieder ab. Mal gucken. Vielleicht auch nur zum Teil. Aber du hast ja nicht ganz, du hast ja nicht so mit dem Rasier besser mit so einem oder so einem Nassrasierer nochmal komplett alle Stoppeln abgemacht. Nee, mit so einem Apparat. Nee, ich hab so ein so ein Rasierapparat mit so einem Aufsatz. Zinan und so, die machen ja komplett komplett einmal noch auch die Stoppeln ab. Ja, ich hab auch kurz überlegt, aber ich dachte, ich hatte das noch nie. Ich will das vielleicht einmal ausprobieren, aber dann dachte ich, ja, das sieht scheiße aus. Ja, verständlich, verständlich. Ich bin da, ich bin vielleicht der Nächste, wenn ich zu viel mit euch rumhänge. Ja, du bist ja noch zu jung. Ich kann das auch noch. Alter, aber hat ja auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Also generell dachte ich, die Länge ist mir irgendwann auf die Nerven gegangen, war mir ein bisschen zu lang. Man geht irgendwie duschen oder schwimmen oder so und dann sind die einfach ewig lange nass und du trocknest die ab und dann sind sie weiter nass und dann fönst du und sie bleiben nass und dann ist ja, nervig, dann knoten die, dann musst du immer kämmen und so und dann dachte ich irgendwann, was soll's, ich mach die weg jetzt und die kommen ja wieder, noch. Ich meine, es ist schon auffällig, gerade jetzt so bei Erwin, ich meine, er hat damals das Video gemacht, wo er sich ganz viel Kuchen-TV angeschaut hat und dann gesagt hat, Kuchen-TV ist eine Pipeline nach rechts und in der Zwischenzeit, jetzt hat er eine Glatze. Ich meine, er hat offenbar zu viel Kuchen-TV geschaut. Ja, und er ist halt auch 40. Ja gut, auch ein Argument. Das könnte ein Zusammenhang geben. Ein weiterer Punkt, wo ich manchmal gerne schwarz wäre, die müssen sich nie für eine Glatze rechtfertigen und die sehen auch teilweise echt gut aus damit. So Tupac oder so, der hatte einfach mit 20 schon eine Glatze und das sah cool aus. Und ich weiß nicht, ich kriege jetzt auch die ganze Zeit Komplimente und Leute sagen, hä, sieht ja geil aus, als du gedacht und sowas, aber ich habe vorher so gedacht, es gibt zwei Optionen für mich. alle werden denken, entweder, dass ich Krebs habe oder dass ich ein Nazi bin. Habe ich eigentlich auf beides nicht so Lust. Ich distanziere mich von der Altersdiskriminierung hier an der Stelle einmal, die gerade hier stattgefunden hat. Aber an sich, ja, kann man doch machen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis es wieder so, keine Ahnung, so eine normale Frisur lang ist. Wie lange dauert das? Ein Monat? Eine normale Frisur. Ja, irgendwie so eine, ja, Kurzhaarfrisur. Ich würde sagen, so ein Zentimeter pro Monat, oder? Kann das hinkommen? Wahrscheinlich. Also, meine Haare wachsen tatsächlich ziemlich schnell. Ich glaube, bei mir würde das halt gefühlt nach, nach vier Monaten wieder aussehen wie vorher. Aber. So, hier, hier gibt es einen Haarrechner. Der, ähm, der war aber noch ein kleiner Text hier. Das Wichtigste in Kürze. Hier, also, sie sagen, in einem Monat wachsen Haare ungefähr ein bis eineinhalb Zentimeter. Ja gut, dann ist es in vier Monaten wieder. Ja. Aber dauert erst mal ein bisschen, bis du wieder die langen Haare von vorher hast. Ich habe ja noch ein bisschen Bart. Ich glaube, ich kürze den etwas, aber. mach doch den dafür bis zum Bauchnabel oder so. Was mache ich? Den Bart dann bis zum Bauchnabel oder so wachsen lassen. Boah, nee, das wäre mir auch zu nervig. Ich glaube auch. ich mache das. Ich weiß nicht. Ich hatte überlegt, vielleicht, es wäre vielleicht lustig, den zu kürzen und, äh, hier so, so ein, so ein Riemen zu machen und dann hier hoch und dann hier so, so ein, so ein Kreis quasi. Ja. Aber nicht sicher, also, aber ich glaube, wenn man das einmal hinter sich hat, dann hat man, dann hat man, ist man quasi einmal ins kalte Wasser gesprungen. Also, wenn ich einfach in zwei Monaten denke, ich mache jetzt eine Witzfrisur, dann, äh, muss ich dann, kann ich die ja die eigentlich nach ein paar Tagen wieder runter machen und dann ist die in, in zwei Monaten wieder so, ne? Und, ja, so jetzt, ich finde das auch gerade okay, ich gewöhne mich dran. Ja. Keine Ahnung, ich behalte meine Haare erst mal so. Ja. Die habe ich ja auch meistens gemacht. Abgestempelt werden. Ich will wegen anderen, besser gesagt, ich will wegen anderen Sachen abgestempelt werden. Du könntest hier mal einen Dreadlock reinmachen, vielleicht aber auch nur so einen oder so. Ich habe mir mal überlegt, ob ich hier in den Hintergrund so verschiedenste Flaggen hängen soll. Vielleicht so eine Donald-Trump-Flagge, aber auch so haben wir uns sicher. Auch so eine Pride-Flagge. Ja. Oder auf eine, auf eine gemeinsam kombinieren. Ja. Alles zusammen. China. Russland. Ja, oder du kannst dir so eine eigene ausdenken einfach. Nimmst du so, weiß nicht, so drei, vier Balken oder so, verschiedene Farben, eine, die es noch nicht gibt und alle werden dich fragen, für was das steht. Und dann kannst du sagen, ist mir ein bisschen unangenehm, ist meine Sexualität, ich möchte nicht sagen. Ich habe dafür auch noch kein Wort erfunden. Nee, nee, du tust einfach so, als ob es das gibt und als ob der andere ungebildet ist, weil er die nicht kennt. Dann musst du so, so ganz dezent, die musst du die ganze Zeit im Hintergrund hängen und einfach Fragen dazu entweder ignorieren oder am Anfang sagen, wie, wie ihr kennt das nicht. Hallo, es ist 2024, das kennt man doch. Excuse me. Excuse me. Könnt ihr euch mal, ich sei da so dermaßen unaufgeklärt. Ja, wäre eine Idee, aber das Ding ist, man erkennt es fast gar nicht, weil ich den Kameraausschnitt die meiste Zeit so nur auf dem halben, ich habe mal so, meine Kameraausschnitt, so in der Reaction ist so quadratisch bloß. Und mein Hintergrund ist zu unscharf. Ja, ich erkenne es nicht, weil es unscharf ist. Ich habe mich auch gefragt, warum gibt es eigentlich immer noch keine Flaggen, die animiert sind? Wenn die alle im Internet stattfinden, dann kann man doch auch eine animierte Flagge mal machen. Ja, das ist eine gute Frage. Mit so einem Farbwechsel oder die sich irgendwie so dreht oder so. Muss man erst mal eigene Nation gründen, dann kannst du das ja gerne machen. Nee, die brauchst du ja nicht, kannst du ja für eine Sexualität, da musst du ja keine Nation haben. Und wie nennst du die? Weiß ich noch nicht, kann ich mal gucken. Okay, ja gut. Hauptsache nicht hetero sein. Also, Imprisexuell gibt es ja schon, das wurde aber mal wieder gelöscht, also meine Identität wurde schon angekratzt. Es gab ja mal Artikel zu, teilweise sind sie verschwunden. Ja, ja, das ist aber, kann man mal gucken, ob es noch geht. Mal gucken, wenn man jetzt mal hier in eine Suchmaschine geht und dann Imprisexuell, wenn man es auf Deutsch eingibt, dann, man findet recht schnell mich. Naja, und, ja, hier bin eigentlich die ganze Zeit ich und ich habe das tatsächlich gefunden, also ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das gefunden, dachte, ah, da steht ja Imp am Anfang und irgendwie sehe ich mich da drin. Es gibt dieses Wiki tatsächlich noch. Das LGBTQIA plus Wiki Imprisexuell. Wann wurde das erfunden? Hier. 2021. Seitdem gibt es meine Sexualität. Für solche unaufgeklärten, vollgeschissene Menschenhaut wie mich, kannst du mal erklären, auf was man dann steht, oder? Also, soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann heißt das, dass du sexuelle Präferenzen hast. Krass. Und die sind, die sind wichtig, also hier steht matter more than their sexual orientation, aber du kannst trotzdem imprigay und imprig straight sein. Aber zum Beispiel, also ich kann jetzt auch, ich kann auf Frauen stehen, aber, ähm, nicht auf alle Frauen, sondern meine Präferenzen sind schon, dass die zum Beispiel nicht sehr dick oder sehr alt sind oder auch, dass sie keinen Penis haben, da stehe ich dann nicht mehr so drauf. Ja gut. Also das sind schon Frauen, aber ich, also ich finde die halt nicht attraktiv. Ähm, aber krass, dann bist du offenbar nicht hetero, wenn du wirklich nicht, nicht auf, auf acht, auf vier Milliarden Frauen oder so, ne warte, da sind ja viele zu jung. Ne, ich bin schon eben prähetero, weil auf Männer stehe ich gar nicht. Ja gut, also irgendwie nie. Ja, aber wenn, aber bei Frauen dann nur auf manche. Aber wenn du hetero wärst, dann würdest du natürlich auch auf alle Frauen auf der ganzen Welt stehen, das ist ganz normal. Schon komisch, dass du das nicht bist. Aber gut. Ja. Also ich glaube, ich bin nicht queer dadurch leider. Hab ich ja schon, oder? Ach so, okay, gut. Weil wenn man nicht, wenn man nicht hetero ist, dann sollte man damit grundsätzlich angeben. Also das ist, impresexual is not an LGBTQ plus identity itself. Also man kann das natürlich in das Plus reinstecken. Those who are queer may also use this label. Also ich finde diese grammatische Formulierung hier immer noch richtig geil. Nicht those who aren't queer, sondern those who are queer und dass du das N apostroph T an das queer hängst und nicht an das A. das ist einfach schön. Auf jeden Fall großartig. Vielleicht muss ich mir auch noch irgendwas raussuchen. Das passt eigentlich auch zu mir, würde ich sagen. Mhm. Hauptsache ich hab da irgendwas stehen. Weil sonst fühle ich mich leider schon ein bisschen arg privilegiert. Ich hab die Flagge leider nirgendwo in klein zum Copy-Pasten gefunden. Die gibt's nur als Bild. Bisschen schade. Naja, kann man nix ändern. Geht leider nicht. Danke für den Rate mit zwei Personen hier gerade. Geil. Wir talken übrigens schon richtig lange. Wollen wir mal einen Stopp setzen? Ja, ich glaube auch. Die Leute auf YouTube bis hierhin hat keiner mehr geschaut, glaube ich. Was für ein Hashtag sollen die schreiben, wenn doch? Oder so ein Wort, ne? Hashtags werden rausgefiltert manchmal. Schreibt ein Wort ohne Raute lieber. Was sollen die schreiben? Gute Frage. Vielleicht Stirnlappen-Basilisk. Okay, gut. Das kann so gut wie keiner schreiben, aber... Können die ja googeln. Baut das einfach so unterschwellig in den Satz ein irgendwo. Ja, Leute, schaut auf jeden Fall gerne bei ihm vorbei. Ich werde ihn, wenn ich es nicht vergesse, da irgendwo seinen Kanal verlinken. Twitch ist hier auch irgendwo auf dem Bild verlinkt und lasst auf dem Zweitkanal hier auch ein Abo da, damit ihr mal die Tausend voll macht. Du hast hier noch keine Tausend auf dem Kanal? Auf dem Zweitkanal. Die Talks kommen ja auf dem Kürtschuh-Kanal. Abonniert Kürtschuh. Ganz gute Empfehlung zu wenigern.